oft nicht möglich. Und zur Not konzentriere ich mich dann immer auf die Schauspielerei von Ariane. Das ist tatsächlich, meint man gar nicht, ist meine Prio. So, heute werde ich auch mal in einen Google Docs gehen mit Ariane und werde mir dann ein paar Sachen aufschreiben müssen. Das ist ein Make-A-Shows. Smiley, Smiley, Player. Ich bedanke mich bei dir und sehe Gott, ich habe mich nicht im Teamspeak angemeldet. Ich bedanke mich bei dir für fünf verschenkte Subs. Ich habe deinen Namen auch bei Dennis, meine ich, gesehen, haben mich gefreut tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, wer ursprünglich generell zum Beispiel vom Dennis eigentlich kommt und dann mal bei Ariane reingeguckt hat oder wie ob es auch umgekehrt ist. So, es ist so, ja, fahrt man sich immer, ne? So, warte. PM, vielen Dank, Dankeschön. Smiley, Smiley, Player. Ich weiß, es gibt zwei von euch und ich werde euch beide Smiley, Smiley, Player nennen, obwohl ich jetzt immer nur ein Smiley, Smiley, Player sehe. Aber ich bin mir einfach nicht sicher. Stören wir dich? Wir können auch gehen, wenn wir dich nervös machen. Nein, nein, schon gut, ich ignoriere euch einfach. Was, little Eisrufer ist passiert? Dennoch, vielen Dank, dass du heute Streams nach dem Unfall bester Abdenkung. What? Gute Besserung, was auch immer passiert ist. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich kurz nicht wundern. Hallo und herzlich willkommen auf YouTube hier. Wir haben heute Ariane in eher so einen sexy-schmecksy-Look, ja, mit dem geilen Bubble-Bud. Und ja, ich habe gestern gespielt, ne? Es ist viel passiert, aber auch viel so Meterschutz-Milie, viel Papierzeug da. Ich habe mir nämlich aus Akten so ein bisschen was rausgeschrieben. Ariane hat was in die Erfensammelakte geschrieben und so weiter und so fort, ja. Sie hat mit Herr Dupont telefoniert und nochmal ganz transparent ehrlich ihre eigenen Bedenken mitgeteilt. Er war eigentlich auch sehr ehrlich zu ihr und er meinte, ja, wenn das alles so hinten und vorne nicht klappt, da kann man immer noch mit Herr Weiß reden, in welcher Art und Weise Ariane ihr alternativ sonst unterstützen könnte. Und wir, also ich plane ja auf jeden Fall diese drei Monate trotzdem zu machen für die RP-Erfahrung. Wenn es nicht hinhaut, ist es halt so, wovon ich tatsächlich ausgehe, er. Er meinte, aber ich kann sie auch, aber ich könnte sie auch in drei Monaten zum Detective machen. Da denke ich mir so, nee, mal gucken. Ariane muss da die Module nachholen und wir haben gerade im Stream so ein bisschen besprochen, wie das zeitlich bei mir aussieht, ja. Und da ist teilweise ja doch schon jetzt das Privatleben so ein bisschen in die Mitleidenschaft gezogen ist, dass ich ja auch gestern saß, ja, und weiß ich nicht, drei Uhr morgens oder so, ja, im RP ist nicht nice, sollte man nicht machen. Nee, ein Uhr noch was war das. Ich habe tatsächlich sogar noch im Funk mitbekommen und ich konnte gestern mit ihr auch nicht funken, das war auch sehr witzig, im Funk mitbekommen, wie der Letzte quasi sich aus dem Funk abgemeldet hat. Das war, meine ich, Mick Kini gewesen. Ich hatte gestern die Erika hochgeladen, ich kam lange nicht in meine Wohnung, ich kam auch gar nicht mehr aus dem PD raus, ich konnte nicht mal funken mit Ariane. Ich habe N gedrückt und sie hat sehr spät, da war der Funkspruch schon durch, sehr spät irgendwann den, also im Funk habe ich immer gehört, zehn, drei, zehn, drei, weil es kam immer an. Ja, war schwierig gestern, ne, ich hoffe, alle Türen sind zu. Ich habe auf jeden Fall aufgenommen, aber das werde ich jetzt nicht rausholen, weil es nichts Relevantes so jetzt passiert, das kann ich alles erzählen. Ich habe aufgenommen, weil, falls da jetzt doch Türen aufhören, ich habe extra darauf geachtet, dass da Tür zu steht und bin noch ein bisschen an der Tür immer stehen geblieben. Ja, war schon krass, ne. So, wir haben heute Freitag einen Ausnahmestream. Wir haben Hotdogs mit dabei, mit Käse. Und jetzt gucken wir unsere SMS, denn eigentlich sollte ja Freitag heute jemand da sein. Und wir haben... Ariane, wie viel Zeit hast du heute? Mein Flieger ist gelandet. Fee! Blecher Wuche, erschreckt mich doch nicht so! Fee! Hallo! Fee, wo bist du? Ich bin gerade in Palito Bay, ich verstehe hier nicht, was ist? Die Straße ist abgesperrt und über mir fliegt so ein riesengroßes Helikopterding mit drei Millionen Rettata-Dingern-Dingsbums. Ach du Scheiße, Fee, die Stadt ist derzeit gefährdet. Ich kann dir das aber nicht sagen, weil das ist interner, aber du kannst das auf Adventure nachlesen. Fuck, ey, du bist Officer, Mann! Ja, äh, wenn du wüsstest. Äh, hast du ein Auto? Ja, klar habe ich ein Auto. Ja, ich komme hoch nach Palito, okay? Ich komme runter zu dir, wo bist du? Ich schicke dir meinen Standort, wo ich wohne, ja? Ich bin umgezogen. Ah, schon wieder, ne? Ja, äh, ich wohne jetzt alleine, okay, egal. Der ist in Phoenix schon länger. Äh, ist ja viel zu erzählen und auch nicht. Äh, ich schicke dir den Standort. Bis gleich! Ja, mach! Bis gleich! Tschüss! Ja, ich muss ein bisschen wegen meiner Stimme gerade auffassen, das funktioniert nicht so. Fee schreibt, Fee an, mein Internet stirbt, ja. Okay, boah, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für, für das alles. Mir fehlt noch viel Wissen. Ich bin aus anderen Gründen, äh, aus anderen Gründen, äh, aus anderen Gründen bin ich, ich bin aus anderen Gründen, wie sieht man das? Wie fehlt das Wort? Was ist Ariane geworden? Warte, sagt sie mir mal nicht. Befördert. Befördert worden, weil meine Stärken woanders liegen. Ich muss jetzt aber dringend zwei Module nachholen. Darfst du welche halten oder noch nicht? Mochte deine Erklärungen immer so, also half mir sehr. Ach, Dix ist so süß immer, ne, so richtig, ne, durch den Knuffigen, ne, furchtbar. Aber das mit der Reins ist auch immer noch krass, da ist so viel passiert, ne. Okay, ich bin unterwegs, heute, später, äh, hätte ich dann Zeit. Ich würde mein Handy dann auch lauflos stellen für so einige Zeit. Habe auch schon eine Idee, wie wir das Ganze strukturieren. So, ich macker ich, ne, ich sag nicht, was los ist, aber ich sag so. Mehr schreibe ich da jetzt erstmal nicht. Lass uns gerne einen Termin später ausmachen. Ich bin jetzt erst noch beschäftigt. Äh, das ist schranzschriftlich. Kann ich hier auch machen. Wenn, ich schreibe kurz das auf. Ähm, Cassie, vielen, vielen Dank für 63 Monate. Dankeschön. Ich muss mir, ach ja, noch ein Blatt, äh, Blocko, nur fürs PD. Wollte ich auch noch machen. Für Kündchen. Mal gucken, ob ich hier was geschrieben habe. Okay, okay. Ich schreibe mir mal, äh, ich fotografiere mir mal ganz kurz was vom Handy, dann bin ich sofort wieder da. So, wir müssen nämlich noch zwei Outfits zusammenstellen unbedingt. Ich weiß auch nicht, ob ich das vielleicht dann eher in Ruhe mache. Ähm. Ah, doch. Hat doch geklappt. Oh Gott. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich ihr das heute anders lasse. Ich bin jetzt gerade doch ein bisschen, äh, ne? Aber es sieht halt cool aus, ne? Es sieht halt, ich weiß nicht, ich hatte mal wieder Bock auf was anderes. Ist da jemand da hinten? Ne. 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 Jetzt will ich aber auch wieder zum PD, ne? Hm. Ne, komm, wir bleiben lieber mal hier. Doch da. Oh, das wäre das. Ja, jetzt ist lustig. Das Modul der Hör- und Befragungen. Und Spuren-Sicherung. Boah, das wäre mega. Aber Module sind das. Aber ist er denn schon Sargent? Egal, vertrauen die jetzt schon Richtige. Hey, Jesus. Unpopular Opinion. Ich sage nein zu Weihnachten. Ich kann nicht mehr. Dem auch, wie könnte Ari Motorrad fahren. So, ja, ne? Aber, ne. Ne, so gefährlich. Hm, 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 hm. 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 Was ist da hinten los? Und sichern kann nur, ich ziehe es einmal mit NUK. Okay, vorher und Befragungen können wir On the Fly machen. Äh, On the Fly ist immer schlecht. Brauche da eine richtige Theorie leider. Ja, NUK habe ich mir dazu notiert. Die frage ich die Tage direkt. Ja, bin heute da. Allerdings habe ich einige Termine. Wie lange bist du heute in Fliege? Ach, die ist super, aber das wird jetzt, glaube ich, ähm. Glaube aber bei mir wird das echt knapp, knapp heute. So doof, so wenig Zeit im Moment. Wir wollten noch unsere Streifen machen, die machen wir auf jeden Fall mit Diebs, ne? Die, äh, Lincoln-Streife. Hallöchen. Ich bin, ähm, auf dem Parkplatz vom... Hm? Genau. Also ich bin ja auch auf dem Parkplatz, oder bist du hier nicht? Bist du bei der Fahrschule auf dem Parkplatz? Ja, ja, genau, auf der Fahrschule. Ach so. Ja, okay, dann komme ich da jetzt hin. Ich beeil mich. Okay, bis gleich. Ja. Das können wir uns gut erklären, wie im PD, wenn du mal sitzt. Ja, aber unten bleibt, kommt immer viel. Hm. E? Mhm. Okay. Ich melde mich bei dir. Aber kann er dann auch so machen, dass Ariane das Modul gemacht hat? Weil ich weiß ja, ne, also nur weil Ariane ja weiß, ne? Ariane weiß ja auch, dass er irgendwie degradiert wurde, aber mich wundert, dass der halt noch nicht so ganz oben ist. Oh, da ist sie. Fee! Ich weiß, ich weiß, du magst keine... Scheiße, siehst du geil aus. Oh, danke schön. Lass dich anziehen. Ja, kein Stress. Ja, was Poppen, was Crackchen, ne? Oh mein Gott, Fee, ich kann es nicht glauben! Ich habe größere Zitzen bekommen, weißt du wieso, weil ich es zugenommen habe, aufgrund der krassen Muskelkraft, die ich aufwenden musste. Dadurch habe ich so richtig riesengroße Muskeln bekommen. Meine Güte, du siehst fantastisch aus. Oh, die Schuhe. Oh mein Gott, Fee, es gibt so viele neue Klamotten in der Stadt, aber das ist gerade wirklich zweitrangig. Ähm, du, äh, oh, guck mal, ich habe, ich habe keine Worte. Ich weiß, ich habe immer von dem Tag geträumt, aber ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Jetzt, wo du halt wirklich wahrhaftig vor mir stehst. Was merkst du das schon? Was, Barbara da schon? Was, Herr Weiß da schon? Herr Weiß hat mir geschrieben, wer ich bin. Oh mein Gott. Ach so. Ja, hey. Ja, hey, nachvollziehen. Was hast du denn gesagt vor dir? Schön, dich zu sehen. Ja, schön, dich auch zu sehen. Ja, äh, Max habe ich, Max habe ich schon telefoniert. Äh, boah, es gibt vieles zu erzählen, Ariane, das glaubst du mir nicht. Boah, ich, ich will, ich will auch wirklich, soll man irgendwo, komm, ich habe einen guten Platz, wo wir reden können, ja? Folge mir. Äh, okay. Hast du Hunger, hast du Durst, willst du irgendwas? Ähm, nee. Hast du zufällig eine Spitzhacke? Ähm, Baseballsteiger habe ich aber eine Spitzhacke nicht, nein. Der ist aber auch nicht meiner, ne? Der kommt bald wieder weg und das ist ein Baseballspiel. Warum, wofür brauchst du eine Spitzhacke? Barbara hat seit gestern eine Axt. Interner. Was? Oh. Wie interner, wofür? Ach so, arbeitest du jetzt wieder beim PD? Hast du mit der Kowalski geredet? Ähm, ich habe Kowalski, nein, noch nicht. Ich will unbedingt mit ihm reden. Ich hoffe, der stellt mich wieder ein. Oh, der war so süß. Ja. Was? Der war so, wo sind wir hier? Keine Ahnung. Ich folge dir. Ähm, ja, wir müssen, okay, wir gehen jetzt aus. War das gut? Ich wohne ja schon eine Weile, ich kannte das nicht. Ah, schön, ja. Ja. Gut. Gut siehst du aus, Ariane. Meine Güte, ey. Du siehst erst gut aus, du siehst richtig, oh mein Gott, und keiner geht so wie du. Ich habe das alles vermisst, wirklich. Du bist unkopierbar, ich sag's dir. Ich weiß. Mein Gott, so viele Leute werden freuen sich zu sich. Ah, warte mal. Weißt du ja meistens, dass du das bist? Der hat mich gefragt, wer sind sie? Und dann, naja gut, dann habe ich halt mein Zeug gemacht und seine SMS ignoriert gekonnt, weil das hat mich innerlich gekränkt, mein Stolz gekränkt. So, und, ähm, jetzt habe ich ihm gesagt, ja, Theodora halt, ne, so. Und was hat er dann gesagt? Nichts, also ich weiß nicht, der Rest, äh, der hat mir noch nicht geantwortet. Oh, ja, okay. Ähm, ja, ich, äh, muss dir sagen, die Stadt ist gerade tatsächlich in einer, in einer Ausnahmesituation. Aha. Ich war jetzt selber in der Weile, die ja, und hab das dann so ein bisschen, äh, nebenbei auf Venture mitbekommen, und zwar, äh, sind wir hier falsch? Bist du nochmal zurück? Ja, Entschuldigung. Äh, sagt ihr, das sind Venture-Informationen, sagt ihr ein EOD-Anzug etwas? Was? Also, was? Der wurde gestohlen vom, vom FD. Ah, EOD. Genau, es, 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 es waren, äh, es wurden Officer entführt und, äh, er wurde gezwungen, sich gegenseitig zu foltern. Ach, schön. Allgemein hochrangiger, steht alles auf Venture, nicht, kein Interner. hochrangige Beamte von sämtlichen Behörden. Es geht schon eine ganze Weile so, Motorräder haben uns zum Beispiel letztens, das ist, also uns, also nicht ich, warte, vergisst du, was ich gesagt habe, Motorräder verfolgen Menschen, die ich nicht kenne und es gibt Rohbriefe, es wurde jetzt Aluminiumpulver und Baupläne von der Bank und von anderen Behörden gestohlen und man vermutet jetzt, der Herr Weiß vermutet, dass es eventuell jetzt Anstiege geben können, da eine Bombe gebaut wird. Ah! Genau. Spannend. Cool. Da gibt es dann aber noch ein anderes Posting von dem Weiß, das solltest du dir mal durchlesen, wie denn andere Behörden darauf reagieren. Also ich weiß nicht, hier haben alle Lack gesoffen, sag ich dir. Alle bescheuert. Ich bin mal gespannt. Also ich bin noch kurz drüber geflogen, habe aber nicht so richtig viel mitbekommen, aber hey, bald würde ich sagen, gibt es eine bombastische Stimmung hier. Ja, hoffen wir, meine ich, ne? Warum machen wir nicht fertig? Was machst du eigentlich im Piddy? Ja, da ist, da kann ich, äh, das, ja, das, da reden wir später drüber. Komm hoch! Okay. Ach. So. Spitzhacker habe ich nicht, genau, ich habe aber Essen und Trinken und eine Zigarette dabei. Hast du eine Axt? Die hat Barbara. Barbara hat sich gestern im Pfandhaus einfach eine Axt gekauft. Ah, schön. Aber wirklich eine sehr große, weil sie irgendwas fällen muss, keine Ahnung. Ah, ja, 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 das kenne ich. Ja, du willst verwirrt sein, wenn du Barbara siehst. Ich hatte gestern die ganze Zeit Probleme, ja. Sie sieht etwas anders aus. Etwas anders. Hat sie wieder irgendwelche Beauty-Eingriffe vorgenommen? Äh, ja, so könnte man es auch nennen. Scheiße ist die Stadt hässlich, Mann. Ja, ich will, muss aber echt sagen. Ach so, hast du einen Wohnort? Herr Kowalski sagt, er hat was für dich. Kowalski ist Wohnmobil. Genau, also falls du was anderes haben möchtest, du kannst auch bei mir wohnen. Ich kann ja gleich meine Wohnung zeigen. Ja, mache ich. Balkon hier. Ich wohne bei dir. Du wohnst bei mir? Ja, okay. Ja. Ja, also, da ist sehr viel passiert. Seid ihr noch zusammen? Ja, so theoretisch gerade schon. Okay. Wieder. Wir waren auseinander. Sehr viel passiert. Ich, weißt du was? Das ist so viel, das muss ich dir einfach mal aufschreiben. Ist sehr viel passiert. Und gerade jetzt, er ist jetzt ein Monat weg. In der Heimat. Oh Gott sei Dank, ja. Und, ähm, naja, egal. Es ist wirklich sehr, ich kann das gar nicht im Wort, aber reden wir nicht über, reden wir nicht über Larry. Möchtest du eine rauchen? Ja. Okay, warte. Dann, hier, bitteschön. Dankeschön. Boah, Ariane, wusstest du, dass Affen im Zirkus sind, ne? Ja. Generell werden die ja nicht so gut behandelt. Aber, den Affen, ne, von dem ich dir erzählt habe, der wurde einfach gezwungen, im Zirkus Zigaretten zu rauchen. Ach du Scheiße. Ja, genau. Und dann, ne, irgendwann habe ich, naja, als wir den Affen gerettet haben, ne, dann mussten wir dem erstmal ne Kuchienpflaster geben, weil der abhängig war. Oh ne. Ja, aber mittlerweile ist er wieder gesund. Aber du musst dir vorher rasieren, ne, wegen, wegen Haare auf der Haut. Äh, die sind ihm ausgefallen, tatsächlich. Boah. Die Umstände waren nicht gut. Also, ne, deswegen. Und irgendwann, weil er so viel geraucht hat, habe ich dann auch angefangen mit dem Rauchen. Ach du Scheiße, leg mir am Arsch. Äh, später gerne. Äh, ne, hast du mal. Äh, gut, auf jeden Fall, ähm, nee, also ich kann gerade wirklich an alles denken, aber nicht an sowas. Ähm. Ja, ich muss mal gucken, wenn du bei mir wohnst, die Miete erhöht sich nämlich jetzt um 50 Prozent, das ist nicht mehr so wie damals. Ich muss, ich muss das mit der Dynasty dann heute noch klären. Und, äh, wer war cool, hast du so genug Geld, um mir vielleicht darauf, was die Hälfte zu verweisen? Ich bin ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wie mein Kontostand hier ist. Ach du Scheiße. Weil ich habe mein europäisches Geld selbstverständlicherweise nicht mitnehmen können, so, ne, und umtauschen und so, also um, um. Währung ist halt extrem kacke hier, deswegen habe ich es nicht gemacht. Keine Ahnung, wie viele Dollar, die ich hier, äh, auf dem Konto liegen habe. Ja, können wir gleich mal, können wir gleich mal gucken, ja? Gerne. Du müsstest doch bestimmt auch, du müsstest doch bestimmt ein ganz, äh, deine Wohnung ist wirklich weg, was sind deine Klamotten in der Wohnung? Welche Wohnung? Du hattest doch in Panitur. Richtig, ich habe sie gekunigt, ich musste sie kunigen. Ah, und deine Klamotten, wo sind die? Also entweder, weiß nicht, äh, deine Sti hat sich drum gekümmert und die irgendwo eingelagert. So, meine persönlichen Gegenstände. Dann fahren wir gleich mal hin. Ich habe sie versucht zu erreichen, die sind nicht da. Ähm, oder, äh, die wurden entsorgt, aber, ja. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall, also, äh, also ich kann dir, ich kann dir da auf jeden Fall, äh, Kowalski hat auch gesagt, wir helfen dir auf jeden Fall auf die Beine. Also auch, dass wir irgendwie Kühlschrank voll machen. Dann bin ich schön schon auf den Beinen. Ja, aber trotzdem, was ist jetzt eine Beine nicht da, dass du einfach Sachen hast. Ich weiß ja so, was du in etwa trägst. Können wir ja gucken, es gibt ja sehr viele neue Klamotten. Ich kann sowieso mal gucken, was du überhaupt... Oh, warte, ich will noch ein bisschen... Was machst du eigentlich als Officer? Welchen Rang hast du? Ja, das, ähm, wird jetzt gleich witzig werden. Aber ich weiß, ich ziehe das unter Interna an, welchen Rang man jetzt hat. Äh, ich sag mal so, wenn du deine Uniform... Kann man an der Uniform erkennen, welchen Rang man hat? Schon. An meiner konnte man das erkennen. Ja, klar, ne? Okay, warte, 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 ich muss kurz sagen. Mach ich. Danke dir. Kennst du einen, den kennst du gar nicht, ne? Dieks? Dieks. Dieks von PD hier? Boah, der ist super. Keine Ahnung, man. Du musst mir helfen, was beizumringen. Was, was warst du? Officer 3? Ne, du warst, du warst Sheriff. Ich war, ich war Assistant Sheriff, ja, irgendwie sowas. Deputy Sheriff. Das ist ja umfassbar. Ja, also ich war, bin eigentlich Officer 1, aber jetzt seit vorgestern oder so, bin ich auf einmal Officer 3 und Detective Trainee geworden. Detective Trainee? Ja. Ja, Mensch, Glückwunsch, oder so? Ja, ähm, ist das ein bisschen, weißt du, ich, äh, er weiß, er hat es ja nicht ausgedrückt, ich bin eine durchschnittliche Officerin. Ich bin nicht wirklich gut in dem, was ich tue, aber ich bin gut im Ermitteln, so. Und, ähm, mir fehlt sehr viel Wissen, weißt du, ich habe vor kurzem, jetzt erst vor einigen Tagen meine allererste Akte gemacht, und ich bin seit Oktober im PD. Ja, ähm, viele Sachen, ja, es ist alles ein bisschen schwierig, ähm, deswegen ist mein Leben gerade ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber, äh, ich, das ist gerade so aktuell bei mir, ist egal, wir gucken jetzt erstmal, dass wir dir helfen, ich gucke mal kurz was. Was ist das für ein Drink auf den Finger? Der ist von Max. Ah, bist du mit Max verheiratet? Nee, es ist einfach nur, damit mir keiner auf den Sack geht. Oh. Ah, das heißt, du bist nicht verheiratet. Nee, ich bin nicht verheiratet. Oh Gott sei Dank. Warte. Warte, ich muss mich mal ganz kurz hier auf Venture einloggen. Wer weiß, hat schon wieder was gepostet? Ich gucke mal nach, was es überhaupt auf Ventures zu sehen gibt. Ja, du siehst jetzt auf jeden Fall, welche Leitläden geöffnet haben und welche nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Funthouse hat geöffnet, da können wir uns auch einkleiden, aber ich wurde ja richtig klein rum. Äh, Keybox ist scheiße, geht da mal nicht hin. Ähm. Was haben wir denn noch? Die Bank hat geöffnet, LS Taxi. Das UpToDate hat geöffnet, da können wir jetzt gleich hinfahren, wenn du willst. Was zum Fick ist Los Andes Observer? Das ist quasi sowas wie Weezy News in Dreckiger. So merke ich mir das immer. So ein bisschen, die sind auch immer vor Ort, also ist so wie so ein Blaulichtreporter. Äh, ist relativ gut tatsächlich, aber liegen mit, äh, mit dem Pidim klinisch, weil die tatsächlich direkten News von Einsatzorten, während das noch lief, gepostet haben. Sodass man halt wusste, wer da steht, was und das alles natürlich sehen konnte, ne? Äh. SAPD. Was? SAPD? Das bedeutet... Ich gucke mal, wann Deines hier heute aufmacht. Sheriff? Ne, hä? Was bedeutet SAPD? San Andreas, bitte. Alter, ich könnte heute was verbinden. Ich müsste Kontakt mit jemandem aufnehmen, ohne dass er weiß, dass ich Kontakt mit ihm aufnehme. Und das könnte ich jetzt über dich machen, weil er auch bei der Deines die Arbeit ist. Ja, von mir aus, ne? Ja, den könnte ich echt anrufen. Sag mal, äh, SAPD, ne? Ja. Das heißt, San Andreas PD, oder? Das heißt, SAPD, Too Much Volcano. Nein, ähm, das heißt, äh, ja, San Andreas, äh, ne? PD, Police Department. Okay, äh, gut. Max! Hat Max angerufen? Was? Telefonierst du? Oh. Ich hab keine Ahnung, ich bin, ich bin bei Dingsbums, wie heißt das? Äh, hier. Äh, Ariane. Sag ich die Nummer von denen? Die hab ich gar nicht. Äh, mein Auto steht woanders, aber, wo bist du? Bist du weit weg? Okay, bis gleich. Ich soll Max abholen. Oh, okay, das können wir direkt machen. Bist du mit deinem, du bist mit deinem Auto hier, ne? Ja, aber es sind zwei Sitzer nur. Oh, so willst du mit dem Viersitzer fahren? Ich hab zwei. Okay, warte, lass mich nur ganz kurz mal was gucken, ja? Plötzlich reich geworden, ne? Nach Officer rein. Wer? Du. Ne, ich fand die Tante. Ich hab ein unauffälliges und dann immer noch mein, mein Tulip. Ah, okay. Ich mach die Telefonnummer von jemandem, aber ich krieg die raus. So, alles gut, okay. Dann wollen wir mal los. Und wer arbeitet so beim PD noch so? Kennt man irgendwelche? Es ist sehr viel, ja, wahrscheinlich sind da noch Leute, die du kennst, aber es ist sehr viel Fluktuation auf jeden Fall da. Ähm, kennst du, boah, ich weiß nicht mal, kennst du ja Koskeda? Ja. Jo, den kennst du, Äh, Tanaka, äh, Weiss. Kennst du, äh, Hill? Ja. Ja. Äh, Guckum? Ja. Ähm, Herr McKinney? Ich glaube nicht. Oh, das ist aus dem John Wick. Musst du mal gucken. Da war, wieso? Das ist, mein Gott, ey, ja. Ja, jeder, der hier wohnt. der ist noch dort. Äh, ja. Das ist aber mega intern, aber den siehst du wahrscheinlich dann sowieso in Uniform, das ist ja auch egal. So, ähm, möchtest du den Dilettante, das ist, also wir brauchen den Viersitzer. Ja, also hier vorne enden wir einen, der ist nur nicht so schnell, aber dafür, ja, scheiße, gar nicht mehr. Ja, gut. Und Karte? Ja, Karte auch. Oh, und es gibt verschiedene Departments. Hast du das mitbekommen, Das? Also ich wusste, dass das geplant war, aber was? Guck mal, guck mal hier aufs Navi. Guck dir das mal an. Äh, Sekunde, warte. Äh, ich guck kurz den Gurs, ja. Das Navigationsgerät, ja. Oh, du hast ja alles eingespart. Oh, ach du Scheiße. Genau, und ich wollte immer nach der Pierrot oder zum S-D. Eins, Pjunt. Jupp. noch zwei vom S-D, das was eigentlich immer war. Okay, beim S-D hat sich nicht viel geändert, ne? Ich wünsche, du könntest jetzt im gleichen Department wie ich, aber wir müssen, du musst ja mit Herr Weiß reden, wegen der Anstellung, ne? Ja, wieso mit Herr Weiß? Oder mit, ja, weil ich hab mit Kowalski, ah, weißt du was, hast du Kowalski schon angerufen, hast du schon mit ihm telefoniert? Ja, aber der kommt, der ist, der ist nicht erreichbar aktuell. Oh, ne. Also, ich mein, Kowalski ist ja derjenige, die sich um das, äh, hier, das, wie heißt das, Sheriff Department kümmert. Ja, ihr solltet, ihr solltet vielleicht wirklich miteinander reden. Das war Max, oder? Kannst du mal Max anrufen? Ich glaube nicht, dass es Max war. Das war Max Auto, also Max fährt so ein ähnliches Auto, kann das sein, dass es jemand anders war, aber zur Sicherheit? Äh, ich glaube nicht. Äh. Ich ruf. Wer, sowas wie Detektiv auch was für dich? Detektiv? Ja. Sehe ich aus wie ein Knecht. Wann heißt ein Knecht? Hallo? Also, ich sag mal so, und Detektiv war nie interessant für mich. Ich finde halt, du warst Swords, ne? Operationsmäßig, ja, genau. Swords ein bisschen, bam, 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 ein bisschen Action, Action, aber ohne viele Ermitteln so. Weil ich glaube nicht, dass ich, ich glaube nicht, dass es so für mich, ähm, so produktiv sein wird, denn ich habe viele andere Dinge vor meinem Leben so, ne? Und zeitlich wäre es vielleicht ein bisschen doof. Ja, ich verstehe gar nicht, was du meinst. So. Hast du... Ach, hier ist Observer, okay. Hm. So, warte, äh, lustiger, weißt du, was lustig ist? Hast du das jetzt markiert? Ich wäre nämlich wieder zum Stadtpark gefahren. Ich habe schon wieder vergessen, wo Max wohnt. Das ist nämlich noch nicht lange hier. da ist er doch. Ist das nicht Eddies Auto? So. Da wir haben ja. Max! Oh, Ariane. Äh, hallo. Oh, oh mein Gott, was soll das denn? Oh, viel. Oh, Ariane. Alter, das ist echt. Max! Hallo. Ja, ein Ticket. ist okay, nicht so viel. Hallo, Abstand, ein Meter Abstand. Eins, zwei, passt, hallo, geh weg. Wow, ich freue mich so, dass diese Widerzeiten hier... Ja. Oh, egal. Manchmal kommt es noch durch, ne? Ah, die Fresse wächst. So. Was macht ihr? Ja. Do you eat ass? Ja. Ja. Nein, hör auf. Schön, es hat sich dies verändert. Wie oft denkt ihr eigentlich an das Römische Reich? Oh mein Gott, Ivan hat mich das gestern auch gesagt. Nein, das ist wirklich? Ja, und ich hab gesagt, wer denkt an das Römische Reich? Und er hat gesagt, er denkt schon ab und zu, da sind wir schon beeindruckt, was die gemacht haben. Okay, weiß Fee, wer wer wer, Fee weiß ja gar nichts über dein Privatleben, Oder habt ihr schon gequatscht jetzt darüber? Nicht wirklich. Ja, Max datet gerade jemanden vom PD. Und, Max, hast du, Max, erzähl doch mal, erzähl mal, erzähl mal die News von dir, Max, erzähl, erzähl es viel schnell. Was für News? Wie, was für News? Voltarinschmerzverband? Oh Gott, nein, hör auf. Was? Ja, ich fange ab morgen bei mir mit dir an, ne? So ist es. Ah, cool. Das heißt, jedes Mal, wenn ich dann erschossen werde, Wenn du dich auf die Fresse legst, dann versorge ich dich, so ist es. Schön, das freut mich. Dann rufe ich dich persönlich an, ne? so einen Rumpfinger in meiner Wunde, ne? Ah, wisst ihr was? Ich habe da richtig, ich freue mich da richtig drauf, ne? Boah, voll geil. Max, ich bin so stolz auf dich, Fee, ich bin so stolz auf dich, dass du das mit dem Tierheim gemacht hast. Überhaupt, dass du, dass du wirklich einfach weggegangen bist und so viel da erreicht hast. Das war bestimmt nicht einfach, weil du hast ja hier auch viel erreicht, aber das wird ja jetzt wieder... Das ist ein Tierheim. Ich sag mal so, ne? Ich hatte eine gute Zeit, ich habe mich viel vermisst. Oh, Moment. Oh, Herr Weiß. Ja, hallo? Frau Barnes, wie sieht es denn aus bei Ihnen? Ja, zeitlich sehr stressig. Ich habe jetzt gerade hier, äh, fröhlich mein Privatleben, denn ich stehe gerade vor einer wundervolle Dame, die ich seit über einem Jahr nicht gesehen habe. Sagen, Monate. Welche Dame ist das? Max! Es ist Feodora Ivanov. Hallo! Oh, Gottes Willen. Aufhören! Aufhören! Wo war die denn? Die ist einfach verschwunden. Ja, äh, ein Tierheim in, äh, in da, wo sie herkommt, keine Ahnung, aber, äh, ja, sie ist wieder da und sie weiß tatsächlich nicht, dass Herr Kovacic kein Sheriff ist, sie will nämlich wegen einer Wiedereinstellung mit ihm reden, aber ich habe jetzt mal nichts gesagt, weil sie selber mit ihm reden. Wie lange war die denn weg? Immer ein Jahr, glaube ich. Sie hat gesagt, sie hat gesagt, sie hat gesagt, dass sie, äh, sie kontaktiert hat und sie haben gefragt, wer ist, ja, wer sind sie? Ja, keine Ahnung, ich kriege eine Nachricht, ich bin wieder in der Stadt, keine Ahnung, wer das ist. Ja, okay. Das war, das war sie. Okay, alles klar, ja, sollte sich, ja, okay, alles klar. Ja, okay, dann, bis später. Nein. Ich glaube nicht. So, das war Herr Weiß. Der Weiß, der wusste nicht, wer du wirklich bist, wegen der, der hat nur die Nummer gesehen, ich bin wieder in der Stadt, du wusste nicht, nur wen die Nummer ist. Äh, Ex? Ich habe meine K-Pop-Russe mit drauf. Er macht so viele Selfies, immer. Was hat der Herr Weiß gesagt? Freut er sich? Freut er sich nicht? Der ist sehr, äh, verwundert, so, oh, wow, wie lange war sie jetzt weg? Er hat gefragt, wie lange du weg warst, man nicht, also, neun Monate. Was? Eigentlich war es so ein Jahr weg, du hast mir vor genau einem Jahr geschrieben. Ja, aber ich war nur neun Monate weg, ich habe da einfach nur vor einem Jahr das letzte Mal geschrieben, Meg. okay, das fehlen hat drei Monate, ja. Äh, ja, er hat schon gesagt, du, du müsstest wahrscheinlich aber nochmal, ähm, ja, eine kurze Lernzeit durchlaufen. Also, ja. Oh Gott sei Dank, mein Gott, ey. Wieso? Du willst, ach so, du willst dann nicht die Fahrt, ja, das dann hier mal ohne. Ey, ganz ehrlich, guck mal, erstens, guck mal, also, schnauze jetzt, erstens, äh, eine kurze Zeit, easy peasy, lemon squeezy, richtig gechillt, ne, damals war es schon richtig, vor allem mit dem Vorwissen, easy peasy. Zweitens, ich habe da bis Officer 3 Zeit, keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Das ist halt geil. Ja, ich beneide dich jetzt schon. Ich muss die Leute nicht anschreien. Obwohl, kommt es darauf an, wenn Kowalski mich wieder an seiner rechten Seite haben will, dann vielleicht, aber ich weiß nicht, ob ich das machen werde, weil, äh, naja. Ja, du solltest doch direkt mit ihm reden. Ja. Hey, wieso denn? Ja, das sagt er dir dann. Ne, sag du mal. Ne, das sagt er dir dann. Oder willst du wirklich, dass ich dir das sage? Ne, ne, Herr Kowalski hat mit mir geredet, er wollte mir nämlich auch nicht sagen, dass du ihn angeschrieben hast. Ich hatte ihn darauf angeschrieben und habe es dann aber auch den anderen nicht gesagt. Ich wusste aber nicht, dass die schon Bescheid wissen und, äh, hier, da. Ja, ich denke, er will dir das selber sagen. Aber lass uns mal ganz kurz zum Geldautomaten gehen. Ich bin gerade sehr neugierig, der ist direkt hier vorne. Du bist neugierig, wie viel Geld ich habe, ne? Ja. Max? Was ist denn? Ist Kowalski, ist er noch mit seiner Frau zusammen? Oh, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Okay. Ich gucke auch mal. Wieso fragst du? So. Oh! Das geht jetzt sogar einiger machen. Und? Wie viel Miete zahlst du denn? Äh, ist er, warte, kann ich kurz gucken? 85 zahle ich? Oh ja, okay, das ist ja günstig. Ich lasse dann auch vom Konto für. Das geht sich gar nicht. Boah, komm, sag mal bitte jetzt. Genug. Seien wir nicht so ein, Mann. Es ist wirklich nicht viel. Die sind, glaube ich, nur 8.000 Dollar oder so. Ja, das ist das, was Max mir noch schuldet. Das ist doch super. Das ist doch viel. Ist das super? Ich war, äh, der Beauty Sheriff. Das ist nicht viel. Ja, aber, warte mal, fährst du immer noch das geile Auto? Was war das für eins? Ein Drafter. Drafter? Und, äh, wie teuer ist der? Weißt du das so? Wir haben damals mit meinem Ex-Mann, glaube ich, 70.000 geteilt oder so. Oh, scheiße, ja. Ich guck mal, wie teuer die auf Venture sind. Ich will einen Sportwagen endlich haben. Du kannst mir meinen Drafter für 50.000 abkaufen. Ja, da brauche ich noch ein bisschen. Würde ich sonst sofort machen. so. Max, zügel dich, das geht doch nicht. Hallo. Das ist, das nennt man sexuelle Belästigung, okay? 85.000, äh, der ist im Wert gestiegen. Du kannst mehr dafür nehmen. Oh, cool. Hier verkauft einer für 85.000. Ja, es gab so ein bisschen so Preisanpassungen und so. Moment. Ist das ein 8F-Drafter? Ja, ne? Ja. So, hier haben wir ihn, warte mal, für 85. Hier ist noch einer für 76. Ähm. Äh, benötige, okay, hier will einer den für zwei Tage und will 4500 bezahlen. Das ist auch irgendwie gar nicht, ne? Ja, du kannst auf jeden Fall, also wenn du Geld machen willst und dein Auto verkaufen willst, was ich schade finde, ich würde es auch kaufen, ich könnte. Nein, ich kaufe, ich verkaufe nicht, keine Sorge. Okay, ja, dein ist direkt da vorne, aber ist ja keiner da. Ich gucke mal kurz, wie die Öffnungszeiten von denen sind. Äh, Max, hast du, ähm, wen hattest du als Makler für deine, deine, für eure Dynastie-Wohnung? Ich frage mich von diesem Niklas Berger. Okay, hattest du jemals einen Makler namens, äh, Max Harvey? Nee. Nee. Das erste Mal, dass ich hier eine Wohnung von Dynastie bekommen. Ah ja, stimmt. Und dann gucken wir mal, Administration, mhm, Dynastie, haben die hier ihre Zeiten stehen, natürlich, sagen wir die nicht. Sag mal, kurze Frage, du hast ja gemeint, es gibt ja diese unterschiedlichen Departments jetzt, ne? Ja, ja. Das heißt, sind jetzt diese ganzen neuen Sheets überall? Mhm, mhm, ja. Ja? Ja, das kann man ja auch öffentlich, denke ich, mal einziehen, anhand der goldenen Streifen. Ja. Da sind, ja klar, also da sind, äh, äh, Dings, ich hab das ja noch mitgekriegt von damals. Hier, ähm, bei wem bewirbt man sich dann? Ja, äh. Ich vermute mal nicht Herr Weiß, oder? Herr Weiß? Achso, Herr Weiß ist jetzt übrigens nicht mehr der Chief, sondern Commissioner. Ja, damit hat er dann nicht mehr zu tun mit den ganzen Einstellungen, Das ist ein Deines-Tier-Auto. Ey! Rucht er jetzt an bei Deines-Tier. Ah. Ariane, wie du da hingegangen bist. Ja, Moment. Äh, Drittschüssel könnt ihr nicht machen, das fehlt bei euch. Oh, ne, ne? Den machen wir bei mir. Fee, ich hab leider nur, du kannst doch bei mir ein Bett schaffen, mich interessiert das nicht. Ist okay. Aber, ich schlau auch hier. Aber, Larry hat auch Zugang zur Wohnung, also den lass ich da auch rein, ne? Du hast du Bescheid weiß. 1, 0, 3, 1, 0. Dann ist die Mobil nicht erreichbar. Ist doch bescheuert. Ja, wie immer halt. Ja, vor allem nicht erreichbar. Äh, Max, ist das das Auto von Eddie? Ja. Okay. Ist der gerade bei euch? Ja. Gut. Ähm, wo das Auto hier steht? Ich hab mir so fragst, ob das hätte ich gehört. Da ist mir ganz kurz hier meine Struktur im Kopf. Ich muss so nach Binkos heute. Fee, ähm, ja, ich kann dir glaube ich nämlich so den Zweitschlüssel nicht geben, das müssen wir die Leiter über deines Team machen. Alles gut. Ja. Ja. Dann möchten wir das heute. Ähm, wie ist das, äh, weil, hm? Was denn? Nee, ist alles gut. Nee, sag ruhig, sag ruhig. Ich hab meine Gedanken vergessen. Kennst du übrigens schon, ich hab das, also ich trag das immer ja um mich herum, wie du siehst, ne? Wow, ist aber noch ein altes Modell, oder? Oder? Ist das noch altes Modell? Das ist das, das ist halt das Modell, was ich hier irgendwann mal gekauft habe. Ja, ist das das mit diesen richtig coolen Zoom, die man dann sieht? Ja, ja. Wow, zeig mal, geh mal, geh mal. Ähm, warte, ähm, ich geb's ja gleich. Worauf, vor, Max, war das schon sehr schön. Ähm, äh, oh, ich hab das Boden ein bisschen zu eng gemacht, ich krieg das grad nicht so richtig von meinem Kopf. Also ich brauch die Telefonnummer von dem Dingens da, ne? Ähm, magst du mal, wie, wie, magst du den Boden locker, ist meine Hand, wie, scheiße. Ich, ich werd mal kurz die Telefonnummer rauskriegen, ja, eine Sekunde. Nee. 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 Das kann ich nicht machen. Oh, Larry, jetzt bräuch ich gerade. Ähm, McSavi. Oh, ich kann deine Nummer. Dynasty. Mitabaito. Hallo, wir ziehen jetzt einen Dollar aus den Dynasty. Schön die Grafik. Oh, bin ich blind? Natürlich, er ist ja ein Boomer, er hat auch seine Telefonnummer da stehen. Das war so klar, wieso falle ich mich das überhaupt? Kann, kann er dir ja auch diese Boomer heutzutage? Max Harvey, kannst du ein Law & Justice? Ja, Max Harvey, Ariane Barnes hier, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern? Ja natürlich, hallo, Frau Barnes, ich grüße Sie! Fantastisch! Ja Harvey, eine Frage, sind Sie noch bei der Dynasty tätig? Äh, ja, aber ich bin beurlaubt. Ich bin beurlaubt bis zum 1.10. und zwar habe ich mich selber beurlauben lassen. Oh, ich wollte gerade fragen, ob Sie Kacke gebaut haben. Nee, nee, habe ich nicht, nein, ich habe hier die Anwaltskanzlei übernommen und ich habe da gerade so viel zu tun, wie gerade neu aufgebaut ist und da habe ich mich beurlauben lassen. Ach so, ja, ja, okay. Ja, okay, wahrscheinlich. Was kann ich denn für Sie tun? Kann ich irgendwas für Sie klären? Ja, das wäre nur ein Zweitschlüsselangelegenheit jetzt gewesen mit einer Freundin, die seit nach einem Jahr wieder auf der Insel ist. Ähm, ich dachte nur, okay. Ja, aber ganz einfach, Frau Barnes, schreiben Sie doch einfach an die Dynasty 8 in der Mail mit den Namen, Telefonnummer, Telefonnummer, Geburtsdatum und Venture-Mail-Adresse und Kontonummer und dass Sie ganz gerne einen Zweitschlüssel haben wollen. Und dann kriegen Sie einen Vertrag zugeschickt, eine Nebenabrede, die muss Sie unterschreiben und dann geht das los. Ja, das Problem ist, das wäre ja jetzt erstmal akut, weil Sie heute wieder da ist und irgendwo, ja, erstmal ein paar Tage... Heute werden Sie auch den Schlüssel nicht kriegen. Oh, ja, da kriege ich hin, das kriege ich hin, ich sag's Ihnen. Nee. Weil ich Meisterin bin. Das glaube ich nicht. Oh, ja, wetten wir. Ich, äh, gebe Ihnen eine Flasche Champagner, wenn Sie gewinnen. Oh mein Gott, ja, okay, dann lassen Sie mir jetzt nicht hingehen. Gut. Und Sie müssen mir gar nichts geben. Ja, das finde ich gut, das können wir genauso machen. So, nee, äh, aber äh, noch eine Frage. Ähm, jetzt, äh, wann, äh, seit wann sind Sie beurlaubt, das ungefähre Datum? Äh, ich gucke mal ganz kurz... Seit wann haben Sie mit der Dynasty jetzt erstmal gerade im Moment nichts am Hut? Äh, ich gucke mal ganz kurz in meinem E-Mail-Postfach rein. Ja, noch einen Blick. Ähm... Mit einer kleinen Sekunde? Ja, ja. Kann ich weiter zurückgucken... Gut, gut. Genau, ich habe mich, ähm, wo ist mein Kalender? Genau, ich habe mich ab dem 11. bis zum 1. also 11.9. habe ich mich beurlauben lassen. 11.9. Okay. Genau, und jetzt bis zum 1.10. 1.10. Hatten Sie in der Zeit noch mit Herrn Reigns zu tun? Ja, den habe ich ab und zu mal getroffen, na klar. Also der war so bis zum 11.9., also bis dahin haben Sie ihn auch noch. Ja, 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 na klar habe ich den ein paar Mal getroffen. Auch darüber hinaus da jetzt? Können Sie sich das letzte Mal erinnern? Oh, wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Ich glaube, ich habe den, warum habe ich ihn das letzte Mal gesehen? Ja, also am 11.9. und dann habe ich ihn privat getroffen. Ein paar Mal am Stadtpark habe ich ihn da getroffen. Am Stadtpark? Ja, am Stadtpark habe ich ihn ein paar Mal gesehen. Bei Evan, ja. Bei Evan? Also hat er auch mit Herrn Anderson geredet? Ja, also da waren ein paar Mädels dabei und die haben mit ihm gesprochen und er war mit dabei. Ja, na klar. Also, okay. Dann jetzt noch eine persönliche Frage von mir. Fangen Sie ruhig, alles gut. Ja, haben Sie denn noch mit Herrn Anderson zu tun aktuell? Ja, ich glaube nicht. Ja, gut. Ich glaube nicht. Ich habe ja leider Anwaltsgeheimnis, sonst könnte ich Ihnen das sagen. Ja, als Ernst. Ja, also ich glaube, seitdem ich den Co-CEO abgelehnt habe, nachdem ich ja so ein bisschen was switchern gehört habe, also nicht jetzt von irgendjemandem, ich habe gesagt, pass auf, alles gut. Zwischen uns steht nichts oder so eine Sachen, aber ich habe das in seinen Augen anders gesehen. Und, ja. Okay. Und wie gesagt, dadurch, dass ich ja guten Kontakt mit Maria habe und, ja. Ja, aber Sie haben jetzt auch nicht irgendwie, dass Herr Anderson Ihnen jetzt irgendwie böses Blut Ihnen gegenüber hat? Und da haben Sie da jetzt irgendwie so ein bisschen jetzt gerade auch wegen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wegen der Vertretung von Maria, Sie sind ja jetzt nicht in irgendeinem Fokus geraten oder sowas? Wieso die Vertretung von Maria? Haben Sie gerade gesagt? Nee, habe ich nicht gesagt. Doch, Sie haben es gerade gesagt. Nein, ich habe, ich, nein, ich verstehe mich gut mit Maria, nicht die Vertretung von Maria. Haben Sie gesagt, und jetzt wegen der Sache mit Maria? Scheiße. Ja, weil ich mich mit Maria ganz gut verstehe. Ja. Ja, okay. Sie wissen aber auch, dass ich natürlich, ne, mit Leuten auch befreundet bin, das ist ja jetzt auch kein Kurzgeheimnis. Achso, okay, gut, ja. Ja, gut, ich habe Ihnen ja gesagt, warum, wegen der Schweigepflicht kann ich Ihnen das ja nicht sagen. Ist es bei Ihnen soweit alles okay, oder? Das ist halt die Frage, inwieweit, also wie offen wir miteinander kommunizieren können, beruflich. Naja, wenn meine Mandante mich von der Schweigepflicht enthebt oder so einer Sache, dann kann ich das natürlich tun. Das ist gar kein Problem. Ja, ja, okay. Nee, 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 das würde ich auch erstmal lassen, weil ich mache mir gerade natürlich auch privat ein bisschen Sorgen, ne? Ja, ja, ich sage es mal so, ähm, also ich, ich sage es mal so. Passen Sie einfach, ich weiß, dass es schwierig ist, man muss aufpassen, was man sagt. Ich habe da vollkommen... Nee, das Verhältnis mit mir und Evan, das ist ja kein Geheimnis. Genau. Also ich meide momentan den Stadtpark, sage ich ganz ehrlich so. Ach nein, ja, aber das ist, das tut mir jedes Mal so leid. Also, Herr Harvey, wenn Sie irgendwie irgendwas bemerken, wenn Sie sich irgendwie auch nur ansatzweise denken, okay, ich könnte hier in Gefahr sein, dann bitte, bitte, ich weiß, Sie sind Rechtsanwalt, Sie wissen das selber ganz genau, aber bitte melden Sie sich bei mir. Ja, das ist wirklich ganz wichtig gerade. Ja, ähm, ja, also ich hatte ja mal, ähm, ich weiß gar nicht, mit Herrn Tanaka hatte ich mal ein langes Gespräch gehabt, ähm, und, äh, da ging es mal darum, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das so... Sind Sie gerade im Dienst oder kann ich Ihnen das so sagen? Äh, ich bin, ich bin gerade, gerade aktuell bin ich nicht im Dienst. Okay. Ich bin da auch privat unterwegs. Aber Sie sind ja auch so Polizistin, ist ja egal. Ja, ja. Ähm, ich habe, äh, ab, Herr Tanaka ein langes Gespräch gehabt, wie es denn eigentlich mal aussieht, was ist, wenn es um Mandanten geht, die, sag ich mal, im Zivilverfahren sind und nicht im Strafverfahren sind, wo man, äh, eine Gefährdung feststellt. Ja. Na, ähm, wie man da reagieren drauf kann, weil das, äh, ich sag mal, Zeugenschutzprogramme oder so eine Sache in Zivilprozessen gibt es eigentlich ja nicht. Es gibt es ja nur in Strafverfahren gibt es das Gesetz aktuell nur her. Ähm, nur, äh, ich sag mal, das ist eben da jetzt so die Sache, wo, wo ich gesagt habe, Mensch Herr Tanaka, da würde ich ja gerne mal mit dem Detective drüber sprechen, wie das mal aussieht, ähm, wie sich das verhält. Also, Herr Havi, vielleicht können wir ja, äh, allgemein nochmal, äh, wirklich, wenn ich in Uniform bin und, äh, ich da auch Kollegen dabei habe, denen ich, äh, sehr vertraue, vielleicht kann man ja einen Weg finden, wie man einfach nochmal beruflich miteinander, äh, redet und da, äh, so ein paar Sachen einfach austauscht und vor allem, wenn es Gefahrensituationen gibt, wenn man da auch nochmal jetzt ein bisschen aktiver wird. Ja, ja, also wie gesagt, ich, äh, ich sag's mal so, ähm, meine Tür steht Ihnen immer offen, also wenn irgendwas ist oder so eine Sache, ähm, wie sagt in der Kanzlei ist ja Diskretion angesagt, also von daher, wenn Sie hier vorbeikommen möchten, gar kein Problem, ne? Ja, okay, alles klar, das ist gut zu wissen, Herr Havi. Also wie sagt die Kanzlei, Kanzlei Lohan Justice, die ist in Schlongberg-Sachstower, äh, wo auch, äh, Schlongberg-Sachstower, äh, wo auch, äh, Schlongberg-Sachstower, genau, richtig. Ja, 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 ja. Ja. Ja, gut. Ja, denn, 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 das Gebäude geht nicht, ja. Da, wo Ben-Scheid drin ist und beitern, da sind wir zu schulen. Ja, ja, ich weiß genau, welches Gebäude, ja, ja. Schlong-Dong-Jones, ja, okay, ja, gut. Ja, genau, ja, 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 ja. Ja, gut, dann melde ich mich bei Ihnen, aber wenn, wenn Sie jetzt auch, ne, wenn Sie Probleme kriegen, so melden Sie sich einfach bei mir. Ja, alles klar. Okay. Dann, dann, dann haben Sie vielen Dank für den Anruf. Darf ich mir Ihre Nummer eigentlich einspeichern, oder? Ja, machen Sie das, machen Sie das. Okay. Äh, auch gerne mit, äh, PD119. 119, okay, mach ich. Okay, super. Bis dann, Herr Havi. Passen Sie auf Sie auf. Tschüss. Ja, bei sich, tschüss. So, noch ein Telefonat, dann bin ich fertig. Noch ein Telefonat. Ja, ich werde. Ein wunderschön, Ari. Wie kann ich dir helfen? Ein wunderschön. Ich habe Informationen für dich. Informationen für mich? Ja, und zwar zu den Herr Reigns. Ja, Moment, Moment. Lass mich kurz ins Auto setzen, dann kann ich mitschreiben. Ja. Weil genau darüber reden wir auch gerade, Herr Creamer und ich, über Reigns. Ja, vielleicht ist es auch eine Information, die ihr schon habt, aber man kann ja abgleichen. Ja, besser als, also lieber doppelt als keiner, ne? Also, jetzt kannst du ausschließen. Genau, ich habe gerade mit dem Herrn Maxwell & Harvey gesprochen. Der ist Rechtsanwalt, hatte auch eine Zeit lang mit Evan Anderson zu tun, und arbeitet auch bei der Dynasty, ist aktuell aber beurlaubt. Er hat Herr Reigns zuletzt bei der Dynasty gesehen, am 11.9., aber danach auch noch ein paar Mal privat, und zwar zuletzt am Stadtpark, wie er mit Evan Anderson geredet hat. Lustigerweise. Am 11.9.? Und seitdem ist, genau, seitdem ist Herr Harvey beurlaubt, also er hat sich selbst beurlaubt, weil er gerade viel zu tun hat. Und da hat er ihn auf jeden Fall noch in der Dynasty gesehen, und er kann den genauen Tag nicht sagen, aber ein paar Tage danach auch noch am Stadtpark. Am Stadtpark war er mit Evan Anderson, ja? Ja, mit Evan Anderson. Ich wusste nicht, dass sie miteinander zu tun haben. Ich dachte, okay, dann gebe ich die Info jetzt mal weiter, dass man vielleicht wenigstens ein paar Daten hat. Ja, gut, das wusste ich auch nicht. Aber das habt ihr wahrscheinlich selbst. Oh, okay, super. Also, sehr gut, ja. Gut. Wir haben aber, glaube ich, keine, von den letzten Jahren gab es keine Leichen, das heißt, wir haben keine Leute, die da irgendwie ins Muster stehen könnten. Nicht, dass Evan Anderson immer was damit zu tun hat, aber sehr gut. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Genau, ich kenne ihn, da war er gerade frisch auf der Insel, das macht dann keinen Sinn. Es sei denn, er war schon auf der Insel und niemand wusste davon. Ja, oder ja, ist es. Man weiß ja nie. Ich höre den Namen ein bisschen zu auf den Nitz der Zeit. Ja, ich auch. Ja. Jede Akte, die ich habe, habe ich irgendeinen Namen drin und dann, ach, Evan Anderson hat mit dem zu tun. Ja, genau das ist jetzt auch bei einer Akte, die ich ja auch noch dazu habe. Das ist seltsam, seltsam. Er hat wohl überall irgendwie seine Finger am Spiel. Ja, okay. Ja gut, das war es dann auch schon. Ja, kein Problem. Bis dann. Bis dann. Ciao. Hallo. Guten Tag. What's going on? Ich habe denn... Kowalski ist Sargent 2 und Tramble ist jetzt Sheriff. Das Ding ist, ich habe, glaube ich, mit Tramble telefoniert. Er meinte so, ja, komm vorbei, wir klären das schon mit der Einstellung. Ja, dann gehen wir doch direkt hin, oder? Oh, ja, das wollte ich dir nicht sagen. Ich wollte, dass Kowalski dir selbst sagt. Ja. Aber ey, whatever road's your boat. What? Erstmal, Max, hast du dein Auto hier? Ja. Ist so ein Viersitzer, oder? Ja. Ja, dann würde ich mein Auto erst so zu mir nach Hause fahren. Das ist ja direkt hier vorne. Kommst du mir hinterhergefahren, dann können wir alle mit Max Auto nach oben fahren. Weil das schneller als mein... Weil der 60 fährt. Was ist das Hauptquartier des BSCO? Bitte was? Was ist das Hauptquartier vom BSCO? Paletto Bay oder Sandy Shores? Oder... Ja, schau auf deine Handy-App. Mein Gott, ey, du bist wirklich wie ich. Du hast mich dazu gebracht, du bist schuld. Jetzt ernte dein, was du gesät hast. Ja, ich wollte eigentlich dich ausbilden. Nein, egal, das hatte ich jetzt auch alleine. Ohne Scheiß kannst du immer noch fahren. Ja, komm, ja, okay, machen wir so. Komm, ich lass mich jetzt einschätzen. Nein, wir fahren nach... Keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, was das Hauptquartier ist. Kennt ihr Spongebob? Wie spielst du denn Spongebob aus? Spongebob, 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 Spongebob. Ja, mit diesem komischen, mit dem Helm, mit dieser Sandy da. Spongebob, Spongebob. Spongebob, Spongebob. So, Max fahr uns hinterher. Oder fahrt mir beide hinterher. Spongebob. Ja, die Sache gerade mit... Wer hat ja Maria erwähnt? und Arianne wusste gar nicht, dass er mit Maria überhaupt zu tun hatte. Eigentlich. Passiert. Ja. Schneide ich an. Es geht los. 27 Dollar kostet hier übrigens nur das Tanken. Das ist ein Hybrid. Ein Hybrid? Also, ja. Cool. Oder Elektrowagen. Ich weiß es nicht. Geh mir nicht mit Autos aus, aber der kann sehr langsam anfangen. Naja, gut. Ich sag mal so. Wenn du nicht weißt, was für ein Auto das ist, dann ist es ziemlich schwierig, wenn du da Elektroauto, Diesel oder Benzin tankst. Ja, das stimmt. Ich geh da einfach, steck da mal einen Schlauch rein, da Ding rein und dann, weißt du was, ist egal, wir wechseln Thema. Der lädt wahrscheinlich auch, okay. Ich hab gerade so viel im Kopf, das glaubst du überhaupt gar nicht. So viel, dass ich manchmal Dinge miteinander verwechseln. Das ist bei dem, was ich gerade mache, sehr gefährlich. Bist du lebensbedroht? Nein, bist du gerade bedroht? Nein. Ich meine, ich bin jetzt wieder hier, also werde ich nicht mehr bedroht. Moment, was ist passiert, als du weg warst? Wurdest du da bedroht? Na, ich sag mal so, mit Schirschus Verein wird man halt nicht reich. Äh, ja, aber reich an Erfahrung. Toll, danke. Ich muss da jemanden... Aber mit Erfahrung kann ich mir kein Essen kaufen. Denkst du eigentlich, mit Ehrlichkeit kommt man weiter? Mit Ehrlichkeit gewinnt man Vertrauen? Ehrlichkeit, Vertrauen, grundsätzlich ja, aber wenn man nicht, also wenn die Person nicht weiß, dass man nicht ehrlich ist, dann... Ja, es wäre etwas, was irgendwie rauskommt. Deswegen muss ich ganz kurz nochmal telefonieren, was ich dir gerne mache im Moment. So, Max kommt ja jetzt sofort hinterher, Sekunde. Ja, Max kommt ja jetzt sofort hinterher, aber ich sage jetzt trotzdem alles gut. ... Ja, Eine gibt verbreidELLE, Also, wo ich sage, ist das etwas wie ein Trauma von ein und das sự. Ich meine, ich bearsere dich, wie Du sein Dietl Supports Vielen Dank. 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 You're the one that I want. Honey, the one that I want. Honey, vermiss dich voll übrigens. Habe ich auch nicht mehr so oft gesehen. Ich habe sie angerufen. Ja, okay, okay, ja, pass auf dich auf. Ja, okay, ja, pass auf dich auf, so, also nichts interner Mäßiges, ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Barbara ist fett geworden. Ja, 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 okay, ich bin jetzt scoren. So Dank ich 말씀드�, ja, 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 ja... Ja, ich bin ja, 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 ich bin ja überlegen, was gibt es so für Veränderungen, also irgendwie gibt es da viele Veränderungen, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich kann dir wirklich jetzt auf Anhieb nichts sagen. Aus welchem Grund? Was findest du an Larry so toll? Ich will nicht über Larry reden. Okay. Ja, ansonsten, ja, Piddy, ne? Danke, Fee. Danke dafür, dass sich mein Leben in eine sehr interessante Richtung verändert hat. Und dass du dann einfach abgehauen bist danach. Mir ja leid. Ich hatte halt, ich hatte eine Wahl, aber egal. Ich habe uns beide immer auf Streifen gesehen. Ich wollte wegen dir ins SD und er weiß nicht wie die ins SD. Ja, bist du im SD? Nein. Wieso nicht? Ja, vor allem auch. Ich habe mich am Antrag gestellt und wurde abgelehnt. Wieso wurde das? Und ich wollte vor kurzem noch kündigen. Und jetzt bin ich Detective Grady. Es ist alles sehr wild bei mir im Moment. Ach, Max, du hast das nicht gehört. Obwohl, warte mal, das ist ja eigentlich nicht schlimm. Max, kannst du das bitte trotzdem für dich behalten? An sich ist es nicht schlimm. Man sieht es ja, man würde ja meine Uniform sehen. Da habe ich jetzt ein paar Streifen so. Aber... Ja, das sollte nur besagen, dass du Officer 3 bist, aber das bist du Detective. Ich weiß nicht, vielleicht gab es da auch irgendwelche Veränderungen. Ich war schon länger nicht da. Aber hier, Dingsbums, was wollte ich fragen? Du kannst nicht im SO-Detektiv sein, oder? Nee, ich denke nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber das ist doch nicht wirklich... Ja, wer weiß, wenn ich eingestellt werde? Aber das ist doch nicht wirklich interner. Man stellt sich ja auch so vor Zivilisten. Also jetzt nicht, ne? Aber eigentlich stellt man sich doch auch so vor. Ja, theoretisch. Also jetzt nicht so, aber als Officer 3, das sieht man ja. Man kann es halt... Also interner kann man ziemlich weit spannen, ne? Das ist immer ein schwieriges Thema gewesen. Weil ich erzähle halt... Ich erzähle gar nichts. Frag Max. Ich bin eigentlich... Ich habe keine Gesprächsteile mehr mit Barbara und Max. Wir treffen uns da reden, aber nur über die beiden. Weil ich ja sonst nicht weiß, was ich erzählen soll, ne? Ja, du erzählst halt nichts über deine Arbeit. Aber alles andere kannst du ja erzählen, wie du lustig bist. Man erzählt nichts über den Inhalt der Arbeit. Da gab es auch noch irgendwie so eine... Da gab es auch noch irgendwie so eine Änderung und sowas. Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht mehr. Deswegen sage ich einfach gar nicht. Das ist aber keine gute Einstellung, Ariane. Ja, also... Ach, wie ich und ich schreibe es einfach. Ja. Ja. Aber bist du glücklich? Ich bin gerade... ...am brennen für eine bestimmte Sache. Die mir persönlich wichtig ist, aber auch im Beruf. Ja, das kann ich nicht sagen. Ah, beruflich. Okay. Ja. Also wenn ich heute noch eingestellt wäre, kannst du es mir dann sagen? Ja, ich... ...weiß ich tatsächlich nicht. Vielleicht bist du eine korrupte Schlampe. Ja, genau das bin ich. Das war der Grund, wieso ich damals weggefahren bin. Damit hier man mich nicht findet und so weiter. Also deine Spuren verwischt oder was? Richtig. Naja, ich sitze jetzt mit zwei Leuten im Auto, denen ich halt wirklich vertraue. Ich würde euch übrigens auch mein Leben anvertrauen. Ich glaube, Max würde wegrennen und weinen. Aber trotzdem würde ich Max meinem Leben anvertrauen, weil ich weiß, Max würde jemand anrufen. Was heißt hier wegrennen und weinen? Also es kommt drauf an. Moment mal, was heißt es kommt drauf an? Na, wenn da ein Typ steht mit dem Gewehr und der hat dich schon weggeballert, bleibe ich nicht bei dir. Ach, was ist, wenn ich noch meine letzten Atemzüge gerade mache und theoretisch Hilfe... Gar, wer der Schütter eigenes Leben schreit auf die andere Person. Wann, du hast nochmal Ariane? Nee, alles gut. Sorry. Achso, ich darf hier vorne ja nicht parken. Äh, nicht? Ich habe vorhin dort geparkt, okay. Ja, ich darf, dass du nicht eine Staffel bekommen hast. Es ist mein Partplatz, aber ich wäre... Äh, Fewe, ich müsste dann deine Cine-Mail schreiben, aber wenn die heute auch kommen, würde ich einfach da hingehen. Dann muss ich deine Telefonnummer, deine Kontonummer, dein Name, dein Geburtsdatum, bla. Okay. Und dann kriegst du... Dann kriegst ich aber heute den Schlüssel nicht, sondern erst in der Woche oder so gefühlt. Also wie machen wir das jetzt? Ähm... Willst du nicht doch lieber erst mal beim Herr Kowalski in das Ding, da was er gemietet hat? Nee, also wenn ich Kowalski erreiche, dann auf jeden Fall bin ich bei Dame. Aber jetzt, wo ich ihn erst mal nicht erreiche, dann, keine Ahnung, nur in der Nacht oder... Ja, du kannst ja trotzdem, ja, was gerade sagen, kannst du trotzdem bei uns immer da übernachten. Ich glaube nicht, dass das der Haupt ist. Ich glaube, dass das Handyshot ist immer nach der Haupt ist, weil das war damals meine Einsatzstelle. Äh, Meg? Das sieht hier schöner als Handyshows. Meg, kann ich kurz mit dir reden? Ja. 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 Vielen Dank. Wenn ich weiß, du bist dead und dann nicht um mein Leben. Nein, du musst auf jeden Fall dich schützen und ganz im Ernst, ich würde auch alles tun, damit du geschützt bist. Habt ihr geläßert? Ja. Ein bisschen, ja. Ich hab gesagt, ich hasse dich dafür, dass du so wunderschön aussiehst. Ja, das ist bedeidenswert, ne? Wer ist es? Also Treble ist auf jeden Fall nicht hier, ich kann dich immer noch nicht erreichen. Ansonsten sind die Chores. Ja, dann gehen wir uns in die Chores. In die Chores. Da, was hast du für lange Nägel, wie kannst du so arbeiten? Oh ja, Fee, du solltest dir mal, es gibt ein paar schöne neue Frisuren im Katalog und Max kann tatsächlich Nägel und Haare machen. Nee, kann ich nicht mehr. Oh nein, was kündigt bitte, ich brauch dich. Kündigt, ja, weil ich beim MD anfange und beim MD darf nur einen Job haben. Nee. Ein Nebenjob. What? Er hat gesagt, selbstverständlich darf sie mehrere Job haben. Wunderbar. Ja, die haben es mir nichts so gesagt. Hä, bist du, vielleicht hast du was falsch verschnallt? Das macht irgendwie, ich glaube... Einmal haben die das gesagt, gefühlt. Aber nur, dass sie Bescheid wissen, sie dürfen nur einen Nebenjob haben. Ich so, ja, ist okay. Sogar beim Frisuren. Ja, du darfst einen Nebenjob haben. Ja, Alice Taxi. Oh, ja, stimmt. Ja, okay, dann heißt das aber nicht, dass du nur einen hast, sondern einen Nebenjob. Ja, genau, einen Nebenjob und MD. Ja, okay, Alice Taxi, stimmt, ja. Leider. Ihr seid beide noch bei Alice Taxi? Wo hieß es? Alter, alter. Hätte ich einen Sonderstatus bei Alice Taxi bekommen, dann hätte ich dort König und bei Friseur geblieben. Für Alice Taxi, Exklusiv-Friseur und MD-Lea. Mach alles bei euch. Jetzt fehlt nur noch ein Tätowierer bei uns. Ja, das stimmt. Also ich bin komplett tätowierend. Ich auch. Äh, Fee, eine Frage noch? Ja. Ähm, wäre Alice Taxi auch eigentlich was für dich so? Nein. Für vorübergehende Sachen? Nein, okay, du würdest dich sofort jetzt wieder anstellen lassen, du Suchtlappen. Nee, also, keine Ahnung. Alice Taxi wäre bestimmt auch ganz lustig so, aber... Das Nebenjob, meine ich, falls du mal, äh, unter Leute willst, so. Ja, muss nicht, muss nicht, ne? Also für mich, äh, ich mag's ja. Wäre interessant, sag ich mal so, aber ich weiß halt wegen zeitlich nie, ne? Äh, ja. Verstehe ich sehr gut. Allein schon der Fakt, dass ich zurück ins PD will, ist eigentlich relativ fahrlässig bei mir, aber... Ja, nicht wirklich, du kannst, äh, deine Situation gleich, äh, ich hab auch gesagt, ich hab mit Kontakten mit den Charityvereinen so viel zu tun, du hast mit den Tierheimen so viel zu tun, und, äh, dass das einfach woran rein klar ist, ne? Und ich hab einfach viel Nachtschlaf. Also, eigentlich bin ich in einer Simulations-Weltmeisterschaft drin, äh, die sehr ernst ist, aber ja, das Tierheim. Ach so. Fax? Ah, ah, ah. Ich muss, nein, alles gut, ich muss nur kurz heftig niesen, aber es kommt nicht raus. Äh. Das ist immer so unangenehm, ne? Nee, es kommt nicht raus, okay, wir können weiterfahren. Ja, 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 so ist es. Boah, ich sitze hier im Auto, ich würde am liebsten direkt alles erzählen, ne? Es ist einfach so ein vertrauenswürdiges Ding schon wieder, ne? Was soll? Ja, wach ist es. Geht einfach mal scheißen. Safe Space. Fee, wusstest du, dass es hier ein Punishment Dungeon gibt? Ist das was? Es gibt ein Punishment Dungeon bei der Bayview Lodge, hab ich im Radio gehört. Oh, cool, was kann man da machen außer Punishment? Ein Punishment Dungeon? Das weißt du doch. Stimmt, das hast du mir erzählt. Ja, ja, jetzt bin ich nicht. Ich hab doch irgendwie drei Namen im Kopf und alle sind falsch. Ich muss kurz überlegen, wir alle eins. Ich bin komplett verwirrt, ich bin ehrlich. Ey, ich hab voll Bock in die Safe Zone zu gehen, hat jemand da mal Spaß? Ich möchte ein bisschen, irgendwann mal einen schönen Abend da verbringen. Oh, Safe Zone ist super. Ey, die haben, die haben halt voll die neuen Sachen. Also irgendwie alles, bunte Cocktails und der Kuchen, den kennt ihr ja auch schon. Also sehr, sehr gute Sachen. War letztens am Petit und haben da mit so einem Bagelchen, waren sie da. Ja, sonst warte ich auch gerne. Ich hab da gerne Community Policing gemacht. Oh, das ist gut. Oh, Community Policing, das würde ich auch machen, ja. Du bist auch für die drei, dann hast du kein Community Policing gemacht? Wie, wenn du wüsstest einfach. So. Ja, müssen wir, wenn ich eingestellt werde und rekrut werde, dann fahren wir zusammen Streife. Ja, ich glaub da... Oh mein Gott. Ich glaub dazu kommt es im Moment gar nicht bei mir. Ich hab das Zeit... Nicht, schaff ich einige... Oh ja, weißt du was? Das machen wir. Scheiß drauf. Ja, klar machen wir das. Und dann machen wir Community Policing. Du arbeitest nebenbei und ich mach einfach alles andere. Ja, bin ich dafür. Also ganz ehrlich, ich erschieße die Leute, ich verhause die Leute und du machst dein Zeug, was du machen musst. Warte, ich geh jetzt mal kurz raus. Ohlala, das ist ein schönes Ding. Ja. Da ist keine Piste drin. Wer muss was? Da ist kein Schwein drin, sag ich dir. Ach so. Scheiße, der Gurken tut mir da. Geht es? Ja. Auf jeden Fall... Ich hab so ein Ohr um den Kopf, ne? Eine Sängerin hat ein neues Album rausgebracht. Das ist zwar nur okay, aber die Songs, die gut sind, sind richtig gut. Aber willst du wirklich im... Willst du nicht wirklich... Willst du nicht im Mischung-Video anfangen, Fee? Ja, ich kläre das mit Rambler ab. Da, wo ich gebraucht wäre, da werde ich anfangen. Entweder als... Ich glaube, du bist hier. Ich glaube, du bist hier gebraucht. Hallo? Bist du da sicher? Oh. Oh, perfekt. Ja, das oder... Na. Ja, ja, ja. Da sind aber nicht... Keine BCO-Leute. Ja, wir haben gerade angefangen. War Trendy nicht der Ältere? Das war der mit der Grau Mar und der Fernsehleiter auch. Ja, ja, ich dachte, vielleicht ist er auf Streife mit jemandem von der Stadt, könnte er sein. Und darf man das wieder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das darf. Ich bin... Max, bitte? Nein. Und vielleicht hat er leise angemacht. Wir wollten sexen. Oh, nein. Schönen guten Abend. Guten Morgen. Hallöchen. Moment mal. Hallihallo. 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 Ja, Hallihallo. Ich bin weg to the Roots, ne? Dachte mir so, komm, das war's jetzt. Ich war ja eine Weile weg. Und jetzt will ich wieder voll durchstarten, aber Treml ist nicht erreichbar. Der ist Sheriff, Mann. Wie ist er Sheriff geworden? Also, klar, das hat mich nicht er Sheriff geworden, aber das hat mich alles ein bisschen verwundert. Es ist verdammt viel passiert, seitdem du nicht mehr da bist. Ich hab's gemerkt. Ja, super. Aber das mit Twembley, das könnte eine Weile dauern tatsächlich. Habt ihr irgendwie eine Alternative, was ihr machen könnt? Kann man sich irgendwo bewerben? Bei BCSO? Ja. Per Venture Mail, einfach Bewerbung schreiben. Oh Gott. Okay. Oh, weh. Hey, was denn? Voll cool. Dann fang ich der Rekrut an. Und dann werden sich alle Rekrut-Sachen machen und ein bisschen meine Eier schaukeln. Richtig gut, ich freu mich drauf. Ja, back to the woods, oder? Ja, wortwörtlich. Da kann ich vielleicht sogar mal alle Ränge durchspielen. Oh, das wär super. Hast du das nicht? Ja, von Officer 1 wurde ich Officer 2, danach wurde ich Starge und 1, danach wurde ich... Was? Captain? Und dann wurde ich hier, rechte Hand von Gewalt geöffnet. Das ist ein Sheriff. Es ist ein Sheriff, genau. Ja. Schon sehr nice. Und das ist jetzt... Die 3er brauche ich noch und alle anderen. Das ist jetzt, wie lange, verdammt noch mal eher? 9 Monate. 10 Monate. 10 Monate. 9 Monate. Oh, ein Jahr. 10 Monate. 10 Monate. Sind da immer noch so richtig krasse Richtlinien, wie man was machen muss, damit man diese Ränge erreichen kann? Ich glaube, wir fahren wieder auf Streife. Natürlich gibt es die. Okay. Alles klar, da wünsche ich euch viel Spaß, ne? Ne, gut. Ja. Versucht euer Glück. Ja, es wird noch eine Weile dauern, leider. Ja. Ansonsten können wir mal... Ja. Wie kannst du mal die Commission nachreden? Am besten mal eine SMS. Ne, da komm ich gleich mal. Ja, gut, ich verstehe. Ja, gut, ich verstehe. Ja, am besten mal eine SMS. Das ist, glaube ich, sinnvollste, weil dann gucken die drauf, wenn die Zeit haben. Ja, ich schreib dir mal. Und ansonsten, äh, wer ist zuständig denn für die Academy? Ja, das ist Kukum. Ja, dann lass, dann lass zum MRPD fahren. Okay, komm, let's go. Ne, könnte auch schwierig sein, aktuell. Ich glaube, ich gehe gleich mal zur Arbeit. Irgendwie fühlt sich das gerade so an, als würde ich vielleicht gleich zur Arbeit gehen. Ich weiß aber noch, Hyper Little Baby wurde ihn abgesperrt, als ich dort hochgefahren bin. Ah, das stand tatsächlich auf Enscher, da wurde, ähm... Ja, da wurde ein Bus transportiert. Ah, genau. Stimmt. Ich habe da so ein Helikopterding gesehen. Ja, da war so ein, 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 so ein riesen, keine Ahnung, Ufo, ne, so ein, so, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich habe nur gesehen, der Bus da lag halt irgendwie am Strand, weil da mal irgendjemand den Abhang runtergefahren ist. Ja, das ist ja auch schön. Hört sich ja positiv an, also hat sich nicht viel geändert. Nö, die Todeskurve bleibt eine Todeskurve. Echt? Ja, okay. Wunder mich nicht. Es gibt nur weniger Kollegen, die da reinfahren, wenn wir gefühlt. Hm. Ich bin da früher viele Kollegen reingefahren. Na gut, ich bin als Einziger nicht im PG. Ja, also ich auch nicht. Ja, du zählst nicht. Ja. Wie hast du mich grad genannt? Nee, hatte ich das nicht. Okay. Nee, ich will dich nicht abhalten, ne? Haut rein. Und wir hören uns auch. Aber schön, dich mal endlich nach so langer Zeit wiederzusehen. Ja, ne? Finde ich auch. Ich hoffe bald in Uniform. Ja, weil gucken. Ich werde nicht so oft, also ne, nicht so immer da sein aufgrund dessen, dass... Es ist halt ein bisschen schwierig, ne? Aber ich werde mein Bestes geben. Flexible Zeiten. Flexible Zeiten. Sehr, sehr flexible Zeiten. Sehr, sehr flexibel. Ja, es ist okay. Okay. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Alles gerne, fahren wir mal weiter, ne? Euch dann noch einen schönen Abend erstmal, ja? Ja. Auf rein. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Das sah direkt aus. So gehst du hin? Max, kannst du mich zum PDM fahren? Wollt ihr mitkommen? Ich wollte mich da nämlich... Jetzt hat das ja nicht auf einmal Erkundin gehen gebraucht. Genau. Ja, let's go. Okay. Oh, ich hab ihn da drin gepackt. Äh. Äh. Ach so. Äh, so. Warte mal. Wüsst ihr, was ich voll gerne esse? Gemini. 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 Die liebe ich. Die sind so lecker einfach. Ja, sag das noch lauter. Ich hab nicht so ein bisschen Bordzugar oder so. Oh. Ja, dann äh... Max, darf ich einen Rauchen im Auto? Na, wenn ich das Fenster offen mache, dann ja. Also... Max, ähm... Ich... Also... Das... Raucht dort kein Dach. Was? Trotzdem. Dankeschön. Okay. Ah, ja. Ich fühle mich wie Tom Ryder, wenn ich mit dem Auto so fahre, ne? Meine Güte. Ich freu mich auf Februar. Februar? Ich... Ich... Ich fühle mich wie Tom Ryder, wenn ich mit dem Auto so fahre, ne? Meine Güte. Was? Wieso? Ich weiß gar nicht, was da ist. Ich auch. Was ist da denn? Da lege ich mich ins Bett. Im Februar habe ich mir jetzt extra Themen für gemacht und lass meine Fantasie einfach freinlaufen. So ist es, da lege ich mich ins Koma. Ja, ich werde da auch gar nicht ins Koma nehmen. Da werde ich einfach gegen die Wand rennen, so schnell ich kann. Was ist denn? Was ist denn im Februar? Hallo? Bix, sag du mal, was ist denn im Februar? Wie gesagt, ich lasse meine... meine Fantasie freien Lauf. Ich hoffe, es ist nicht die Finale. Oh mein Gott, ich will dabei nicht abkratzen. Ach so. Und ich werde schwanger. Okay, alles klar, dann lass mal deine Fantasie. Ich werde schwanger von jemandem, der sehr viel Shampoo benutzt. Okay. Ja. Ja, Fee, wir sind... Weißt du, eben in Geheimnisse reden mittlerweile? Ja, ja, alles gut. Wir haben eine Geheimsprache. Ja, 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 sie ist krass geheim, ja. Ja. So, ich werde meine Zigaretter raus. Jetzt schaue ich noch mal in meine SMS. Oh! Ah, und im Sommer werde ich mich auch sowas von auf die Schnauze legen. So ist es, dass ich mein Haus nie wieder verlassen muss für zwei Wochen. Weil da kommt die neue Staffel von Finale Fantasie 14 aus meiner Lieblingsserie. Oh mein Gott, das hört sich total interessant an. So ist es. Teil 10 hat dir ja nicht gefallen. Bitte? Teil 10 hat dir ja nicht gefallen. Teil 10 hat mir gefallen. Doch, aber ich bin halt... Du hast gesagt, dieses ist scheiße. Nein, ich bin halt ein Teil... Zwölf war scheiße. Ich bin halt ein... Ich bin halt ein... Freund von sieben und acht. Nein, weiß ich gar nicht! Ich war 12 toll. Ich war 12 toll. Ja, ein bisschen halt. Es gab einen Teil, den finde ich besonders toll. Da geht es um eine Krise und um den Chor. Vala Krise! Vala Krise! So. Wann fährt du später noch Taxi? Bho, ich weiß nicht. Also wenn ihr jetzt alle weg geht, dann... Ich kann mich wahrscheinlich hinlegen. Der Pio, was ist die du? Ich bin ja nicht meine. Ja, ich bin ja auch... Du musst immer mit Ivan telefonieren. Das ist doch gegenüber Santa! Wieso muss ich mit Ivan telefonieren? Ja, weil er auch gerade im P.D. ist. Ja, aber wieso soll ich denn mit ihm telefonieren? Ja, damit du ihn kennenlernen kannst. Seid ihr jetzt schon zusammen, oder nicht? Nein. So, was ist denn, Freund? Nein. Ja, was denn jetzt? Nein. Noch nie habe ich gesagt, dass der mein Freund ist, aber es ist so auf dem Weg, aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ah, der Freundschaft Plus. Hey. Sorry. Oh, da vorne ist ein Sheriffaut. Nee, ist gar nicht. Entschuldigung, hat mich gesagt. Was ist das für ein Auto, das von den, äh... Oh, ich weiß. Loco, Loco, Loco? El Polo Loco? Was zum Fick? Ah, der Stadtpark. Immer wieder toll. Wo fahren wir jetzt hin? PDM, ne? Ja, PDM. Was zum Fick ist PDM? Warte mal. Äh, Premium Motor, da vorne sind sie, da links. PDM, Premium Motor. Sports. Da fehlt noch was. Premium Deluxe Motorsports, meinst du wahrscheinlich. Premium Motorsports. Glücks heißen die, oder? Keine Ahnung. Premium Deluxe Motorsports. PDM. Kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem redet und ihr beide nicht wisst, ob ihr euch gegenseitig vertrauen solltet? Nein. Und das Gespräch dann super weird ist, weil jeder ist immer so super vorsichtig, was er sagt? Nee. Nee, ich hatte gerade so ein Telefonat. Ich fände die voll anstrengend, wenn ich mit jemandem drauf achten müsste. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich in den Menschen getäuscht habe oder ob ich richtig nage ich. Das ist gerade super weird. Ich packe einfach da. Hihi, hihi, hihi. Äh. Max, wie sieht's so aschemäßig aus? Weil ich würde mir auch mal gerne wieder ein neues Auto holen. Hier ist Maffee, willst du ein bisschen Hotdog haben? Ich, erst kein Fleisch. Hier. Äh, 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 ja, äh. Diese Ammonation mit ihrer komischen Werbung, das hört sich immer, als würde da irgendjemand ballern. So geschaut, ob wir aufgenommen haben? Boah, Alter, ich kriege hier bei den Geräuschen. Haben die überhaupt laufen? Ich guck mal. Hallöchen, arbeiten Sie hier? Ja, ich arbeite hier. Äh, haben Sie jetzt geschlossen oder offen? Ne, ich hab noch offen. Perfekt. Ich bin noch da. Okay, ja, ich will Sie von dem Beratungsgespräch da vorne nicht, äh, fernhalten. Ne, alles gut. Äh, das war nur eine Kollegin, die macht gerade Feierabend. Ah, okay. Ähm, ja, ich, ich würde mich mal beraten lassen und fragen, was Sie denn so für, äh, gebrauchtwagen hier haben. Äh, gebrauchtwagen haben wir tatsächlich drinstehen. Dann können wir mal reingehen. Ja, ne? Ich hab hier schon mal einen Wagen geholt, deswegen, äh, bin ich dann jetzt nochmal hier mal gucken. Vielleicht wird es ja irgendwann mal was Neues. Ja. Also tatsächlich ist der Hellfire, also der Blaue da hinten, ist gerade leider reserviert. Aha. Ja. Weil er gerade das Gespräch mit der Bank hat. Ähm, ansonsten hätten wir den... ...Josemite Rancher. Äh, der hier links, ne? Ja, genau. Ja, ne, der wär's nicht, aber der Schwarze, der ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer, oder? Der Schwarze, der geht tatsächlich vom Preis her. Ja, okay, mir wurde letztens schon gesagt, geht tatsächlich vom Preis her und dann waren 60.000. Nein, 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 nein. Also, ist okay. Ist noch unter, äh, unter 50 auf jeden Fall. Das ist ja echt. Dann sind wir jetzt 49,99. Ne, tatsächlich sind wir bei 41.000. Einer für... Was ist das für einer? Das ist ein Flash-GT. Oh, den würd ich mir mal gerne angucken. Genau, so ein Gebrauchtwagen, hat Leistungstuning. Ja. Und, äh, 2900 Meilen runter. Ja, ach, da geb ich nicht wirklich was drauf. Ja, gut, das ist ja... Ne, ich sag's halt trotzdem, gehört dazu. Ja, wie schnell fährt er denn? Äh, ja, einen Moment. Ah, ist gut, dass ihr nicht seid. Der Flash-GT fährt serienmäßig 101 Meilen. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell er jetzt fährt. Denke mal, mit Leistungstuning schneller. Ja, ja. Macht Sinn. Genau, ist ein Zweisitzer. Wir sind aber schon sehr, also ich, ich wollte natürlich, ich wollte halt schon ein sportlicheres Auto. Ich fahr gerade tatsächlich ein Tulip, den fahr ich jetzt schon ewig. Ich lieb den auch, mein Tulip. Aber, äh, manchmal muss es doch ein bisschen schneller sein, von A nach B zu kommen. Und deswegen wollte ich mir ein sportlicheres Auto holen. Als es aber auch, ähm, ja, ins Budget passt, aber trotzdem, äh, schon, ja, an die 100 fährt. Äh, da hatte ich mich, da hatte ich mich so ein bisschen in den Zug Goy verliebt. Aber bei dem bin ich mir noch nicht sicher, wegen der Lenkung. Der ist ja schon so ein bisschen schwer, finde ich. Man gewöhnt sich an alles, ne? Der soll auch ausbrechen, hab ich gehört. Ja, ja. Ähm, genau. Also neu würde der Flash GT tatsächlich, äh, 44.000 kosten. Ah, okay. Äh, ungetuned komplett. Ungetuned, ja. Und so wie er jetzt hier steht, soll er 41 kosten. Oh, ich kann nicht mir den einmal vom, ich würde den einmal, äh, nochmal im Detail anschauen gehen. Ja, klar, ähm, ich kann ja gerne mal einen kurzen Schlüssel holen, dann können Sie sich auch mal reinsetzen. Ja, gerne. Ui, meine Güte, also, ist schon nett, oder? In meinem Fall wäre das nicht so, aber? Ne, boah, der sieht schon relativ schnittig aus, sag ich mal. Ich mag es schlicht, sag ich mal so, aber das ist an sich sehr sportliches Fahrzeug, ne? Ja, also schlicht will ich halt nicht mehr, ne? Ich hab, äh, schlicht hab ich jetzt. Ähm, weil der hier natürlich auch ganz kümmer ist. Das passt jetzt auch aufregend. Ja, auch, ich... Eigentlich wollte ich auf Eigentum sparen, aber ich weiß es halt nicht. Ich bin ja grad so hin- und hergerissen, weil Eigentum bekommen. Erstmal die Chance überhaupt zu bekommen, ist halt auch schwierig, ne? Ja. Ist halt sehr an Rennen angelehnt. Mhm. Auch von innen tatsächlich. Ja, das sehe ich. Das ist schon... Kann man denn beim optischen Tuning auch was, äh, machen an den, äh, an den Gurten? Mhm. Wissen Sie das? Sollte funktionieren, ja. Mhm. Also laut meines Wissens ja, ansonsten vielleicht mal bei Bennys Anrufen fragen. Okay, der sieht schon... Oh, meine Güte. Okay, der sieht doch ganz anders von Ihnen aus, als, äh, mein Popeliger Tulip. Das ist halt tatsächlich, äh, auf Rennen angelehnt alles. Ja, ja, das sehe ich. Oh Gott. Aber jetzt, also ich muss mal sagen, der sieht sehr cool aus, ja? Aber ich glaube, der ist tatsächlich doch so eine Spur zu Aura für mich. Eine ganz schöne Spur. Also es ist tatsächlich die Frage, ob man vielleicht sogar, ich glaube tatsächlich, dass er, wenn sie die Serienausstattung wieder reinmachen, sieht das, glaube ich, nicht ganz so schlimm aus, oder? Ja, nee, doch, das ist es jetzt nicht. Ich glaube einfach so generell vom Typ Wagen her. Ah, okay. Ich sag Ihnen mal zum Beispiel, ich finde, äh, vom optischen her, finde ich den, äh, Dominator GTX wunderschön. Ist für mich das schönste Auto, aber leider auch sehr teuer. Dominator GTX ist sehr teuer. Also wäre ja eigentlich die Hellfire ja rechts daneben eigentlich genau das Richtige. Aber der ist leider momentan reserviert. Da müssen wir leider echt warten, weil der hat jetzt gerade noch einen Termin mit der Bank, Entschuldigung. Ja, alles gut. Aber der ist wahrscheinlich auch, äh, in der Preislase doch ein bisschen höher angesiedelt, oder? Hm, tatsächlich nicht. Hm, wie viel kostet? Ja. Also der kostet jetzt, so wie er jetzt hier steht, ist auch ein Gebrauchtwagen, soll er 38 kosten. Hm? Okay, da würde ich, keine Sorge, ich weiß, der ist reserviert, ich würde nur mal gerne nochmal schauen. Ja, na klar. Genau. Und? Die Innerstattung kann man auf jeden Fall umfärben lassen. Ja. Beziehungsweise mal über Leder lassen. Okay, ja, der ist wirklich sehr, sehr schön. Nein, für jeden, nicht, ist jetzt nicht für jeden Beige was. Ja, nee, nee. Ähm, ich meine, okay, wenn er jetzt schwarz ist, muss ich sagen, wird das Beige sehr, sehr schön aussehen. Hm, ja, mit dem Blau finde ich auch ein bisschen schwierig, aber es hat was. Es ist ein Auto, das man so nicht oft auf der Straße sieht. Genau. Und, äh, wie ist das hier mit der Schnelligkeit? Einen Moment. Der würde tatsächlich neu auch 38 kosten. Hm. Ja, so wie der Sugoi halt, ne? Boah, da müsste ich wirklich nochmal überlegen. Also es ist schön, jetzt allgemein mal so ein, äh... Ja, der Sugoi kostet 35, ne? Ja. Der wurde mir auch letztens für 38 gebraucht angeboten, da muss ich auch ein bisschen lachen. Hatte ich mich auch nochmal vorher gründlich. Äh, gut, dass sie das sagen, übrigens so viel, die halt Neukosten. Sehr hilfreich. Ist ja klar. Ich finde, ich finde den schon schön. Wie schön, als wenn sie auch tatsächlich, wenn sie einen Gebrauchtwagen kaufen möchten und sie wissen, den Neupreis nicht, dann rufen sie gerne an. Okay, mach ich. Ich glaube, ich glaube aber, das war es jetzt erstmal. Ich glaube, ich würde ab und zu mal hier ein Schaufenster gucken. Ja. Und dann ebenfalls nochmal vorbeikommen, falls da was ist, und mich dann nochmal erpundigen wollen. Also doch schon eher in Richtung Maselka, neuere Modelle. Ja, so, ähm... Ja, ich finde Maselkas allgemein auch ganz schön, ne? So ist es ja nicht. Ne, es ist ja... Der Helfer ja hier vor uns ist ja auch Maselka. Ja, ja, das, das habe ich auch gesehen hier, aber, äh, ne Frage. Es gibt ja hier von den Dominator auch diesen GTT. Den finde ich zum Beispiel richtig schön. Ja. Aber es gibt ja auch den ganz normalen Dominator. Wie schnell fährt der denn? Der Dominator? Der normale? Der ganz publisch normale, ja. Ja, der fährt 92. Hm. Ja. Ähm, ja gut. Ich sag jetzt mal am besten den Neupreis, ansonsten nicht, dass sie sich den kaufen von Venture. Ja, den habe ich ein paar Mal auf Venture gesehen. Die Preisspanne ist auf jeden Fall, äh, sehr hoch und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht da richtig was nicht. Also ich sag's, ich sag's mal ehrlich, also der wird ja gerade für 32.000 angeboten. Mhm. Neu würde er kosten 19.000. Nein, jetzt, nein, was? Ja. Und der würde neu auch 92 waren maximal. Ja. Okay. Wir schreiben mal ganz kurz nach. What? Was ist das denn? Also Dominator kostet neu 19.300. Und der G... Jetzt mal, um's genau zu sagen. Und der GTT? Einen Moment. Und die kann ich auch alle bei ihm beziehen, ne? Genau, die können's alle bei uns beziehen. Der GTT fährt 96, würde tatsächlich aber 10.000, schon bei 30.300. Mhm. Na, das geht ja auch. Da... Ich kann ja allgemein Ihnen gerne mal die ganzen... Dominator-Preise nennen. Ja. Wenn Sie es möchten. Ja, ich glaub ab jetzt wird's ein bisschen utopisch, ne? Mh... No, es geht noch. Kann man nebenbei noch in diese... In diese Auto-App. Äh, ich bin nicht so bewandert da. Alles gut, das ist ein... Ja, ist ja alles verpiet. Mhm. Da bin ich da so... GTT... Genau, ASP gibt's noch den Schäuchten. Genau, den ASP. Ich find den sehr schön. Ja, der ist wirklich schön. Da bin ich tatsächlich auch schon mitgefahren. Ich find, der fährt sich auch sehr, sehr... Also, als Beifahrer fühlt man sich echt sicher. Okay. Das find ich halt auch sehr wichtig eigentlich, dass man sich im Auto sicher fühlt. Das ist eines der wichtigsten Punkte, ja. Und der hat tatsächlich ohne Leistungstuning fährt Spitze 102. Oh, ja, okay. Ist nur ein... Ist natürlich auch wieder nur ein Zweitürer. Mhm, das ist... Das ist okay. Und der würde... Der würde 42,7 kosten. 42,7? Kann ich... Der GTX fährt natürlich 80... Der kostet natürlich 80,7. Aber dafür fährt der auch 107. Ja. Hatte ich's halt auch von optischen, finde ich. Der schreit einen richtig an. Der ist Hammer, ja. Ja. Okay. Ich find das grad interessant. Kann ich meine Nummer hier lassen, falls ich vielleicht irgendwas in der Richtung mal gebraucht hier herbekomme? Oder geht das nicht? In die Richtung? Also in die Dominator-Richtung. Alles außer GTX. Und alles außer GTX? Ja, alles klar. Ansonsten fragen Sie vielleicht mal bei... Der arbeitet bei Happy Scrapyard. Der fährt einen ASP. Okay. Ob Sie den vielleicht mal Probefahren rufen? Ich glaub, das lass ich erstmal aus Gründen gerade. Gründen? Ja. Nee, aber ansonsten, ich würde, wenn ich darf, eine Nummer gerne hier lassen. Ja, dann sagen wir mal bitte kurz Ihren Namen. Ja, vielleicht bin ich in irgendeiner Kartei drin. Ariane Barnes. Ariane... Barnes. Müsste noch ein bisschen drin sein, aber ich schreib mir lieber nochmal die Nummer auf. Ich arbeite noch nicht so lange hier. Alles gut. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, das war die 666. 666. 996. 996. Das ist aber auch eine Traumhaft schöne Nummer. Ja, danke schön. Ich hab auch so eine... Ich hab auch so eine wunderschöne... ...wunderschöne bekommen. Was haben Sie denn, Pfeil? Es ist, äh... Was ist das? 944884. Ja, okay, die ist ja auch sehr nice. 944884. Das ist auch sehr super. Manche Leute haben da wirklich Glück gehabt. Glück gehabt. Gut, alles klar. Ja, wenn sowas wieder reinkommt, würde ich mich natürlich bei Ihnen melden. Ich schreib das bei uns nochmal im System in die Notizen rein. Gut, perfekt. Dankeschön. Und dankeschön für die Beratung auch. Also ich fühl mich hier wirklich jetzt richtig gut beraten. Keine Fragen. Das freut mich. Ja. Vielen Dank und passen Sie auf sich auf. Wir haben noch einen schönen Tag. Ja. Passen Sie alle auch auf sich auf. Machen wir. Tschüss. Schönen Tag noch. Achso. Ich bin Dominator jetzt. Dominator? Ja. Wieso Dominator? Wieso nicht so toll? Doch, die sind voll nice aus. Dein Auto kann ich mir nicht leisten. Das stimmt. Der ist aber auch um... Alter, mit deinem Auto konntest du mit so viel Gewinn weiterverkaufen. Ja? Ja. Ja, mit 20.000 nur. Nur? Schon viel. Was? 448? 884? Hm. Hm, 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 hm. Nichts, hm, 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 hm. Was wird das denn welded? Wohin jetzt? Sag mal. Einschnallen. Vieh. Ja, ich bin angeschnallt. Wir müssen die Klamotten holen, Vieh. Sollen wir uns mal auf Rodonis. Da gibt es so viel neuen Kram. So viele neue Bläser. Ich habe kein Geld. Ja, ich kaufe dir das. Nein, ich brauche keine Klamotten. Kowalski hat... Ich ziehe mir einfach die Schlabber-Hoodies von Kowalski an. Kuscheln mich so in seine Boxershorts. Lass uns wirklich gucken, wir müssen gucken, wo deine Klamotten sind. Ganz im Ernst, hol dir die zurück. Ich muss deine dafür anrufen. Ja, ich gucke gerade, ob die... Oh, und Didis Karsch. Ich muss sagen, PDM ist jetzt immer nur positive Erfahrung. Ich kaufe mir meistens nur einen Neuwagen. Nein, dass er jetzt auch die Originalpreise gesagt hat. Das hat der von Didis zum Beispiel nicht gemacht. Das fand ich jetzt gerade nice. Aber der von Didis zwar nett, aber der hat das... Ich fühle mich gerade sehr gut beraten. Der war auch sehr sympathisch, ja. Ja. Und mit Doin. Was haltet ihr von Stadtpark? Was gibt es da? Nein. Das sind Leute. Ja. Oh, Fee, du willst nicht glauben, Fee. Kennst du noch den Kiosk am Stadtpark? Ja. Der Typ vom Kiosk, ne? Der tut immer so, als würde der Stadtpark denen gehören. Als würde er was? Als würde der Stadtpark ihnen gehören. Ah ja, klar. Wenn er jemanden nicht mag, dann darf man nicht mehr dahin. Lass mal hinterher fahren und gaffeln. Nee. Ja. Nein, hallo. Ich arbeite beim PD, wir machen das nicht. Fee, und du bald auch. Ruf hier Trimley an. Sei bitte schnell wieder beim PD, Fee. Ich habe ihm der SMS geschrieben. Hat der schon Antwort vom Antworten? Weil er wahrscheinlich zu tun hat. Ach, Kowalski, mein Schatz. Oh, ich dachte gerade, du telefonierst. Nein, nein, nein. Oh, Herr Kowalski hat sich so gefreut, Fee. Das war so süß. Ich frage mich ja, ne? Ja. So kann man es gibt schon an, Essig. Bitte was? Ob der noch was für mich empfindet wie damals. Oh Gott. Ja, was ich noch sagen wollte, ist hier, wie PD, ne? Ist nicht mehr? Hast du wahrscheinlich gesehen? Ist niedergebrannt. Also wird da gerade so ein bisschen dran gewerkelt. Ach, das war das. Okay, alles klar. Okay, ich intervage einfach nicht. Ja, das ist öffentlich einsehbar auf Venture auch. Da gab es tatsächlich einen Anschlag. Und ich war, äh... Oh, cool. Sagen wir mal, ich war in der ersten Reihe, als das passiert ist. Und bin mit dem Leben davongekommen. Ah ja, praktisch. Dass du mit dem Leben davongekommen bist. Sonst wärst du ja natürlich tot. Das wäre kacke. So ist es. Hat Safe Zone auf? Ne. Was? Ich habe gefragt, ob Safe Zone auf hat, aber nicht, ne? Weil jetzt haben wir so viele Läden heute auf. Das ist aber krass. Wie hältst du davon, wenn wir später richtig hart einen drauf machen? Was bedeutet das, einen drauf machen? Äh, wir... Ich trinke Alkohol, du trinkst kein Alkohol und wir haben eine gute Zeit. Ich trinke kein Alkohol. Du trinkst doch kein Alkohol. Ah ja, ich trinke kein Alkohol. Oh, warte, oder so trinkst du Alkohol? Ich glaube nicht. Also früher habe ich halt kein Alkohol getrunken wegen... wegen dienstlichen Dingen, ne? Ja, das ist gut. Ich musste kurz an jemand anders denken. Okay. Da. Da. Oh, Herr, 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 ist wirklich... Ja, Pipps, äh, äh, Max. Hey, Max, fahr doch zur Wurstpumpe und Zeche und so. Da ist er auch irgendwie, weiß ich nicht. Äh, ne, die haben mich auch. Ich will mal zu dem Laden, da war ich noch nie drin. Hier? Ja. Ach, ich muss mir hier noch einen Block holen. Fangt mir Tagebuch an, schreiben an. Ich bereue es nicht. P, sag, wo du heute schlafen willst, ne? Also, Kowalski melde sich nicht. Ich vermute mal, dass ich dann bei dir schlafen werde. Jo, okay, super. Oh, wie viele Süßigkeiten hier liegen. Mein Gott, fantastisch. Das ist ja, ich weiß gar nicht, gucke in mein Konto. Jo, das ist ja... Wie? Ja. Automat ist auch kaputt. Äh, Fee, eine Sache. Musst du dich nicht noch beim, ähm, beim Kasa anmelden? Was zum Fick ist das Kasa? Das Kasa formerly known as, ähm, warte. Da, oh Gott. Ähm, wie, wie, man merkt, wie ist denn jetzt die Reihenfolge gewesen? Warte mal. Also, hier, das, äh, D-O-A, formerly known ist nochmal was anderes. Wieso heißen die schon wieder anders, Alter? Woher, formerly known as, äh, D-O-L, ich hab keine Ahnung, weiß gar nicht, wie es hieß, aber das ist Kasa jetzt. Ah, okay. D-O-L, D-O-L, Kasa. Ja, darum kümmere ich mich wann anders. Ja, aber nee, du brauchst doch, du brauchst Unterhaltung, du musst, äh, was... Ja, die, mit den 8000 komme ich klar für ein paar Tage, so. Ja, komm, nee, mach, haben oder nicht haben, mach das. Wann anders, wann anders, nicht heute. Ey, das geht voll schnell, Mann, die haben bestimmt voll, die haben bestimmt auf. Ja, bestimmt haben die auch auf. Ja, die haben auf. Wir können hin. Ey, lass doch schnell machen, lass die doch ganz schnell. Ja, okay, okay, okay. Das geht ja, dauert ja wirklich, ja. Mix, auf zum Kasa, formerly known as, D-O-A. Haben die überhaupt offen? Ey, ja, im Offen. Und formerly known as, davor, äh, D-O-L, Department of Flavor. Sollen die jedes Mal mich abpacken? Ich hab auch noch schlechte Erfahrungen da. Aber jetzt letztens hab ich eine gute Erfahrungen mit jemandem, äh, wegen Schmuck. Ist egal, lange Geschichte. Ach, du hast illegal Schmuck verdickt? Nee, äh, tatsächlich, äh, gibt es den Laden nicht mehr. Und ich hatte da was bestellt und schon bezahlt. Und der Kasa-Mitarbeiter hat sich darum gekümmert, dass ich das noch bekomme. Ah, cool. Wie nett. Also, das, was ich, äh, jetzt am besten kann, ne, also, Fee, ich habe mich, äh, verändert, wie du wahrscheinlich schon gemerkt hast, aber... Ah, ja, ja. Ich habe mich nicht ganz verändert, denn, äh, es gibt nun das Aphrodonis. Das, äh, ist allerdings nicht mehr so da, ähm, dem Rockford Plaza. Sondern das Aphrodonis ist jetzt... Wo? Im Mirror Park. Ich muss das selber überlegen. Äh, äh, zusammen mit Kronjuwelen in so einem Gebäudekomplex. Dann haben wir noch Brodinger. Ja, genau. Dann haben wir noch Brodinger. Und Brodinger ist, äh, ja, immer noch in Rockford da, aber hat auch so ein richtig neises... Das ist, äh, ein, äh, wie Aphrodonis quasi. Aphrodonis 2.0. Genau. Und die sind zusammen mit, äh, X-Gem, äh, die es aber jetzt nicht mehr gibt erst mal. So, dann haben wir noch Prolips und Up-to-Date. Die sind so auch recht ähnlich und ich kann dir die beiden nur ans Herz legen, weil die haben richtig nice Klamotten. Äh, genau, dann haben wir... Dann gibt es Dingens nicht mehr hier. Wie hieß das nochmal? Der Second-Hand-Laden in der South, den gibt es gerade nicht. Oh, schade. Ja. Ist das hier nicht ganz open? Driftjob. Driftjob, genau. Also ganz im Ernst, ich weiß das alles auch nicht mehr. Sag mal so. Also, die Klamotten haben mich eigentlich noch nie so richtig interessiert, Ariane. So. Was solltest du wissen? Ihr Auto hat eine fantastische Motorhaube, so ist es. Danke. Das ist der Kofferraum. Ach so, ich bin dumm. Kein nicht, Max. Ich kann euch gleich auf dem Rückblick mal die, äh, den Koffer, äh, die Motorhaube zeigen. Die ist nämlich hinten. Sehr gerne. Geht die genauso auf? Besser. Ja, dann gerne, meine Güte. Ach, jetzt gehen wir wie so eine Boy- und Girl-Vent rein. Ja, toll. Guten Abend, Hallöchen. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja. Bitte einmal hintereinander aufstellen und wir würden sie nacheinander abtasten. Wer möchte zuerst? Der Herr mit den grauen Haaren. Alles klar. Okay, das würde die Kollegin einmal übernehmen. Danke. Hast du schon graue Haare, meine Güte? Ich liebe Frau. Ist es okay, wenn ich sie durchsuche, da ich in der Ausbildung bin? Kannst du dir auch auf dem Date fragen oder so. Das ist mir das kleine Kollegen. Haben sie scharfe oder spitze Gegenstände, an denen ich mich verletzen könnte? Sauli! Hallo! Hallöchen. Beginne ein Fremschuss. Wie, ich, wer NPA hat gepupst, ist die Gemüffels. Bitte, bitte, bitte was? Ja. Ja. Was ist los? Wie hat das? Bitte? Wie hat dieses Ding? Wie hast du richtig? Wie hat das? Wie hat das in den innerlichen Sternen geflagt? Wie war ihr Tag? Bekst du? Was? Bekst du? Dann übernehme ich mal ganz kurz. Ah. Schau mal doch mal. Boah, weißt du ein Schwein. Boah, mit dem Durchdrucken bin ich aber auch am Anfang so voll so auf. Ich gehe einfach quer, bitte durch. Alles gut. Okay, dann schaue ich noch mal ganz kurz. Sie besser haben einen guten Tag. Ja. Perfekt. So muss das sein. Ja, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Das ist doch super. Super, dann dürfen Sie gerne durchgehen. Lieben Dank. Diese Leistungen, die brauchst du dann, ne? Ich mache einfach direkt weiter. Dann der nächste Herr. Kannst du das noch, wie? Haben Sie irgendwas dabei, was Sie nicht dabei haben? Natürlich kann ich das noch. Die denken nicht, das ist schon mal ein guter Anfang? Ich gucke mal schnell. Ich weiß nicht, du warst ja so lange in der Sonne, das jetzt raus, ne? Ich weiß nicht, wie das da war, wo du jetzt warst. Alle Arme gebrochen. Ja, alles. Geht halt nicht mehr. Gut. Dann schauen wir mal schnell. Kannst du dir halt medizinisch mitgeben, ne? Kann ja sein, wenn du alles gebrochen hast. Und die Dame? Ja. Haben Sie irgendwas dabei, was mich verletzen könnte? Nein, nur meine Zunge, aber sie hören sich sehr netter. Oh, okay. Vielen, vielen Dank. Was haben Sie gerade gesagt? Ihre Zunge? Also, Mundwerker. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, oh Gott, oh Gott. Ja, nett. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. So meinte ich das jetzt auch nicht. Ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich bin auf alles vorbereitet. Oh, meine Güte. Jetzt hüte ich meine Zunge. Alles in Ordnung. Okay. Dann dürfen Sie gerne durchgehen. Ja, danke. Okay. Klassischer Ariane. Das wäre schon fast ein Anmachspruch. Nee, ich meine so, Ariane sagt entweder so, weil manchmal sagt sie, ja, mein BH hat Bügel. Ich sage ja immer wieder was anderes. Und jetzt hat sie halt gesagt, meine Zunge. Und ihr sagt so, mein loses Mundwerker ist trotzdem. Dann wäre die Situation nicht so witzig gewesen. Aber ich kann nicht glauben, dass sie wieder da ist. Also, sie strahlt halt auch so eine Autorität aus. Es ist unfassbar. Weil Fee vergesichert auch immer, dass die Evi dahinter ist. Evi hat natürlich auch Autorität. Aber das ist immer so, das ist halt Fee, ne? Oh, Max. Ich finde, das ist so toll, dass Fee wieder da ist. Und Fee ist einfach Fee. Weißt du so. Schön angezogen bist du wieder. Das sieht sehr gut aus. Immer. Bist du ein bisschen verliebt im Moment? Ja. Ist das schön? Ist er schön oder ist das schön? Nein, ist das schön, das Gefühl? Ach so. Also zu beidem, ja. Ja. Habe ich in den Oberteilen sehr krasse Hängebusen? Ja. Seht echt mal aus, als hätte man da so voll die Möpse so ganz weit unten, ne? Oh mein Gott, das ist ja wirklich so, hä? Oder nee, ist eigentlich nicht so. Ich weiß das tatsächlich nicht. Ich finde halt die Form so nice in den Oberteilen, ne? Die ist so. Ich liebe Skipistenbrüste. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde diese Form so schön. Wenn das so, Tröpfchenformen nennt man es auch, ne? Wir haben früher mal Skipiste gesagt. Also Tröpfchenformen, sehr, sehr schön. Schöne Schöne. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Äh, warum sind die jetzt nach draußen gegangen? Die müssen nur kurz was wegbringen. Aber die tasten wir gleich nochmal ab und dann können sie auch rein. Ah, okay. Ja, dann danke schön. Ne, ja, eigentlich ist nur die Dame. Sie können gerne dort Platz nehmen, wenn sie sich am Tresen schon angemeldet haben. Ansonsten gerne zum Tresen gehen. Ja, ne, wir sind nur als Beiwerk da, dann setzen wir uns mal hin. Ja, perfekt. Alles klar. Gerne. Der Typ vom Kase sieht so wie ein Fuckboy aus. Boah, hat die die eine sechste Stimme? Hast du das gerade gehört? Ja, der hat wenigstens nicht gefragt. Freitag so. Boah, Max. Also ganz im Ernst, wenn ich sowas mache, dann bin ich auch mal super nervös und erzähle immer irgendwas nebenbei. Und dann hört sich das bestimmt auch ganz, ganz komisch an. Ne, ich glaube nicht, weil die hat wirklich in dem Moment ihr Leben gehasst. Weißt du was? Ich glaube, die wäre gerne überall außer ihr gewesen in dem Moment. Also eine Sache, wäre ich Single, würde ich wirklich jetzt... Ne, würde ich nicht. Ich traue mich sowas nicht. Ne, ich würde gar nichts machen. Ich würde lächeln und rausgehen und dann denken, hätte ich mal gemacht. Was genau? Ist egal, ich bin gerade am Fantasieren gewesen. Sieben. Sieben? Nein, sieben ist meine Unglückszahle auf. Sieben ist deine Unglückszahle? Ja. Ja. Weißt du, damals in England habe ich meinen Führerschenken gemacht, ne? Ja. Und der Fahrlehrer war irgendwie nicht so geil. Und dann bin ich nicht schnell genug anscheinend für ihn losgefahren, ne? An der Ampel. Und dann fragt er mich so, ja, was für eine Farbe hat denn die Ampel? Und ich war so nervös. Also habe ich Sieben gesagt. Oh nein. Oh nein. Ach man. So, oh. Das tut mir irgendwie voll leid. Boah, wie Fee einfach keinen Wohnort hat, ne? Ich will dir irgendwas tun. Und ich will Sie unterstützen, aber Sie lässt es ja wieder nicht tun. Gut. Aber ja, da gab es noch eine Geschichte mit Sieben. Und zwar, als ich mal was im Krankenhaus in England erzählt habe, also so über die Patienten, kam dann Zimmer Sieben und die Kollegin hat mich so gehetzt. Und dann habe ich gesagt, Zimmer Freitag. Oh mein Gott. Okay, Fee, sollen wir nach vorne? Sollen wir mitgehen oder willst du alleine? Sollen wir nach vorne, okay. Ich gehe einfach mit. Moin. Moisin. Hola. Hallo. Ähm, ich würde hier gerne... Was muss ich denn machen? Wie nennt man das? Sie war jetzt über neun Monate nicht auf der Insel und würde gerne noch schauen, ob sie Leistungen jetzt noch bezieht, weil sie im Moment noch für ungefähr einen Tag oder so arbeitslos ist. Geht also um Grundsicherung. Jupp. Richtig. Oh, okay, dann. Nehmen Sie rechts oder links vielleicht nochmal Platz. Kommt gleich hinweg vorbei. Jo. Danke. Boah, was ist eigentlich eure Lieblingspizza? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Fee, 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 warte, warte. Nein, das bleibt nichts. Nein, ich, das was? Komm her, gib mir nen Handschlag. Oh nein, du kannst mich von mir aus umarmen. Das ist okay. Nex. So. Oh Gott, ich habe mich verstanden. Das ist so laut. Entschuldigung. Wir haben nichts gemacht. Ja, Fee, jetzt komm, mach mal keinen Scheiß, dann komm jetzt mal hier. Die Dame ist jetzt wo, die das nachgeguckt haben wollte. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Hallo? Alles okay? Wir sind ein bisschen schwierig, oder? Okay. Bin ich ehrlich? Brauchen Sie irgendwas zu trinken oder zu essen, oder? Ich glaube nicht. Okay. Einfach Koordinationsschwierigkeiten, ja? Ja. Okay, gut. Alles klar, wenn was ist, dann schreien Sie kurz. Sie ist nur ein bisschen verwirrt, so ist es. Alles gut, das finde ich auch manchmal. Alles gut. Okay, jetzt hör mir mal zu, du kleine Drecksau. Wenn du meine Nummer nochmal irgendjemandem gibst, ja, da bringe ich dich um. Hä? Du hast meine Nummer einfach jemandem gegeben. Ich weiß Bescheid. Wie? Wem habe ich deine Nummer gegeben? Wer das genau war, weiß ich nicht. Aber du hast meine Nummer wem gegeben. Und das weiß ich. Ich habe nämlich einen Anruf bekommen. Und wenn du einen Anruf bekommst, dann habe ich deine Nummer weggegeben. Du wurdest dabei gesehen. Wie? Ich wurde dabei gesehen. Der Venture-Account-Eddie-Name klingelt ist bei dir. Venture-Account-Eddie-Name? Ja. Hä? Warte, was meinst du jetzt? Ich check's nicht. Das checkst du nicht? Ich kann, ich werde dir jetzt, ich werde das jetzt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr vertrauenswürdige Person, die mir das gesagt hat. Und mich informiert hat, dass du da eine Nummer gegeben hast und gesagt hast, dass ihr Venture-Account-Eddie-Name und es war meine Nummer. Zu Venture? Oder wie? Also, Arana, du musst mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ja, der ist jetzt, der Rest ist interner, Eddie. Kann ich dir sagen, du musst jetzt schon klingeln. Die Karten. So, nein. So, wo ist sie? Wo ist sie? Ich glaube, sie braucht einen Moment. Ich glaube, sie ist kurz auf der Lette oder so. Ah, okay, alles klar. So, ja, Eddie hat einfach meine Nummer jemandem gegeben. Warte, ich muss ihn kurz nochmal schreiben. Moment. Okay, eigentlich ist das heute nicht so. Ich wusste die ganze Zeit nach, weil heute ist ein fröhlicher Tag einfach. Oh, Eva hat mich dann voll vergessen. Ja, den hat er dann gegeben. Hast du schon Barbara gesehen heute? Nee. Sophie? Nee. Okay. So. Hallo, Eva. Was kann ich für dich tun? Oh, ja, muss ich auch nochmal schalten. Ja, dann schien, wenn ich dich jetzt erwische, dann setzt es einen Satz warme Ohren. Ariane wurde von Herr Koskeler angerufen, der hat ihr die Info weitergegeben. Kennen Sie einen Eddie-Nem? Und dann hat er das alles erzählt. Ja. Ja. Ein Eddie-Nem hat Arianes Nummer jemandem weitergegeben. Frisch von der Farm. So ist es. Ich weiß einfach, Sonntag werden Girlies gesnatcht. So ist es. Ich weiß einfach, wir werden Sonntag gut gegessen. So ist es für gut gegessen Sonntag. Girlies werden gesnatcht. Bitte was? Ach ja. Ich muss Larry fragen, ob er ab und zu an das Römische Reich denkt. Könnte ich das denn fragen? Ja. Oh, was ist denn? Tut sie das? Oh. Ja gut. Oh ja gut, dann... Ich komme immer weiter durcheinander, wirklich. Weil ich nicht mehr weiß, wer wer ist. Ja, mal schauen, wie lange das noch hält. Wem als nächstes getauscht wird. 17 bis 20 Uhr. Komisch. Ava. Alter, Herr Sett, was ist da jetzt? Du musst noch auf die Feste fliegen. Larry denkt sich an das Römische Reich. Er war ja bei der Gründung dabei. Dann geht es. Oh, Alter. Ich weiß nicht, wieso er ihn so uralt wie ein Rentner spielt. Er Sett, also. Wir sagen, der war jetzt echt gut. Oh ja, dann solltest du das machen, ne? Ich pinkele mir ja in die Hose flachen. Gut, komm. Und ich steche dir in den Arsch. Mit was? Aber der Hintern ist witziger. Ich will die gerne in den Hintergrund bringen. Hashtag Boomer. Bitte was? Willst du mir etwa einen Bären aufbinden? Okay. Ja, gut. Machen wir so. So ist es. Ich ramm dir diese 10 Zentimeter Nadel an. Was? Nee, noch nicht. Das muss ich noch machen. Was machst du noch? So hieß es. Du musst zur Arbeit fahren. Ich bin gerade im Casa mit Fee und Ariane. Oh. Du hast gar kein Make-up drauf. Hola. Hallo, Herr Dix. Ich hab mal kurz... Ich hab mich kurz verwirrt. Ähm, wir haben noch eine ganz kurze Frage. Und zwar, ähm, diese Module. Also kannst du das... Ist das auch richtig offiziell so, dass du das dann eintragen kannst, dass ich das gemacht hab? Ja, ich bin ausbildet. Ich hab das. Boah, voll cool, ey. Ja, nice. Gut, dann, äh, freu ich mich schon drauf. Es könnte sein, dass ich... Also, alle Module, voraus kann ich mit dir machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Voll nein. Du hast die Module nicht. Oh, ja, scheiße. Es hieß, es darf ein Sergeant zu kommen, aber das eine gehört doch dann nicht zum Sergeant, oder? Das, ähm... Ähm... Also, du musst dir so vorstellen, guck mal. Alles, was über mir ist, darf ich nicht machen. Alles, was unter mir ist, darf ich ausbilden. Das heißt, alle Module von Officer 1 oder alle Module von Officer 2 oder Rekruten-Module. Oh, ich glaub, das war ein Officer 3, ne, weiß ich gar nicht, oder das ist ein Officer 3. Nein, nein, von 2 auf 3, Verhör und Befragung. Also, sogar von 1 auf 2. Aber warum bist du noch kein Sergeant? Du bist doch so gut in dem, was du machst. Weil ich erst Officer 3 geworden bin. Ja, dann mach mal, mach mal schnell wieder. Ja, ruf mal Kukuman und frag mal die gleiche Frage nochmal, bitte. Also, wenn du, wenn du mir das hilfst und so, ich werde auf jeden Fall, wenn ich gefahrt werde, sag ich, dass das, dass du das gemacht hast und dass das sehr gut verständlich war. Weil ich weiß, dass das sehr gut verständlich sein wird. Ja. Ja, also wie gesagt, weil es immer ne Tage, wir können gerne direkt einen Montag einen Termin ausmachen, dann machen wir das Ding. Oder Dienstag oder Mittwoch oder sowas, je nachdem, wann du kannst. Oder gleich? Jetzt noch? Ja, können wir auch machen. Nee, wenn es zu spät ist, ich bin ja gerade eh sowieso noch beim Karsack kurz unterwegs. Ich wäre wahrscheinlich erst so eine halbe Stunde im Dienst oder so. Halbe Stunde? Ja, das ist doch okay. Echt? Oh, cool. Ja, dann melde ich mich gleich nochmal bei dir. Ja, gut, okay. Okay, bis gleich. Ja, mach ich dann. Adios. Tschüss. Ja, das ist toll. Das ist eine Unterhaltung. Doch, vielleicht den Fragen. Ah, Garfield meinte, du wärst erreichbar dann auf diesem Wege. Ich habe noch ein Dankeschön für dich, bist du zufällig irgendwo in der Stadt und du hast meine Geheimübergabe. Hallo, ich bin gerade in Kasa und danach auf der Arbeit. Also ja, dazwischen hätte ich Zeit. Ähm, sie, äh... Ah, stimmt. Ariane, Ariane dachte... Wart ihr dabei? Nee, da wart ihr ja sogar dabei, ne? Mit den... Wart ihr dabei mit dem... Ob das Zeug zutrifft? Ja, doch, da wart ihr dabei mit den Hosenträgern, ne? Machen wir, machen wir. Ja, und, äh, Garfield hat Ariane was geschrieben, was sie eventuell dafür kriecht. Und das fand ich sehr süß von Luna, weil Ariane wollte nix haben. Nice. Ariane sind die geklaut. Bibira. Du kannst... Boah, Ariane ist wieder richtig, richtig scheiß. Äh, ich treffe mich jetzt gleich draußen. Ja, das wirst du schon aussehen. Oh, Moment. Ich... Ich warte kurz draußen auf jemanden. Ich bin sofort wieder... Also wenn viel hier hoffentlich auftaucht, ich warte draußen, ja? Ich treffe mich kurz mit jemandem draußen. Hm? Mit einer DJ, weil, äh, ich heirate morgen. Wem denn? Äh... Larry Skinner. Nein, Spaß. Ist tatsächlich jemand... Ich habe hier was geschenkt von mir, was es nicht mehr so interessant ist, weil ich es nicht brauche. Und jetzt will sie sich wohl revanchieren, aber ich wollte nichts dafür haben. Bis gleich, ja? Ach, okay, gut dann. Bis gleich. Bin hier vorne. Müsstest du ihn tatsächlich... Wow. Hallöchen, hallöchen. Hallöchen, meine Güte. Die Haare, das ist ja... Oh, das sieht so gut aus mit den... Das sieht so cool aus, das Outfit. Oh, das sieht so gut aus. Äh, danke. Danke. Das ist so cool. Ich freue mich voll über die Hosenträger. Sie sind so toll. Ich muss nochmal ganz kurz... Entschuldigung, ich muss einmal ganz kurz... Ich bin Fashion is my Passion. Meine auch, ja. Meine auch. Oh, das mit den... Okay, das mit dem Tattoo, den Hosenträgern und so, dieses Ganze auch mit den Knieschiffen, sieht gerade sehr, sehr cool aus. Danke schön. Danke schön. Aber das auch. Geht es heute ins Unicorn, so ein bisschen. Oh, ja stimmt, ist ja Freitag. Also ich meine, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber das ist gerade heute Lackle- und Leder-Thema, ne? Ja. Ja, ich hatte gerade einen lockeren Spruch auf den Lippen, aber sie kennen ja Weihnachtsverlocken gar nicht. Okay, gut, ist egal. Ähm, nee. Lange Geschichte. Ich, äh, nee, ich habe ihn mir jetzt verknüpft. Ja, das ist... Oh, okay, ja. Äh, Also, das ist der offiziell erste Upload-Date-Gutschein, glaube ich. Alles, danke schön. So. Oh mein Gott. Wie geil ist das? Moment, das ist der... Moment, Moment, ich muss mal ganz kurz... Erstmal, wegen dem Betrag, also ich... Das wäre auch umsetzt gegangen. Also das hätte ich... Ja, aber nein. Also das Ding ist ja, ich weiß ja, also ich habe ja mal bei Prolinger gearbeitet, ne? Ja. Die Dinger haben halt mal 40 Dollar gekostet. Jetzt sind die halt nicht mehr auf dem Markt, erst ist der Preis gestiegen und ich habe mich halt so gefreut und dann dachte ich halt, ich stelle halt einen Gutschein aus, so. Okay, also dieser Gutschein, dieser Gutschein wird niemals im Leben eingelöst werden, weil das ist jetzt mein absoluter Schatz. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, der muss eingelöst werden. Nein, der kann ihn nicht einlösen. Eigentlich ist der doch dafür, da? Ja, aber... Oh, du hast ja gesagt, das ist der Erste und deswegen, ich bin... Ich sammle immer sowas. Ich habe so einen Sammelwahn irgendwie. Ah. Genau, ich habe sogar zwei Torten von einem Geburtstag bei mir eingefroren von dem Commissioner Weiss. Also ich bin drei Jahre auf der Insel bald und ich habe den ersten... Einer der ersten Geburtstage war das, glaube ich, von Ihnen auf der Insel. Ich weiß es nicht. Da habe ich noch den Kuchen eingefroren. Ich sammle immer voll gerne. Ist das dann schon... Ist das hier das schon unter atomare Waffen, die man lagert oder so? Also sagen wir mal so, ich würde ihn absolut ungerne auftauen. Ja, ich glaube auch. Ich weiß auch nicht. Weil so ein Spur gefetzt. Vielleicht unbekannte Lebenswohnen drin, man weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich. Mein Gott, vielleicht so weiter Weißklone. Oh mein Gott. Weil er hat da mal reingebissen und dann die Bakterien so vermerkt und keine Ahnung. Oh. Nee, aber... Ja, man weiß nicht, ob die Insel so viele vertragen könnte. Wenn die dann alle so in Schaden so über die Insel und so. Man weiß es nicht. Also sagen wir mal so, ich kenne ihn ja noch von damals aus so privat. Und ich glaube, das würde die Insel ein bisschen tatsächlich sicherer machen. Aber ich würde zum Beispiel nur noch 30 fahren. Ja. Oh, okay. Also das kann ich mir darunter vorstellen. Ich glaube, das wird ein sehr entschleunigtes Leben werden. Es wird wirklich sehr entschleunigt werden. Wie läuft das denn mit der DJ-Karriere? Ich sehe immer wieder auf Fenster die ganzen Postings. Das ist immer sehr neil. gerade habe ich mir ein bisschen pausiert, weil ich nicht da war. Aber ich will eigentlich jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr durchstarten, auch in andere Richtungen. Aber ich lege ja trotzdem noch immer jeden Donnerstag auf im Tiki-Lala. Genau. Jeden Donnerstag? Jeden Donnerstag, ja. Oh, da bin ich manchmal auch unterwegs. Ja. Tiki-Lala. Tiki-Lala. Was ist das so? In welche Richtung geht das ungefähr? Na, das ist Rock. In allen Facetten. So. Ach ja, sehr gut. Ich glaube, ich habe dich sogar mal, ich war im Tiki-Lala, aber das ist jetzt auch schon wieder einen Monat her. Ich meine, ich hätte dich da sogar auf der Bühne gesehen. Also, es klingt nach mir. Es könnte aber auch ein Mann gewesen sein. Ja. Am nächsten Mal bin ich mir gerade auch sehr unsicher. Aber da muss ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich bin sowieso viel zu selten irgendwie unterwegs, mal ein bisschen Party machen. Das wollte ich in der nächsten Zeit mal wieder ein bisschen machen, so ein bisschen Selfcare einfach, dass man nicht versauert hier. Ja, und dann ist ja noch in Planung, dass ich, dass wir mal so ein so ein Frauending machen, ich und Kim quasi und auflegen, so Nightstage-mäßig. Und das ist dann so EDM, Haus, die Richtung, Hands up. Und das wäre, Also heißt das Frauending jetzt, dass ihr beide das macht oder wäre das komplett nur so Frauen? dass wir beide auflegen quasi. Sonst ist es ja oft so eher so ein Männer-DJ-Ding. Und da ist es so, dass wir beide als Frauen an dem Abend auflegen. Ja, okay. Das ist natürlich auch was, was ich gerne mal sehen würde. Aber da gibt es noch keine konkreten Pläne für. Nee, also da gibt es noch nicht das Datum, weil ich ja jetzt erst wieder zurück bin. Aber eigentlich soll es doch schon bald die nächsten Wochen starten. Schauen wir mal. Genau. Und dann hoffe ich irgendwie auch noch immer, dass irgendwann mal das After Hours auch auf mich zukommt und ich da auch auflegen kann. Mal schauen. Hat das After Hours denn jetzt, hat das jetzt wieder geöffnet? Ich habe das eine Zeit lang, habe ich die Werbung gesehen auf Wenscher. Ich war jetzt aber auch so ein, hast du ein paar Tage weiter raus? Ja, ja, das hat er jetzt schon offen tatsächlich, ja. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Also falls ich jemals jemanden von After Hours kennenlerne, weil irgendwie kommt immer raus, ich kenne irgendwie Leute in sämtlichen Unternehmen und sonst was und weiß das dann immer erst gar nicht, dann würde ich dich auf jeden Fall ansprechen. Boah, das wäre ja voll liebend. Ja. Also ja, super gerne. Also ich habe das schon aufgelegt, aber das war halt nur privat, aber ich hätte ja auch gerne mal bei einem richtigen Event auflegen und so. Aber ja, bisher gab es halt noch genug Auswahl bei den anderen DJs oder es noch nicht auf mich zugekommen wurde. Aber sonst, ja, auf einigen Feiern halt schon aufgelegt, beim Straßenfest, ja. Es läuft langsam an. Ja, ich drücke dir die Daumen. Und es war okay. Ich bin ja relativ gut vernetzt auf der Insel und falls mal jemand jemanden sucht, werde ich auf jeden Fall deinen Namen droppen. Ja, das ist voll cool. Ja. Eine Hand wäscht die andere und dann wäscht die andere wieder und dann, ich glaube, das wird jetzt immer so weitergehen bei uns. Ja, ich finde das gut, wenn das so richtig schäumt und so. Okay, alles klar. Jo. Dann werde ich... Okay, genau. Ich würde mal meinen Freund, also mein bester Freund, der sitzt da drin und wartet die ganze Zeit. Dann werde ich da mal wieder reingehen und... Ja, mach das. Ja, bedanke mich für den kleinen Schatz und... Ja, bitte, bitte. ...wär das auf jeden Fall ins Regal bei mir stellen zu Hause. Ja. Vielleicht kannst du es ja auch einlösen und trotzdem den Gutschein behalten oder so. Halt also dieses Wertdingsbums oder so. Okay, wenn das funktioniert, ja, wenn es nicht funktioniert, dann auch kein Problem. Ich würde mir vorstellen. Das ist aber eine gute Idee. Naja, also wenn du sagst, du würdest es aber gerne behalten, dann sollte das eigentlich gehen. Ich frage mal nach. Oder ich mache ein Vermerk ins RDP bei uns, aber bitte... Oh Mann. Und das war jetzt auch für das Outfit, das du an hast? Äh... Naja, also... Das ist ja jetzt... Also das habe ich ja selber zusammengestellt, ne? Aus verschiedenen Sachen und so. Aber der Gutschein war ja natürlich jetzt es. Dankeschön, dass ich die großen Träger bekommen habe. Nee, nee, das weiß ich aber... Genau. Ich meine ja, das... Ich habe das so in der Form noch nie gesehen. Ich habe die so selten getragen. Also der Hut ist von Brodinger. Das Top ist, glaube ich, von Suburban noch oder noch aus alten Driftshop-Zeiten. Möge er bald wieder aufmachen. Ja, hoffen wir noch. Und die Overknees sind von UpToDate und die Schuhe auch. Bist du allgemein so modisch interessiert unterwegs? Also ja. Sehr. Ja, ich auch. Ich habe mir mal überlegt... Also ich war ja auch mal Bloggerin, Mode-Bloggerin beziehungsweise Influencerin in Stockholm und habe da auch für eine Kolumne geschrieben. Sehr lange. Okay, das ist wirklich sehr nice. So, ich schreibe jetzt hier hin. Gutschein bitte nicht wegnehmen. Ausrufezeichen. Ja, Dankeschön. Es wird sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt habe ich das erste Mal, dass ich wirklich jemanden richtig fashioninteressiert ist in Nostand das finde. Und jetzt habe ich heute so etwas Blödes an. Aber eigentlich bin ich auch mal... Ich experimentiere auch mal sehr gerne. Ich finde es eigentlich ganz gut. Mir wurde gerade gesagt, ich habe Hängebrust in dem Oberteil. Dabei finde ich, ich habe die Original-Ski-Piste in dem Oberteil. Und das ist die perfekte Brustform. Aber ja. Also warum... Ich weiß nicht. Was haben wir jetzt für Ansichten über Brüste? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist tatsächlich nur, um mich zu ärgern. Aber wir ärgern uns gegenseitig. Deswegen, das ist schon korrekt. So, das war alles. Ja, aber es passt auch super dazu. Übrigens passt auch zu dieser Hose, die du anhast. Da gibt es so einen Top... Wie heißt denn das? Ich glaube, drei... Ne, nochmal. Ich gucke nochmal nach. Das über Kreuz, das habe ich manchmal dazu an. Ne, ne. Ne, es gibt noch ein anderes, was auch super zu der Hose passt. Das ist wahrscheinlich diese Corsage, diese Träger-Corsage, die es auch mit so Wolken drauf gibt. Genau. Genau, die habe ich auch in Schwarz-Weiß. Ne, mit Wolken? Ja. Die ist in... Mit dem, die weiß abgesetzt ist, die es aber auch in Schwarz gibt, ne? Genau, genau. Aber nicht die Corsage, die, die so dreieckig aufhört unten. Die so dreieckig, genau, genau. Die habe ich natürlich schon bei euch geholt. Ja, und dann natürlich die Corsage, die es bei Prodinger gibt, mit den Blumen drauf, die ist auch super. Oh, oder die, die... Die schwarze. Die schwarze. Die schwarze, die habe ich mir letztendlich gesehen. Genau, die ist auch richtig cool. Die habe ich aber noch nicht bekommen. Aber die habe ich bei anderen Leuten gesehen. Okay, da habe ich sehr viel Glück gehabt. Ja, dann, wenn du richtig... Obwohl, du kannst ja alles bestellen, ne, mittlerweile. Gott sei Dank. Ja, also bei UpToDate kann ich das ja bestellen und in Auftrag geben. Aber ich meine, ich bin ja noch so ein bisschen wie bei Prodinger in der Familie drin. Ah. Dann passt das. Genau. Sag mal, hast du die Nägel jetzt? Du hast die Nägel ja auch in der Farbe. Ich bewundere dich gerade. Bist du dir ein Vorbild, meine Güte. Sieht das gut aus. Gut. Ja, okay, ich werde da mal wieder reingehen. Ja, genau. Mach das. Ja, vielen Dank. Die denkt, was ist die komische Frau, warum redet sie mit ihr und so. Nee, alles gut. Aber wir bleiben in Kontakt, ja. Also vielleicht kann ich ja auch irgendwann mal auszelfen mit irgendwas und so. Ja. Okay. Genau. Oder frag nach, wenn du irgendwas brauchst oder so. Oder das. Ja, mach ich. Sehr gerne. Ich kann jedenfalls immer nachgucken, ob es irgendwie, jedenfalls bei uns, ob es das noch in anderen Farben gibt oder so. Das ist gut zu wissen. Dankeschön. Ja, dann. Viel, äh. Also tag vorsichtig und schönen Abend, ja. Genau. Tschüss. Tschüss. So. Hallöchen. Ich habe einen, genau, ich habe nur einen Gutschein entgegen, genug. Okay, wir müssen sie trotzdem einmal kurz abtasten, nochmal schnell. So. Haben sie scharfe, spitze Gegenstände? Nein. An denen ich mich verletzen kann, das ist so. Nee, nee. Dann kontrolliere ich schnell. Und dann, nicht erschrecken, ihre Hosentaschen. Nein, das ist gut. Da gehe ich schnell. Und meine Hose. Okay, dann schaue ich nochmal ganz schnell drüber. Kann man auch kurz hier nehmen, genau, perfekt. Da. Hat sie dann den Hosenbein lang. Also ich muss sagen, bei meinen ersten Durchsuchungen, die ich durchgeführt habe, habe ich tatsächlich einmal gesagt, können Sie bitte offen zu reden, damit ich mich konzentrieren kann. Oh, ha? Also Sie sind beim Marschuservice oder? Nee, ich bin Polizistin. Oh, ha? Pedi? Alles klar? Ja. Reden wir Ihnen zu viel? Nee, gar nicht. Ich meine nur, weil Sie waren, glaube ich, diejenigen, die ausgebildet wird gerade. Ja. Genau, deswegen habe ich das gesagt, weil, ja, das erste Mal ist immer so ein bisschen schwierig. Man guckt dann, darf ich in die Taschen gucken? Und ist natürlich aufs Durchsuchen konzentriert, aber es kommt immer ihr und das kommt ihrem Punkt. Aber es ist immer ein bisschen sympathischer, wenn man auch mit nebenbei müssen redet, deswegen. Also, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauchte da, ich habe einmal gesagt, ein bisschen aufzuheben. Oh, wei, ich hoffe, wir haben Sie nicht überfordert. Nein, überhaupt gar nicht. Okay, okay. Okay, dann gehst du mal hier weiter. Dann dürfen Sie gerne weitergehen. Danke schön. Gerne, gerne. Guten Tag. Ach so. Hallöchen. Du hast du jetzt gebraucht. Hä? Was hast du bekommen? Was ganz, ganz Tolles. Es ist der erste überhaupt in seiner Art. Regenwurm. Schau mal. Oh, der ist richtig schön. Der ist schön, oder? Warte, ich zeige Ihnen Ava auch noch mal. Okay. Hier. Oh, wow. Gib mir den nicht, Fabi, die zerreißt du noch aus Versehen. Nee, gib mir den. Nee, Fabi, isst ihn auf. Du hast noch frei Leben. Ja. Stimmt, vielleicht ist das ja so eine Überlebens-Joker-Karte geschehen. Wo ist Fie jetzt? Was ist los? Ja, die ist noch einmal pissen. Was? Oh, ich habe gerade die Chance genutzt und habe mich als Pantominien angemeldet. Als Nein. So richtig, richtig freiberuflich Pantominien? Bin ich, ja. Ja, okay. Ja, okay. Eva, ich feier dich, weiß der sei nicht. Na, ich musste, ich musste, weißt du. Atkins hat gesagt, Cypress reguliert die Schminke-Ausgabe. Was? Und ohne triftigen Grund darf ich da gar nichts mehr. Und ich habe jetzt einen triftigen Grund, die können mich mal. Ja, geil, ja, dann darfst du das auf jeden Fall. Ey, du bist ja ganz schön clever und damit auch Geld machen. Soll ich mich als Skelett eintragen, Freelancer-mäßig, damit ich mir den Totenkopf machen kann? Ja, als, wie nennt man das? American Horror Story, Mann. Du siehst nämlich so aus wie der. Du kannst dich als, als Schausteller anmelden. Ja, vom Maskenway zum Beispiel auch, ne? Ja. Oder er ist Akrobat und du trittst halt immer nur als Skelette auf, weißt du? Äh, Max, äh, viel ist lange pinkeln, ne? Ich muss zur Arbeit, ich habe nämlich tatsächlich gleich einen Termin. Ja, das ist gut, dass du mein Auto schlüsselst. Ja, und es ist gut, dass ich hier nicht weg kann. Ich habe ein Taxi. Ja. Dann kommst du ja erstmal, glaube ich, nicht an den Schlüssel, ne? Ich muss pinkeln. Das ist halt nicht zu fehl. Bitte? Du kannst dich ja zu fehlgesellen, habe ich gesagt. Nee, die ist ja noch wieder, äh, das ist ja, äh, nee. Das ist eine Special-Clo, oder? Ja, äh, äh. Ja. Gut. Müsst ihr jetzt dann gleich? Ja, das ist ja ein Ding jetzt mit Fee, ne? Ich war ganz schön, die ist nicht pinkeln, die ist scheiße. Halt wahrscheinlich seit dem Flug nicht mehr, ne? Naja, da ist wohl einiges, hat sich bestimmt angesammelt. Bestimmt war sie auch nervös jetzt, ne? Wegen den Anfragen und sowas alles. Und da hat sich jetzt wahrscheinlich was gelöst im Darm. Hoffentlich ist sie nicht umgekippt, oder so. Hoffentlich nicht, das wäre nicht gut. Max, gibt's da irgendwas Medizinisches? Was passieren könnte, wenn man groß muss? Genau, Max, erzähl mal. Bestopfung? Naja, na, vielleicht drückt sie auch zu fest und kommt dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bleibt es dann eben eine Ader. Wenn man das drückt, könnte entweder eine Ader im Kopf platzen oder die Hämorrhoiden springen raus. Oh! Weißt du, was man macht, wenn man Hämorrhoiden hat? Es gibt vier verschiedene Grade. Der erste ist noch okay, der zweite, da rollen die schon so aus, der dritte, da muss man die mit dem Finger quasi, wenn man so auf die Toilette geht, wieder reindrücken. Man kloppt die wieder rein? Ja, so ist es. Und beim vierten kann man die nicht mehr reinkloppen, weil die schon so groß sind. Und dann muss man die abzwicken im OP. Du kannst dir ja gerne auf Toilette helfen. Soll ich die abzwicken? Vielleicht musst du erst mal den Grad einteilen. Ja, also ich meine, wenn ich die nicht mehr reindrücken kann, dann weiß ich Bescheid. Ja. Oh, es ist sie. Ja, hallo? Ist das Mustafa? Bist du Kacken-Fee? Ich habe Mustafa. Fee? Ruf mal Max an! Hier irgendwas ist ganz, ganz komisch. Also doch, Hämorrhoiden. Hä? Wird jetzt auch nicht geantwortet oder so? Ich verstehe es gerade nicht. Ich glaube, Mustafa schließt gerade seinen Laden. Er gibt bestimmt gerade die Schlüssel ab. Und so? Ja. Ja, er macht doch zu. Ähm, wieso? Warum? Das Kebabhaus schließt. Warum? Wieso? Äh, stand auf Wenscher. Er zieht irgendwie zurück nach Istanbul oder so. Oh. Und das ist so todtraurig. Alice Taxi wurde immer vom Kebabhaus beliefert. Er hat so vielen Leuten Jobs geboten. Er war der Alice Taxi-Nachbar. Ach nee, das tut mir mal leid. Ach, ich habe schon ein bisschen geweint, aber das darf man ja keinem erzählen. Ach, der kommt bestimmt wieder viel. Ist auch wieder da. Wenn man einmal, einmal Los Santos, immer Los Santos. Ja, aber ich glaube kaum, dass er dann zurück... Ja, ja, Lia ist auch nicht mehr da, ne? Wer? Lia. Oh. Oh. Ja, aber Lia ist ja... Vielleicht kommt die Zeit noch. Ja. Lia hat ja gesagt, dass sie... Was war denn da nochmal? Sie war doch wegen dem Vater. Das heißt, sie kommt irgendwann wieder zurück. War das nicht Lia mit dem Vater? Ja, ich glaube nicht, dass sie wieder zurückkommt. Doch, ich glaube, da ganz fest war. Und so wie du bist auf dem Dünner. Ich muss so pinkeln. Ja, hol dir schnell noch einen, bestimmt hat er welche dabei. Ach, ich muss so pinkeln gerade. Geh doch. Ja, wo denn? Ja, die haben ja doch Toilette. Die haben eine Toilette, da oben. Nein, die machen ja alle hin. Hallo, eine Frage, ich müsste einmal auf die Toilette. Ja, zeig Ihnen einmal, wo es ja noch ist. Das ist gewesen. Das wäre einmal hier rechts durch die erste Tür. Oh, danke schön. Die platzwerke Blase. Danke. So, ich gehe kurz pinkeln. Bin sofort wieder da. Juhu. Ja, ich gehe kurz. Amen. 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 So, wir werden gleich auch mit Ariane jetzt mal losgehen gleich. Es wird echt immer später. Und ich habe hier was zu essen. Moment, ich mache mir das eben auf und dann geht's los. Okay, das kommt jetzt ganz komisch, ja. Aber ich habe einen Riesenbeutel. Ich muss mich jetzt immer viewen, weil ich dir jetzt einen Riesenbeutel voll Buschbohnen. Und die sind eiskalt, die sind fast gefroren. Und die schmecken so geil. Ich weiß nicht mal, ob man die roh essen darf, aber ich mache das einfach immer und lebe noch. Also einen ganzen Beutel voller Buschbohnen, diese langen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob man die jetzt unbedingt kochen muss. Machen wir oben diesen Stengel. Den knipse ich mir ab und dann snack ich mir die einfach. Okay. So, ich höre es mal zu. Ich muss jetzt beim Pügel arbeiten. Tschüss jetzt. Magst du mich zu dir nach Hause bringen? Oh, ja, dauert das zu lange mit den Terminen gerade? Ja, wir sind fertig. Achso, ja, dann kommen wir fahren zu mir und dann machen wir das. Merkst du, du kriegst noch deine Schlüssel. Schönen Abend noch, tschau. Schönen Abend, tschüss. Schönen Abend, tschüss. Was hat die für eine Stimme, mein Gott, wow. Krass, oder? Ja. Kann ich mir Geschichten vorlesen? Bitte? Ob sie mir Geschichten vorlesen kann? Äh, sollte sie mal probieren, ne? Ich meine, ich bin dann ein bisschen irritiert. Sag mal, kennst du eigentlich Buschbohnen? Ja. Sind die giftig, wenn man die roh isst? Oh. Oh, man sollte die in ein paar Minuten braten, ne? Aber ich hab die auch schon halb roh gegessen, weil ich keinen Bock hatte, die zu braten. Oh, aber so ganz roh sollte, weißt du was? Ich werd mal kurz auf mein Handy gucken und innig mal ganz kurz... Hast du welche gegessen? Nein, natürlich nicht. Also, ich glaub, einmal ist okay. Das ist die Blausäure da drin, die hast du auch in rohen Kartoffeln, die sollte man auch nicht essen. Gut, ich werd mal ganz kurz auf mein Handy während der Autofahrt gucken. Du überlebst das. Okay, überlebt was? Ich bring die dann doch mal lieber weg, ne? Ich berate die einfach mit veganen Speck auf. Äh, zu dir nach Hause, Ariane, ne? Ja, zu ihr nach Hause. Die Lu schaht intensiv ihr Handygerät. Was? Ja, sie guckt krass intensiv in ihr Handy rein. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es so intensiv geht, krass. Was? Ich hab gesagt, ich wusste gar nicht, dass es so intensiv geht, krass. Ja, klar geht das so intensiv. Das geht sogar noch intensiver. Focus. Aber wenn du dir ein Brot machen würdest, ein frisches Brot, ne? Ja. Mit so ein bisschen Gemüse. Was würdest du drauf machen? Eisbergsalat, Tomate, Gurken, noch irgendwas? Keine Tomaten. Magst du keine Tomaten? Ne. So, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Äh. Nur Gemüse? Oder auch irgendwelche Aufschnitte, sowas. So, jetzt hab ich einen Nussmix. Also ich hatte die tatsächlich letztens fast einen ganzen Beutel gegessen. Also gut mehrere Handvoll. Ne, Radieschen. Aber Zuckererbsen kann man so essen, oder? Bei dir muss es ja gehen. Ja, nehmen wir. Ähm. Ich kann nichts machen. Alles gut, Päser? Ja, alles gut. Fee, wunderschön ist es hier, ne? Ich lass den Kühlschrank auf, Fee. Da sind die Kuchenstücke. Ich bin gespannt, wie deine Dings aussieht. Deine Wohnung. Ja, die ist eigentlich ganz schön. Ich mag die. Ich mag die wirklich. Meine Person reicht locker. Ich mach den Kühlschrank gleich auf. Ich bin sofort wieder da. Oder, oder ne? Hey, ihr müsst, du musst gar nicht auf mich warten. Ich fahr danach zur Arbeit. Okay, dann leg ich mich zur Augen. Ich bin so müde. Jo, Küsschen. Vielen, vielen Dank. Ja, bis die Tage. Ja. Tschüss. Ariane? Ja? Gibt's ja eigentlich auch Treppen? Ja, also Treppen nicht, aber... Ja, hier. Hier gibt es Treppen. Aber es gibt hier keine Treppen raus. Und? Aber ein Parkplatz. Ein Parkplatz ist so dumm. Okay, alles klar. Äh, wie? Fee? Ach so, ich dachte, wir müssen nach oben. Nee, nee. Ähm. Ich, äh, du kannst hier halt so von der Fahrschule einmal so komplett um das Haus hier rum. Dann kannst du auch hier rein. Dann kommst du hier vorne durch diese Unterführung. Aber das macht hier keiner. Weil das einfach so beschissen gebaut ist, ne? Alle gehen immer den kleinen Vorsprung da runter. Verstehe. Ist offen. Wow. Ja, also... Kennst du... Es gibt so ein Spiel, ne? Ja. Da geht es darum, so eine... Ariane zu daten. Ja. Und irgendwie erinnert mich diese Wohnung daran. Ist ja unfassbar. Also... Nicht? Also, warte, Fee, ich kann... Ich mach dir erstmal den Kühlschrank auf. Äh, da sind immer noch... Du kennst mich ja. Das kennst du ja noch, ne? Die gefrorenen Stücke von Walter Weiß Geburtstagen drin. Ach, du schaffst. Ja, nein, du schaffst. Das ist alles weiter unten. Das ist im Gefrierfach weiter unten. Äh, die Sachen also da... Äh, bitte nicht essen. Und das sind auch Erinnerungen. Und da hab ich Hot Dogs. Und ich hab genug zu trinken. Also, ne? Die Bedienung. Ja, dann gönn dir die Sprank. Danke dir. Oh, Walis Brause. Apropos Walis Brause. Das gibt's ja auch noch. Oh, weißt du, wem das jetzt gehört? Wie, wem das jetzt gehört? Das gehört jetzt Herr Tanaka. Nee, nicht mehr. Ja. Das gibt gar keinen Sinn. Doch. Das gehört jetzt, äh, Tanaka. Okay, klar. Gut. Er weiß, dass du zu ihm verkauft. Jo. Natürlich hat er das verkauft. Er hat das einfach verkauft an der Tanaka. Und, äh, warte, ich zeig dir, komm, ich weiß nicht, ob du so einen Schnitt schon kennst. Aber ich zeig dir trotzdem mal das Schlafzimmer. Du kannst auch bei mir im Bett schlafen, mir ist das völlig egal. Mhm. So. Oh, ein Osterei. Genau, dann haben wir hier Ankleidezimmer. Und. Ja, hübsch. Das ist voll easy, ne? Ich mag die Wohnung sehr. Und, äh, tatsächlich hier Badenzimmer. Ist aber auch ganz schön, finde ich. Ja, große Duo. Wow, eine richtige Fickdusche. Jo, hab ich nur noch nicht gebumst. So. Äh, ja, achso. Und, warte. Aber das geht halt nur, wenn du den Zweitschlüssel hast. Also, falls du dann hier wohnen willst. Äh, ich mach hier mal ganz kurz auf. Moment. So, jetzt kannst du raus. Ah, aha. Ah, oh, wow. Genau. Oh, das ist ein schöner Hausblick. Ja, das ist halt doof. Die kann halt auch, Leute können hier halt hoch, ne? Aber. Äh, was haben die jetzt beim Kasa gesagt? Ja. Krieg Grundsicherung. Achso, war das schon vorher? Oder musst du es jetzt nochmal neu anmelden? Nö, war das schon. Ah, ist das fantastisch. Ja, finde ich auch. Hm. Lecker. Gönn dir die Wurst. Okay, vielleicht muss ich verarbeiten, weil es ist echt spät. Ja, warte. Ich hab jetzt ein Modul. Gut nach. Das hast du natürlich nicht gehört. Was für ein Modul? Ich hab wirklich die Vertrauung, äh, Verbrechen und irgendwas da. Hm. Hältst du das Modul oder kriegst du es mit? Ich kriegst du mit? Das ist doch nicht was der Halte. Nö. Keine Ahnung. So, und dann klau ich beim MRPD dann noch Essen und Trinken. So. Okay, cool. Ich wünsch dir was, ne? Hau rein. Du auch? Und bis die Tage. Und, äh, sind wir bald wieder Kollegen? Also sind wir bald generell mal Kollegen, ne? Stimmt, das war ich noch gar nicht wirklich. Ja, und da fahren wir Streife. Du machst Arbeiten und ich auch. Wird interessant, wenn du in Ordnung bist. Ich glaube nicht, dass wir zusammen Streife fahren können. So, fahren wir. Ja, ich bin schon. Außer ich werde Rekruter vielleicht nicht, aber irgendwas anderes bestimmt. Dann kannst du dich mit mir ermitteln. Dann fährst du mich da. Richtig. Aber dann, ne, ne, geht gar nicht. Das muss ich ja mit anderen Texten reißen. Okay. Bis dann. Tschüss. 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 Ariane kriegt einfach nicht mal ne fucking Droh-Mail oder sonst was, ne? Ach, schuldigung, ich muss das echt näher an. Wie GI 뭐 es denn? Vielen Dank. Ich esse mal nebenbei, nicht wundern, weil ich gemutet bin. Ich esse mal nebenbei. Ich esse mal nebenbei. Was ist denn jetzt los? 10.30 Uhr wahrscheinlich. Hoffe ich. Entschuldigung Leute, sorry. Ich esse mal nebenbei. Ich esse mal nebenbei. Ohne Scheiß, das ist einfach Arianes Parkplatz. Ja, wir kriegen gleich Theorie, freut ihr euch schon? Habt ihr auch alle eure Blöcke draußen? Der Herr Leaks. Cool, dass der Ausbilder ist. Nice. Ja, ich bin gerade angekommen. Ich geh jetzt gleich rein, wenn ich, ähm, ich bin hinter dem Davis-Biddy. Gut, dann bitte dich erstmal. Willst du fahren? Kannst du währenddessen auch zuhören oder willst du lieber Beifahrer sein dann? Boah, definitiv Beifahrer. Ich hab Probleme, ähm, mit Theorie, während, deswegen sag ich ja so, on the fly, so, ich brauch das immer so super theoretisch. Ähm, okay, okay, mehr brauche ich nicht wissen, wann, dann lass den Rekrut ein neues Auto fahren, deswegen. Dann bis gleich. Bis gleich. Oh, hört sich dieks jetzt auch immer so ernst an, so erwachsen ernst, dann kann ich den Rekrut zwingen, das Auto zu machen. Hört sich so erwachsen an. Hallo. 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 Bist du noch, als das mit McGarrett so ein bisschen cringy wurde, mit McGarrett? Und Ariane hat McGarrett so gehasst und dann kommt Deeks und Deeks und ist Ariane so vor, ich mag Deeks. Nee, ich glaub, der Deeks ist gar nicht mehr so. Ich glaub, der hat, der ist auch gar nicht mehr ängstlich, so gar nicht. Der hat aber auch, muss ich echt sagen, so hart lange ausgespielt, ne? Hat er sich jetzt auch mal, äh, also jetzt, also ich würd's auch nicht mehr durchziehen, ne? Der ist jetzt, so lange hat er das ausgespielt, das ist immer noch krass einfach, ne? Muss ich sagen, großes Lob. Du hast nicht gemerkt, dass das mit McGarrett war, das ist nicht gemerkt. 4106, über Führungsfahrtrichtung, Davis PD. Check. 413-1020, LMPD. Check. Info-Light-Schelle informiert, die Person, die versucht hat, Kim Kajal anzurufen. Diese ist gerade wieder erreichbar für maximal fünf Minuten. Info-Light-Schelle Ende. Die 1.19, Funk-Check. Check. 411-1020, ehemalig Flywheel-Tankschlöder. Check. 411-1020, Davis PD. Check. 1.19, wenn die 2.40 kommt. Die 1.19 hört. Ihre Abholung ist da gekommen. Die 1.19 kommt sofort rauskommen. 2.40, ehemalig Flywheel-Tankschlöder. 434, aktiv. Check. 411-1020, aktiv. 411-1020, aktiv. 411-1020, aktiv. 411-1020, aktiv. Check. 3-0, aktiv. Check. 413-1120, febsen Social Center. Check. ja also ich frage jetzt nicht um irgendwie sie da hallo nicht irgendwie um sie irgendwie vorzuführen sondern weil meine module auf ihren aufbauen und ich gehe davon aus dass das eben praxismäßig auch geübt wird deswegen ja ich gebe mein bestes und das ist ich danke ja in dem fall ist man es erfolgreiches fortbilden vielen dank dankeschön das kann ich nicht mehr gewesen dass wir sie mitgenommen bitte was die alternative wert dass sie bei uns mitgefahren werden aber nehmen sie jetzt das modul mit so ich dachte ich soll die einfach nachholen löchern sie die kollegen mach ich so hallöchen so schau ich mal ob ich schon eingetragen bin irgendwo speziell hin oder einfach rum fahren einfach rum fahren so kannst du nicht fahren aber am nächsten mal geradeaus und nicht in den gegenverkehr rein ja das ist eine dumme straße dort okay gut ja etwas überfordert mit der ganzen situation aber ich mache das ja ich merke ich sehe du wirst detektiv werden ja das ich sehe das mit der weine auch es kann sehr überraschend tatsächlich also kommen hast du jetzt den weg gefunden für dich ja weißt du was das gute ding ist was das gute ding ist kennen dich viele von der stadt als officer einige ja einige mich gefühlt die ganze stadt nutzt es gut aus ja also das mit den detektiv trainier da würde ich mich jetzt auch sowieso bei den meisten leuten sowieso bedeckt halten aber ja ab heute tatsächlich durch kontakte wieder was rausgefunden war ich sehr sehr glücklich ich muss mal ganz kurz nur noch mal die nummern aufschreiben oder sagt mir die kurz noch mal weil deine kann ich noch nicht auswendig was ja ich kann die beste zahlen 47 nicht auswendig die 47 so und der herr herr fahrer wie ist ihre nummer 275 taylor ok tatsächlich auszeit heute da ja dann herzlich willkommen vielen dank ja gut herr diex mir wurde gesagt ich soll sie richtig mit fragen löchern dann heute super also themen überlegt über dieses ganze was wir machen wir machen eine befragung als erstes gehen wir so generell ist ein bisschen durch als nächstes kommen so die befragung von zeugen das drittes kommt entfernen für den tatverlächtigen als viertes tatsächlich für methoden zum nachlesen später da werde ich nicht mit dir alles durchgehen liest du dir bitte selber durch das lese ich hier nur etwas vor und es ist langweilig wir nehmen mache ich ungefähr wie man das machen könnte also auch zusätzlich aus material hat sich auch noch ein paar informationen von mir ich werde auch sehr sehr viel von meinen berichten die ich gebe also meine erfahrungen erzählen und ich würde dich auch fragen wie du das machen würde ist jetzt meine du vor wie sollen auch übungen machen übungen können wir gerne machen indem du zum beispiel vielleicht mit diesen guten hier direkt übsen versuch informationen zu gewähren ok sind nicht er ist ganz frisch und das wird perfekt ja gut ich ich war das ja die ganze zeit schon sehr eigene art da also ich weiß nicht ob das jetzt schon mal sehr gut kommen wir mal zum generellen so anfangs generell sagen es gibt befragung und es gibt verhör wie der name schon sagt verhör und befragung was glaubst du was der unterschied zwischen beiden ist also bei einer befragung also erstmal grundsätzlich ich habe gar keine ahnung ob ich doch das jetzt einfach so wie ich mein ne also eine befragung ist für mich zum beispiel dass ich jetzt ein zeugen befragte was haben sie gesehen wo waren sie und einfach fakten halt einfach das was er einfach das was ich hatte befragung einer fragen stellen ein verhör da möchte ich informationen rausbekommen also stelle ich dahingehend spezifische fragen und auch mit die ich wahrscheinlich nur lernen würde bestimmten vorher mit rufen weil ich eine information eine spezielle information raus bekommen möchte beides ungefähr so richtig ungefähr so kann es sie ganz einfach merken eine befragung bei einem zeugen dienst als allgemeine informationsgewinnung um thesen zu bilden die thesen die brauchst du für den aufbau für deinen verhör damit du die bei den tatverdächtigen dann anwenden kannst theorien feststellst thesen vorlegst und versucht sie zu bestätigen oder zu widerlegen okay so das ist das gute deswegen werden zeugen immer erst vorgeladen bevor tatverdächtige vorgeladen werden zeugen können informationen geben informationsgewinnung mitbringt und damit kannst dann einen tatverdächtigen verhören weil wir schon lesen hast das macht sinn und tatsächlich habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht genau ein beispiel jetzt so ist da wie heißt noch mal trailer mester taylor zum beispiel mester taylor hat gesehen wie mr dieks jemand überfallen hat du lädst als erstes müssen dieks ein ich hab nichts gesagt alles drum und dran und er sagt ich sag gar nichts ich will anwalt haben dann kommt aber mester taylor sagt ja mester dieks hat ein blunder haare hat ein zock gehabt hat polizei uniform angehabt dann ist dieks am arsch ja ja das schöne an verhör und befragung oder allgemein diese sachen ist du kannst pokern so kommen wir später wie kannst du eine befrage oder einleiten was zu beachten es ist wichtig natürlich dass du immer immer die rechte vorliest mir an der warnung oder tatsächlich zeugenbelehrung also die zeugenbelehrung auf dem handy ja habe ich okay zeugenbelehrung ist wichtig ansonsten zählt ja nix wenn du die person nicht mehr also nicht belehrt zählt gar nix kannst du alles befragen wenn du mich nicht belehrt hast dass ich einen anwalt haben kann dass ich tatverdächtiger bin dass ich festgenommen wurde oder so was und ich sage dir ich habe ihn umgebracht das ist nicht verwenden unfassbar ja macht natürlich sinn wie die belehrung da habe ich direkt noch mal eine frage die mache ich ja jetzt bei naja das war ja beim täter bei täter mache ich das einmal wenn ich ihn befragen bei der festnahme und einmal bevor er hinter gittern kommt genau wenn du die zähne schließt ja okay die mir an der belehrung dann sie sind hiermit festgenommen und so weiter und so fort wichtig für den verhör wenn du ihn belehrt hast fragst du ihn nicht ob ein anwalt haben will ergibt sinn oder wenn ich ihn verhöre frage ich mich ob er einen anwalt haben will du hast mich festgenommen du hast mich zweimal belehrt weil die gesagt kein bock gehabt beim ersten mal zu bestätigen dass das verstanden okay er hätte zu dem zeitpunkt schon sagen kann ich möchte einen anwalt richtig warum denn weil er die rechte bestätigt nach dem zweiten mal okay und wenn er da kein anwalt will dann kann er auch dann okay gut dann hat mr dieks pech gehabt weil mr dieks hat seine belehrung verstanden ihm wurde es zweimal vorgelesen insgesamt sogar viermal vorgelesen wenn er hinter den türen ist und wenn er kein anwalt haben will hey warum bist du dein leben schwer machen weißt was ein anwalt sagt ja wir sagen keine aussage wir warten bis vor gericht also jetzt mal so rein rein ins mitte mit dem beispiel einfach der wurde jetzt belehrt bei der festnahme und wurde belehrt so jetzt haben wir ein verhör mit ihm da ist jetzt ein tag dazwischen und er sagt ich möchte jetzt aber ein anwalt kurz vor dem vorher dann kriegt er kein jederzeit recht davon anwalt aber wann sage ich ihnen also wann ist das vorher dann also in welchen zeitabständen reden wir da du kannst also wenn du jetzt heute jemanden festnimmt ihn belehrt hast und befragst oder beziehungsweise er reden sagen wir mal so kurz ich du nimmst mr dieks fest du hast mr dieks belehrt und alles was ab jetzt gesagt kann gegen ihn verwendet werden denn das recht zu schweigen alles was sie sagen kann und wird gegen die verwendet werden sie haben das recht auf anwalt können sich kein leisten mit einer gestellt ist kein dienst müssen sie selber verteidigen rechte verstanden nein das war vorgelesen automatisch verstanden du hast alles gesagt was er wissen muss okay alles was ich alles ab was jetzt dieks sagt wird gegen ihn verwendet allerdings nur bis die polizeiliche maßnahme beendet ist wenn du ihnen eine verhörliste hast du sind jetzt drei stunden lang verhört er geht nach hause und du hörst ihn morgen noch mal muss erneut belehren okay okay ja das macht sinn das ist okay jetzt verstehe ich genau du musst ihn jedes mal bei jeder polizeiliche maßnahme belehren ansonsten zählt nicht das was er sagt wenn du ihn festgenommen hast und du fährst ihn zum mpd und fragt schon fragen im streifenwagen darfst du es gegen ihn verwenden weil ich ihn schon belehrt habe richtig genau also richtig belehren ist wichtig anwälte werden wie gesagt nur auf wunsch des zeugen oder verdächtigen kontaktiert bei einem zeugen kannst du fragen ob er einen anwalt haben will dazu machen was richtig gut ist wenn du einen zeugen hast du hast einen größeren fall als detektiv sagen wir mal einen mord der zeuge hat es gesehen dass es züglich vom stadtort passiert ist dann kannst du tatsächlich mit diesen zeugen auf diesen tatort gehen im nachhinein damit er noch mal ein flashback bekommt was passiert ist und die alles erzählen kann was er weiß aber du kannst es bestimmt selbst als zivilist ist hier bestimmt sowas auch schon mal passiert ist irgendwas passiert ist alles so schnell gewesen wenn du dann noch mal dahin gehst dann erinnerst du dich auch scheiße hier wurde er doch erstochen der messer hat er wurden hier angeschossen er wurde erstochen und schon hast eine information und tatsächlich ist es ja so dass also ich hatte dass die situation ist mir schon mal passiert dass ich zu einem tatort noch mal gehen musste zwar so anderthalb zwei jahre danach aber es ist passiert und da waren tatsächlich die staatsanwaltschaft dabei ist das in der regel so oder hat das nur damit zu tun weil es gar weil es halt mord war es kommt glaube ich auf den fall an ok kommt auf den fall an es kommt wirklich auf den fall an aber mindestens zwei streifen polizisten auf jeden fall ich weiß nicht einfach ja nicht an einem zeugen ja also es ist halt einfach schlau mit zeugen auch manchmal tatort zu beginnen es egal wann eigentlich immer wieder in einem regelmäßigen abstand und so weiter und so fort ist auch eigentlich vorteilhaft und es weckt erinnerungen ich passe generell immer auf wenn ich also ich habe immer gedacht generell nehmen wir niemanden im streifenwagen mit brauche ich ja wir sind aber bitte einfach durchfahren ja nichts machen weil wir sind ja ja du darfst zivilisten streifenwagen mitnehmen ja du musst nur vorher durchsuchen ja ja das muss ich mir auch definitiv merken ja durchsuchen wichtig ist durchsuchen genau das deswegen was für das machen du hast auch tatverdächtige mitnehmen handschellen allerdings jetzt werde ich mir noch mal anischen stichpunkten aufschreiben definitiv egal verweiter jetzt also stoppt in zukunft vorsichtig sein wenn du jemanden verhörst oder befragst oder irgendwo mitnimmst achte mal immer in zukunft auf die mimik gestik und sprache kannst du dir verstehen warum also generell kann ich mir das schon feststellen weil daran kann ich ja schon mal lesen ob derjenige nervös ist ob er aber lügt aber die wahl sagt natürlich weiß dass man sie nicht genau aber am verhalten kann man das ja direkt feststellen richtig wenn jemand zum beispiel viel oder fängt plötzlich an was anderes zu reden versucht sich abzulenken oder sonst irgendwas ein schönes beispiel ist auch was man diesem fall nehmen kann auf die mimik und sprache achten indem du mehrfach die gleiche frage fragt aber in den verschiedenen zeit abstand oder aber ein bisschen schnell er war sehr schnell ja dann musst du hinterher fahren du musst in der von rechts jetzt anfangen blaulicht anmachen okay jetzt ist spät in zukunft weise bescheid okay okay ich war schon halb ready halb ready weil ich dann schon wenn du nicht kannst bitte zu ja mit der erfahren ansonsten machst du dich strafbar okay genau auch wenn du dich hinterher kommst trotzdem versuchen ja genau okay einfach mal sagen von der 406 ist es ein grauer jugendagen stadtpark westseite richtung süden gefahren erhöhte geschwindigkeit wir kommen mit dem mit durch hinterher achten sie als rechten zauber das ein fährt oder sowas genau und jetzt haben wir es noch mal abgesichert genau also mimik gestik sprache und so weiter und so fort ist wichtig und das wichtig gute ist wenn du ihn öfters die gleiche frage fragt kann es sein dass er beim zweiten dritten mal etwas erwähnt was er gar nicht gemeint wollte ein beispiel ich hatte letztens den obdachlosen gordo bei mir ein kenne ich ja lange zeit der hat mit harald ecker den kennst du ja zufälligerweise auch hat er probleme gehabt stress gehabt und er hat sein auto kaputt gemacht und ich habe ihn vorgeladen als vernächtiger bzw jemand anderes ein anderer kollege ich habe in der fall angeguckt und habe den verhört und ich habe nie von harald ecker redet und er hat seinen namen gekauft also du stellst auch sag ich mal ist es auch so dass du dreimal die gleiche frage stellt aber die immer wieder anders formuliert ist richtig perfekt super es hört sich ganz einfach an aber es funktioniert einfach genau genau sonderbares verhalten thesen behaupten stützen und so weiter und so fort wenn du merkst dass sie sich verschränkt sich kleiner macht oder groß macht sich verteidigen will und so weiter und so fort ist natürlich auch sehr gut deswegen notierst du dir auch solche sachen wichtige aussagen dazu kommen wir auch gleich zum protokoll notierst du dir die notierst zum beispiel okay er stand da und hat arme verschränkt wollte sich verteidigen hat viel geämmt also was kann benutzt werden von der staatsanwaltschaft wenn es ein größerer fall ist okay also das schreibt man also das schreibt man wirklich aber den dingen wo reicht man denn solche notieren ein schreibt man das mit in die akte als beobachtung ja dann schreiben bei seiner zeugenaussage während der befragung hat er sich sehr komisch verhalten hat sehr oft gemacht wollte immer wieder auf die toilette gehen zum beispiel und so weiter und so fort du kannst jedes fall ja aufzuprobieren es kommt wirklich nur darauf an wie du zeit und lust drauf hast das ist was mich nämlich wirklich interessiert tatsächlich ich möchte keine profilerin werden aber so eine profilerin leid das interessiert mich wirklich sehr die 406 10 20 minewood tankstelle also genau du kannst halt solche sachen halt immer halt mit verwenden wenn du sowas aufschreibst du muss ja kein profilerin sein aber es hilft trotzdem ich habe bei einer bestimmten sache jetzt ich bei einem fall mit herr lassen zusammengearbeitet und er hat mir schon etwas interessantes geschickt wie man manipulative menschen erkennt und wie man gegenhält zum ganzer leid fahren und mit ihm würde ich auch in zukunft da was das angeht sehr zusammenarbeiten und ich ich würde mich mal auch notieren also das finde ich finde ich gut dass man das auch machen kann und sollen ja du fährst am besten ja ich weiß muss ich noch dran gewöhnen und so aber das kriegst du schon hin das fühle ich herr taylor ne fühle ich sehr passiert mir immer ich bin etwas überfordert aber ja das also ich bin immer noch überfordert genau also notiere die wichtigsten aussagen genau und deutlich das witzige ist ja und das ist jetzt so eine solche diese das ist eine information für dich selbst okay das ist auch so ein ding du musst wenn du ein protokoll mast nicht alles perfekt aufschreiben wenn du ein kleines diktiergerät bei dir hast den rest ja selber vorstellen was du machen kannst genau kann ich mir wurde auch gesagt kein auf keinen fall das steht hier steht aber falsch und entschuldigung mir wurde tatsächlich auch keine sätze auch bei normalen aussagen sondern immer nur stichwörter dass man das wirklich nicht wort für wort auch nicht in die akte schreiben das ist richtig muss ich nicht machen im schämsten fall hast du ein dektiergerät ja und kann es auch mal nachrichten genau du kannst dann nachchecken was er gesagt hat ist alles okay ist alles legitim alles erlaubt genau deswegen kannst du das machen so generell generell beachtest du aber am besten halt wie es am besten so sinngemäß wiedergegeben wenn du ihn zum beispiel eine frage fragst beim ersten mal fragst du wie du es gefragt hast beim zweiten mal wie du es gefragt hast beim dritten mal sagt er vielleicht eine ganz andere antwort wie beim ersten mal obwohl es nicht genau die antwort sein sollte also gutes protokoll ist wichtig es ist ein beweismittel vor gericht ich war ja mal junior jetzt du musst dir immer sofort wenn du den ich war mal junior jetzt wenn du einen richter überzeugen möchtest musst du ihn überzeugen das ist einfach gesagt aber schwer ich bin als richter nicht auf der straße und ich sehe nicht was passiert ist ich sehe nicht dass was du gesagt hast ich höre das auch nicht ich sehe nicht was du gemacht hast und so weiter und so fort du musst mir eine geschichte erzählen die ich glauben muss und das kannst du mit beweisen ja immer im kopf haben du musst einer dritten person eine geschichte erzählen die er glauben muss okay eine frage hätte ich noch bei einem verhör bin ich ja nicht alleine fragen stellen zu hören und aufschreiben zusammen wenn sich ein bisschen zu krass an habe ich gibt es ja hier also bin ich diejenige die sich sachen aufschreibt und jemand anders gehört ihn und ich stelle nur dabei frage oder macht man das wirklich alles komplett alleine weil dann müssen wir wissen vorgesetze schnappt er einen officer und sagt hey du bist protokoll da okay gut du bist vorgesetze du hast ein bisschen mehr rechte das schließt mir an dass ich überhaupt irgendwo mehr richter habe aber das ist ja auch egal aber das ist gut zu wissen naja du bist jetzt gerade den guten weisungsbefugt und wenn der rekrut scheißer baut kriegst du anscheinend ich denke ja ich ich möchte ich möchte dass herr taylor jetzt singt die ganze fahrt aber nein spaß spaß wirklich das wollen sie glaube ich nicht hören das will ich auch nicht hören ich kenne gutes was also das stärkste beweismittel sind natürlich vor gericht sind dann deine protokolle ja gut wenn du ihn beläht hat es gibt zu dass er immer getötet hat es ist ein sehr starkes beweismittel der zeugen hast auch wenn er mit seinem anwalt sagt ja unter stress gesagt unser scheiß egal das ist beweismittel wenn dann noch die beweise stimmen fing abdrückt und so weiter und so weiter ist alles erforderlich deswegen versuchst du am besten sein protokoll so nah wie möglich wieder zu geben nicht eins zu eins wenn du in einem zwei stunden verhör bist und das ein diktiergerät viel spaß das abzuschreiben da sitzt du tagelang dran gefühlt musst du nicht machen also für mich aus dem verhör für mich das was essentielles rausschreiben ich muss jetzt nicht zwei stunden die zwei stunden komplett in worte zusammenfassen naja du musst schon wie gesagt so nah wie möglich alles drauf schreiben so nah wie möglich halt du musst jetzt nicht sagen dass er gesagt hat kill noch eine pause machen weil ich kacken gehen muss muss ich nicht aufschreiben verstehe was ich meine wenn du zum beispiel etwas mal protokolliert oder sowas und du kommst nicht hinterher dann unterbreche die person auch einfach machen kann so machen ja ja das würde ich generell machen ansonsten wie gesagt nimm dir ein protokoll du bist detektiv kannst du machen ok viel der ganzen geschichte was ich erzählt habe ist natürlich informationsgewinn damit du den richter überzeugen kannst das wissen viele nicht aber der richter ist nicht auf der straße er sieht nicht was passiert und du musst eine geschichte erzählen dass das glaubt und das ist halt wichtig deswegen sind natürlich relevante fragen auch wichtig kleidung frage wer aussah auge nase ob eine beziehung hat zum beispiel zum täter und so weiter und sofort beim zeugen kannst du alles nachfragen im endeffekt muss eigentlich kreativ werden desto kreativer du bist desto informationen ist mehr information kannst du gewinnen es gibt officer die fragen bei der befragung nach der person wie sie aussah dann kommt die information ja alles schwarz angezogen jetzt denkst du über den tellerrand du sagst okay wie sah denn seine kleidung aus hat er lang arm gehabt hat er kurz haben gehabt ein kurz angeht hat hat er tattoos gehabt haben sie sehen können du verstehst was ich meine ja kann sagen natürlich hat schwarze kleidung angehabt okay für den meisten ist der fall geschlossen weil im endeffekt 80 prozent lauf schwarz rum du musst nur informationen gewinnen motorrad händler hat der vore glas gehabt oder kein glas gab sonnenbrille kann man durchgucken kann man nicht durchgucken farbe und so weiter und so fort viele leute werden immer ein bisschen was hängen und das bringt viel wenn er zum beispiel ein tuch von seiner hose raushängen lässt welche farbe hatten denn noch mal gab war das gelb war das blau war das grün im endeffekt hat diese farbe nichts zu sagen aber wenn du glück hast sind das halt diese gegner ja ich kann auch ein grünes tuch hinter meinem arsch raus gucken lassen aber wenn du glück hast gesagt diese gängler die dann einfach in diese richtung reinkommen dann hast du auch wieder eine richtung wo du gucken kannst dann kann man einen kleinen kreis in dem man weiter gucken genau so wenn du zeugen fragst kannst auch tatort befragung machen wie sahen der tat noch mal aus versuch den zeugen bisschen zu so zu brainstormen okay der tatort ist der stadtpark da war eine mülltonne zum beispiel oder war eine person die gelbe schuhe der gelbe schuhe angehabt und du hast informationen wieder gewonnen man muss einfach wirklich kreativ sein das ist ganz wichtig sucht richtungen zum beispiel hier passiert was in welche richtung ist das fahrzeug geflohen in richtung westen oder richtung osten osten ist hier westen ist da ist in richtung osten gefahren rechts oder links rechts gefahren okay schon mal gut zu wissen kannst du durchgeben bei einer schnellen verhörungen zum beispiel stellen befragung und so weiter und so fort relevante fragen sind am ende fällt eigentlich die wehfragen was passiert wo es passiert wann es passiert und so weiter sofort kannst du den zeugen fahren bei den ganzen tatverdächtigen kannst du es auch machen wo bist du gewesen gestern um 11 uhr hast du zeugen das beweisen kann dass du dort warst diese klassiken filmfragen die man erkennt sind standard fragen tatsächlich wenn du dann noch kreativ ist haben haben sie haben sie eine beziehung ist ihre ist ihre freundin frau bahns zum beispiel ja sie kenne ich okay okay aber kennen sie sie zum beispiel und versuchst du ein bisschen privaten kontakt aufzubauen und fragst wäre das ist eine frage die wichtig für der fall ist ja er nicht die mit punkten auch was ist das ist ja gar nichts was denn das ist ein ganz komisch getimtes auto alles gut ich dachte wenn koffer haben ach du meine tschuldigung dass ich dich getuzt habe entschuldigung okay das gelbe auto da hinten das hat irgendwelche komische boxen auf dem dach drauf geschnallt die güter das wohl egal ist also ich habe keine ahnung das steht alles was nicht im gesetz steht dass es verboten ist ist legal da hatten wir letzte hatten wir letztens schon nekrophilie ist auch erlaubt alles ist egal gefühlt gut ja ich bin mal gespannt ob so methoden die die ich jetzt auch die eben wie heute auch noch vorkommen eine frage hätte ich ganz kurz kurz darf ich mit dem polizeiwagen durch die promenade fahren ja aber bitte langsam nicht durchheizen nicht laut genug sorry er hat zehn drei ja vier sechs für sie einmal den aus dem golfplatz als 10 10 anfahren wohnungs alarm kommt ja die 406 mit und die 406 fährt an würde mir dass jemand markieren markieren ja 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 ich will sich in fahrrad ganz kurz jetzt wir machen das muss man gleich weiter zurück du schaust bitte dass du gleich wenn du ausschreibst mit scharfen schusswaffe aussteigst ja ich hab halt immer ein bisschen schusswaffe wäre schon ein bisschen schwieriger ja das ist eine große schwäche von mir ich will halt dass du möglichst ich will das immer hinaus zögern mit der scharfen schusswaffe ich weiß dass es nicht richtig ist oh mein gott ja die vier vereins jetzt hier meldet zwei fahrradfahrer ein weiter bmx schwarze kleidung weißer rucksack aktive 60 jetzt um was richtung in casa südlich von einem stop 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 das ist der jetzt wurde das alles für die jetzt bleibt nicht stehen das hat keinen sinn hier du kannst du schon gar nicht mehr jetzt bleib doch mal stehen was war das denn für den jump das macht immer noch keinen sinn hier können wir auch rein noch mal hier später ist für die bleiben sie bitte stehen auf ihren füßen so jetzt jetzt aber kommen ja da können sie sich ja gar keine luft mehr jetzt bleiben sie stehen ja ja alles gut alles gut alles gut ja das ist ja auch steigen auf steigen auf steigen ja auch ausmachen aussteigen brauchen sie eine dritte einheit oder eher negativ kommen ja also wir haben jetzt aktuell nur die verfolgung von einem der bmx fahrräder den anderen haben jetzt komplett verloren vielleicht noch mal das lsp nie bleiben sie stehen bleiben sie stehen oder es tut gleich weh jetzt bleiben sie stehen ich bin doch nein bleiben sie selber stehen ich bin viel schneller als sie oh mann du bist echt langsam wirklich ich taisere dich bleib stehen oh Junge ich bin am schwitzen wie ein schwein meine güte ich glaube mein schwein pfeift ich schütze mir fällt gleich die waffe aus der hand ganz im ernst ja das geht für dich ja wohl du hast du irgendwelche scharfen oder spitzen gegenstände bei dir meine ego miss banz würden sie einmal belehren während ich durchsucht das wäre super ich will nichts lernen ja also sie haben das recht ich kann es ihnen auch vorsingen wenn sie wollen sie haben das recht zu schweigen alles was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden sie haben das recht auf einen anwalt können sie sich keinen leisten wird ineinander gestellt ist kein anwalt erreichbar müssen sie sich selbst verteidigen haben sie ihre rechte verstanden na du musst noch mal singen ich habe noch gar nicht gesungen sie haben das recht zu schweigen nehmen momenten haben sie sich zu bestimmen sie haben das recht zu schweigen alles was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden sie haben das recht auf einen anwalt können sich keinen leisten wird ihnen eingestellt ist kein anwalt erreichbar müssen sie sich selbst verteidigen haben ihre rechte verstanden dann wird das mal verstanden ich will nichts lernen naja was okay gut schauen wir hier Wie heißt denn du? Johnny. Johnny, hast du einen Ausweis dabei? Check. Vielleicht, Mann, hast du einen dabei? Ich habe einen Ausweis dabei. Ist mein PD-Ausweis hier? Na, Mann, dein richtigen. Dein richtigen Ausweis zeige ich dir nicht. Warten Sie vor allem. Ich bitte dich jetzt mal ganz kurz. Ich durchsuche dich mal ganz kurz. Das hat dein Kollege doch gerade schon gemacht. Ja. Hast du schon gemacht? Hast du was gefunden? Ja, ja. Rucksack können wir vielleicht noch mal kurz reingucken. Ja, das machen wir gleich mal. Nimm mal den Rucksack kurz ab. Ah, shit. Nimm mal den Rucksack kurz ab. Ah, shit. Kannst du mir auch das Zug rausziehen, Mann? Ja, mach ich auch. Wegen die 4-4-1 löst sich an dieser Stelle. Ihr habt ja noch eine weitere 10-10 hier. Ja, wer ist denn die Ausrufe in der Einheit gewesen? 4-0-6 für die 4-1-6, komm. Ja, dann noch ein Tiefel ein, bitte. Ist euer Fall. Ja, ich muss ein Foto von McKinney, äh... in Flamilie sein. 10-3. Ihr fack... 4-0-6 für die 4-1-6, komm. So, wir müssen den Rucksack jetzt nehmen wir mal. Erstmal zu mir. Also... Ja, listen, Mann. Vielleicht bist du eher cooler als dein... Hormil, Mann. Kannst du mir den nicht locker anbinden gleich wieder? Ja, schau'n wir mal. Wenn du dich kooperativ behältst, dann können wir's machen. Oh... Au revoir. Dein Rucksack hier, so? Oh, god damn. Ja, okay, Mann. Was ist denn der Rucksack hier drin? Schau'n wir mal rein. Armin, nur so'n bisschen... So'n bisschen Stuff, Mann. Hört sie. Mikrofon. Und die 4-1-6 einmal zum ursprünglichen Wohnungseinbruch anfangen und gucken, wie die Lage davor ist, komm. Äh, ja, so positiv. Komm. Check. 4-1-6, dementsprechend 10... Wie kann ich jetzt gehen? Nee. Ach so. 2-70 für 2-47, komm. Wer hat sie gekommen? Äh, der Kollege, den ich berufen hat, kann aktuell nicht kommen, da hier, äh, die Person vielleicht mit die Kasse, die zum PD-Fed kommt. Hey, aber dann will ich an die Scheibe, ich meine, ich will rein. Warum wollen wir denn da reinkommen? Was ist, wenn da jetzt zwei irgendwie Schweinereien machen? Ja, das ist ein Bang-Bus. Natürlich machen da irgendwelche Leute Schweinereien, Mann. Oh mein Gott. Wie? Ich hab noch nie gehört. Ein Bang-Bus? Ja, guck da rein. Es könnte sein, dass das ein Bang-Bus ist. Hier. Siehst du die Matratze da drin? Oh mein Gott. Nee, da guck ich ja nicht hin. Da bin ich ein bisschen zu... Wo ist denn dann ausweißen, der Kollege Kaffee? Oh, in der rechten Hosentasche, Mann. In der rechten Hosentasche. Immer den Matros hier. Komm, wir wissen doch. Check. Ah. David. David. Schefferson. David. 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 Genau, Mann. David, David, David. Warum bist du noch jung, Alter? Check. 2001 geboren, Mann. Du bist erst 22. Die Info-Hotline informiert. Das MD hat das soeben abgemeldet. Die Info-Hotline informiert. Die Info-Hotline informiert. 430S 1030 östliche Arcadius Tower. Check. 3.6 geht in den Feierabend. Hey? Oh mein Gott. 531 wieder aktiv. Check. 531 wieder aktiv. Leitstelle für die 416, komm. Leitstelle, hörst du, komm. Haben wir noch einen 1010, um einmal die Wohnungen, also Häuser hier beim Dispatch zu klären, komm. Ah, die freie Menge. Was ist denn die freie Menge? Ah, 2Keyros. Leitstelle, komm. 2Keyros. Du hast da einen K zu viel drin. Oh. Na, Mann, ich glaube nur zwei Baggies, Mann. Ich weiß nicht, wie viel in der Tasche ist, Mann. Das liegt da schon ewig drin. Ja. Okay, okay. Das muss man gleich abnehmen tatsächlich dann. Wir müssen das überprüfen. Aber wenn es wirklich... Ah, ja, ja, abnehmen, Mann. Okay. Willst du mir gerade trug? No, no. Ich dachte, ich hätte mich schon verhört. Alles gut. Ja, sowas würde ich nicht machen, Mann. Ja, ja. Du bist doch bestimmt ein Superman, ey. Gut. Ja, Mann, Mann, Mann. Gibt mal hier weiter direkt diese. Gibt mal die Weed-Dinger hier. Die Tüten hier. Die Handschuhe anziehen. Ja, genau, Mann. Passt doch nicht mit deinen Donut-Fingern ran, Mann. Das kannst du dir schon mal messen, also wiegen lassen, wie viel das ist. Wenn es die Freimenge ist, hat er Glück gehabt. Wenn nicht, dann bleibst du bei uns. Was ist denn die Freimenge, Mann? 2 Gramm. Oh, really? Ja, alles, was du über 2 Gramm hast, ist unseres. Also das heißt, wenn du Glück hast, in der Tüte jeweils nur insgesamt 2 Gramm. Zusammen. Ich habe das aufgeteilt, Mann. In jeder Tüte ist 2 Gramm. So, dein Mikrofon brauche ich jetzt nicht. Okay, so. Ist das ein Schlüssel-Set hier? Was ist denn das hier? In der Tasche hier? Schlüssel-Set? Ja, was machst du hier? Guck mal, hier ist so ein kleines Metallteil. Was machst du da? Du meinst das, Mann. Das ist für meine Brip, Mann. Was für ein Ding? Meine Brip. Was ist denn eine Brip? Ja, meine Crip, Mann. Meine Wohnung. Ach so. Ja, meine Brip. Okay, verstehe. Ich habe die Keys irgendwie mal verloren, Mann. Und jetzt muss ich aktuell mit den Dingern das machen, Mann. Weißt du diese... Scheiße, Mann. Wie heißt dieses Ding, Mann? Du brichst deine Tür auf, oder was? Du brichst deine Tür auf, oder was? Na, Mann. Schließt sie auf. Du... Warte mal. Sind das Dietrich hier, oder was? Ja, genau, Mann. Du brichst dein eigenes Ding auf. Wenn du keinen Schlüssel hast, Mann. Wie willst du sonst reinkommen? Man willst du jedes Mal wie so ein Eislöcher durchs Fenster klettern? Hey, na. Mit dem Brecheis. Okay. Okay. Warum nicht, Alter? Wer macht dann sowas, Mann? Wie soll ich denn drunk durchs Fenster klettern? Wie machst du das, wenn du von der Party kommst, Mann? Und du bist hella drunk? Ich bin nicht drunk. Wie? Trinkst du nicht? Nein. Warum nicht? Nicht mehr. Ich bin Kopf, ich trinke nicht mehr. Okay, aber... Ja, Armin, ich hab das Video gesehen, Mann. Ihr seid Cops. So, ihr trinkt. Ein Kopf hat getrunken. Nicht alle Cops trinken, hm? Na. Bist du jetzt ein Krimineller, weil alle anderen... Halt die Klappe, Ariane! Halt die Klappe! Sag nicht, dass du seufst! Ja, siehst du, das ist eine gute Antwort gewesen, gell? Ein gutes Argument. Nee, aber ihr schon, Mann. Ihr seid alle... Ihr tragt sogar das gleiche an. Na und? Ich hab auch schon heute jemanden gesehen, der genau das gleiche an gab, was du anhatest. Armin. Ja, ja, weißt du, was er macht? Er hat eine Wohnungstour aufgebrochen. Der sah genauso aus wie du, hat auch ein schönes Ding... Also, er fühlt sich eins zu eins aus wie du. Oh, vielleicht hat er seinen Schlüssel verloren. Naja, vielleicht hat er einfach versucht, die Tür aufzubrechnen. Uiuiui, super, ey. Ejo. Guck mal, Dietrich, geht mal hier auch mal dem Kollegen. Das darf auch mal überprüfen, ob damit versucht worden ist, irgendwie aufzukranken oder sowas. Können wir ja die Schmauchspuren... Was ist das Schmauchspuren? Die Spuren überprüfen. Aufspuren, Mann? Nein, nein, Spuren überprüfen. Die kann man auch noch geben, so. Kollege, hast du ja? Ist nicht runtergeflobt, oder so? Nee, nee, ich hab die, alles gut. Okay, super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, 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 okay. Super, ansonsten sieht alles sauber aus in der Tasche. Hier hast du noch ein paar Medizin... Was? Medizin? Bist du krank, oder was? Ey, hast du was ansteckt mit das? Na, na, das ist für Schmerzen, Mann. Was ist für Schmerzen? Ich hab letztens eine Katze aus dem Baum gerettet, Mann. Du bist auch noch ein Held, ich verstehe schon. Ich bin draufgeklettert, Mann. Ist das kleine Mädchen und hat einfach so geweint, weil die Katze nicht mehr runterkommen wollte. So, deswegen bin ich da hoch und... Yeah! Als ich dann wieder runtergegangen bin... Echt, wo war das denn? In der East. 402, aktiv. Ja, okay, okay. Als ich dann runtergegangen bin, Mann, da hat so ein Motherfucker auf mich geschossen. Check. Ah, verstehe. Ja. Okay, gut, guck mal. Wir legen jetzt die ein bisschen locker ran, weil das kooperativ ist. Solltest du Scheiße bauen, ziehen wir jetzt die ganz fest. Das ist ein Deal, oder? Check. Wow. Great. Alles klar. Dann übergebe ich den Kollegen. Hier, der Kollege kann ich dann mal abführen. Ich hab jetzt sein Ding so, dann... Viel Spaß mit ihm. Ey, darf ich mich jetzt umdrehen, Mann, oder werde ich ja scheiße? Du darfst ihn umdrehen. Ne, ne, du hast... Ab jetzt darfst du dich umdrehen. Genau. Achso, dein Handy ist noch hier, bei der Weit. Danke. Sie ist vergeben, by the way. Ja, und? Ich wollte so gesagt haben. Ist das jetzt ein Hindernis? Ja, in meiner Welt schon. Ejo. Äh, genau. Hier ist das Handy noch so, Portemonnaie hab ich jetzt noch drinnen gelassen. Ja, kannst du dann... kannst das später nehmen. Alles klar. Ich dank euch, dann könnt ihr das machen. Ejo. Wie, du verpisst dich jetzt? Ja, ich verpiss mich jetzt. Ich hab jetzt besser als zu tun. Ejo. Oh, mein Gott. Ja, ich hab jetzt besser als zu tun. Ejo. So ne Aufregung am ersten Tag. Ja. Wohin denn? Ja, die haben eine viel coolere Webpline hier. Aber warte noch bevor du losfährst, bitte. Mach schon mal Motor an, fahr ein bisschen nach hinten, aber warte noch bis wir losfährst. Ja. Ja. Es sind 20 beim Wohnungsanbruch. Habe ich so, äh, tatsächlich auch eher selten gesehen, aber macht sehr viel Sinn, dass man gemeinsam losfährt. Kann ja immer was passieren, ne? So sieht's aus. Ja, ich hab glaube ich so gut wie alles falsch gemacht vorhin, aber okay. Hey, sie sollen die Sachen falsch machen. 4.0 für Leitstelle kommen. Du bist neu, ja, alles gut. Wann will ich jetzt nicht? Ja, nein. 5.0 war das jetzt. Gut. Dann war kurz vor allem und sicher. Anfahrt Davis Lee und den Kollegen kurz aufsammeln, komm. Verstanden? Wir können ja wissen, dass man nur sehr gemerkt hat, dass man manchmal mit Menschen reden kann. Mal zum Schreiber zugegeben, was wer so ein bisschen gemacht hat. Das ist zum Beispiel auch, by the way, eine Befragungstechnik, was ich gemacht habe. So bin ich natürlich auch immer. Ich mach das immer sehr, sehr locker und, äh, Freunde, mach mal einen Witz. Ich hab ihm jetzt die Rechte vorgesungen und da wüsste ich schon, okay, er wird jetzt hier nicht durchdrehen oder so. Ja, da musst du nur aufpassen, dass es gegen dich verwendet wird, wenn du etwas vorsingst. Mhm. Es muss ja schon laut und deutlich sein, was du machst. Ja, ja, das ist es ja auf jeden Fall. Keine Sorge, da passe ich auf, aber das hatte ich auch schon im Beisein von Vorgesetzten gemacht. Genau. Äh, Fragestellungen zum Beispiel, was ich gerade gemacht habe. Für was ist denn das hier? Für was ist denn dies? Wie viel ist hier drin und so weiter und so fort? Hilft natürlich auch, ja. Äh, rekonstruieren von Tatverhalten zum Beispiel, welche Straftat vorliegt. Guck mal, was ich selber gesagt habe, der bricht gerade seine eigene Tür immer auf. Um reinzukommen, weil er keine Schlüssel mehr hat. Mhm. So, es ist ein Wohnungseinbruchgrad gewesen. Ja, ja, ich meine regulär muss ich sagen, es kann tatsächlich sein, ne? Aber in Verbindung jetzt mit dem Wohnungseinbruch ist das natürlich schon seltsam. Ja, schon witzig, ein Hinweis vielleicht sogar. So, 35 schaltet sich ab. Guck mal bitte, wer da bei der 441 gerade im Scheifenwagen drin ist. Ja. Der rankhöchste Officer. Elis einmal zurück, komm, Haus fürs Sicher. Aber ich fahr den jetzt nicht hinterher, ne? Nein, nein. Ähm, bei der 441, ne? Das ist, ähm, das sind zwei Officer 1, Mitchell Cooper und, äh, Liam, äh, Kania. Jetzt machen wir das 4101. Wir haben auf Höhe Kasa ein Fahrzeug, das gerade auf der Kreuzung im Kreis fährt. Thomas. 4101, Ende. Der Kollege hat, glaub ich, grad Probleme. Hat er, hatten wir gestern auch. Was denn? Dass er nicht einsteigen konnte. Ah, mh, ja. Ja, den Alamo muss ich sagen, ich war ja super ungerne. Aber wissen Sie was? Ich war, äh, vier Monate Recruit, ne? Und hab bei meiner Prüfung geheult. Jetzt, jetzt, jetzt wird Ihnen die Recruitenzeit viel, viel leichter fallen, weil Ihnen wird das bestimmt nicht passieren. Ich bin das Worst-Case-Szenario. Ich hab das Ganze ja schon mal hinter mir, das ist es ja. Wieso? Also nicht hier, äh, aber, äh, da wo ich herkomme. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, äh, doppelt hält besser. Ja, ne, aber trotzdem ist es ja, äh, ne, je nachdem, je nach Department ist ja trotzdem mal anders. Äh, was macht der da jetzt? Oh, okay. Ähm, ich glaub, dass man müsste... Moment. Ähm. Ich hab noch ein Problem. Äh? 4, 0, 2, 10, 20, David, PD. Mhm. Ich hab nur mein Gurt mal losgemacht. Wird mal hier stehen. Ist der Kollege aufm Klo? Naja. Was? Turuso? Wer bist du? Ich kenn doch alle nicht. Ich kenn nicht mal IC alle. Wer bist du? Bist du? Bist du? Bist du Herr? Bist du Herr Chase? Wer schießen soll nicht? Ja. Ich weiß nicht, was du von der, von der Polizia so mitbekommst oder so. Würden Sie doch noch einen Schritt nach rechts gehen? Natürlich. Nicht jeder Gruppe ist besorgen. Ich will dich gar nicht, wenn ich dich killen würde, dann hätte ich vorhin auf dich geschossen, statt zu sagen, ich täter dich jetzt. Ja, der ist. Was hat man? Jo, benutzt das nicht so, Mann. Ja, ich weiß. Ja. 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 Das ist mir auch das erste Mal passiert. Hallo. Wieso höre ich den Funk da heute nicht? Nee, was ist das daneben uns für uns da oben an? Wollen wir ein bisschen shoppen gehen? Na. Du bist festgenommen, Digga. Nee, ich... Ich versuche mir noch rauszukommen. Ja, wieso festgenommen, Mann? Ich habe nichts getan. Du bist vorhin nicht festgenommen. Ja. Sorry, dass Ariane so viel anruft, ne? Ey, ohne Scheiß, ich bin ein bisschen überfordert damit, weil ich so wenig Zeit habe und irgendwie eine Nix-Checkerin bin, ne? Aber sie ruft halt voll gern Chase an, weil sich da so mega verstanden fühlt und da auch nicht so viel Angst hat, so, ne? Dass sie wahrscheinlich noch ein bisschen vorkommen. Wenn die Untersuchungssachferne ist. Ja. Ja. 434 löst sich auf. Wurz sich mal löst sich ab. Dann geht sie bis zu 90 Minuten, Mark. 90 Minutes? Ja, 90 Minutes. Ew. Kann ich dir einen Tipp geben, ja? Es ist natürlich deine Entscheidung, ob du das jetzt benutzt oder nicht. Aber du hast schon ein bisschen so zugegeben, dass du so ein bisschen Türen aufklackst, auch wenn es eine eigene ist. Ja? Es ist jetzt verboten, denn wir leben in einem freien Land. Das ist Mary, come on. That's what's up. Mhm. Mhm, mhm. Oh la, kann man ihnen irgendwie weiterhelfen? Yeah, what's up? Jo, mach mal das Fenster weiter runter. Naja. Dann fragen sie mal ganz schnell. Oh, Adkins! Oh, Adkins! Was geht? Man, die wollen mich killen. Was? Was? Jetzt fragen sie ihre Frage? Los, los. Ja, genau. Und wir wollten fragen, ob wir vielleicht so im Hintergrund, da sind ja die Lichter von euch und dann so filmen dürfen. Auf Hilfe! Ähm, ich glaube der Mann braucht Hilfe. Was wollen sie machen? Wir sind Musiker und wollten Musik... Also so sehr cheap. Wie ich? Nein Leute, wir sind ja im Einsatz. Guck mal, wir sind ja im Einsatz. Fahrt bitte mal. Also nein, nein, nein. Wie wollen ihr den Einsatz? Einfach kurz einsteigen und weiterfahren. Jo, guckt doch nicht einfach so zu. Kannst du kurz ein Interview geben? Nein, gerade nicht. Nein, 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 nein. Wie gesagt, einfach einsteigen und weiterfahren, ja? Hier, bitte helfen sie mir, Mann. Aber kann man das... Kannst du bitte niemanden schützen? Einsteigen und weiterfahren jetzt. Ey, jetzt komm. Gott damn, geht nicht. Ich? Jo, von denen geht keine Gefahr. Ja, mach schnell, ich bin im Einsatz. Äh, das kann ich nicht sagen. Jetzt musst du die Leiststelle fragen. Ich war... Ich bin... Ich bin normalerweise... Ich bin Einsatzleiter gewesen, aber... Egal, ich hab sie nicht bekommen. Ariane ist trotzdem immer nett. Auch wenn... Die kennt ja die Leute, ne? Und ich werd nicht anfangen mit Ariane so... Nee, wärs ganz recht, wenn ich unbedingt am ersten Tag gleich jemanden auf mich schießen würde. Nee, nee, ach... Also da kommt... Müssen sie jetzt keine Sorgen machen, die kenn ich tatsächlich. Ah, okay. Die wollten nur ein Musikvideo drehen mit den Baulichten im Hintergrund. Weil sonst vertrauen die alle Ariane irgendwann nicht mehr, ne? Ah, da kenn ich noch jemanden, der das wollte. Oh, echt? Wie denn? Dann ruft die mal bitte die 39 an und gibt denen mal die Information, wo die Tür war. Äh... Hast du hier, was ich dir noch sagen wollte, ist, ja? Ich weiß tatsächlich nicht, wie er heißt. Ich hab's bloß so am Rande mitbekommen. Glatzkoch? Glatzkoch? Also fast Glatzkoch? Nur kurz in meine Haare? Ja, und redet komisch. Ja. Gibt es du das, wenn du die Tür aufgeschnackt hast? Ja. Hab ich mich schon mal da. Ja. Okay. Ja, okay. Du sprichst. Na, wie gesagt. Bisschen kleinen Kriminellen unterwegs. Spass euch. 90 Minutes, gell? 90 Minutes U-Haft. Fängt dich selber, man. Äh, ach... Entschuldigung. Was? Hat er sich jetzt entschuldigt gerade? Achso. Ich hab' ich abgeschlossen. 441 mit einer 10, 50, 1 TV Lamisa Petit. So, was du jetzt machen kannst, ist, du schließt genau... Check. Hab' ich schon mal. Genau, jetzt kannst du ganz normal wieder... Okay. Ja, musst du warten. Ich hab' das eben. Check. Ich hab' das eben. Jetzt gibt's aber auch Kollegen, die einfach weiter funktionieren. Team 060 da aktiv. Genau. Ich hab' Talent dafür. Ich habe ein... Ich bin... Während ich auf den Knopf drücke, merke ich tatsächlich, dass jemand anders anfängt zu reden, aber meine Stimme sagt's trotzdem. Das... Ich versteh' dich so, wie das macht. Ja. Ja, okay. Genau. Also, wie du gerade selber gemerkt hast, eine... Das war zum Beispiel auch so eine Sache so... Ich hab' mir jetzt schon mal gut reingelegt, so ein bisschen. Ja. Jetzt muss man mal gucken, wie halt reagiert, was die Kollegen daraus machen. Ähm... Ins Gewissen reden ist eine gute Taktik, die du benutzen kannst. Kommen wir mal zu Taktik. Also, so ein bisschen... Aber sowas wie Gaslighten und so, gehört auch 100% nie auch zu der Taktik, oder? Auch, ja. Auch tatsächlich. Ich hatte mal einen Raubüberfall bei X-Gems, wo sie noch im alten Standort waren. Und da war Herr Thiago Calito, oder sowas wie er hieß er. Ich weiß es gar nicht. Irgendein... Ähm... Irgendein Mensch, einfach. Sagen wir mal so. Der hat, glaub' ich, mit einem AC-Kart versucht, das Ding auszurauben. Okay. Und der wollte... Der Brüder mit 21 Jahren werden. Während der M-State... Ich hieß aus den Schuss. Und er wollte eigentlich mit seiner Freundin nach Paris fliegen. Oh. Ähm. Ja, und das hab' ich gegen ihn verwendet. Er hat das... Ich hab' gesagt, hey, guck mal. Ich seh' gerade, du hast Geburtstag in zwei Tagen. Scheiße, Digga. Du wirst nicht rauskommen bis dahin. Also, ich hab' ihn einfach verarscht. Ich hab' gepokert. Du wirst nicht rauskommen. Mhm. Oder es ist vier Tage, sechs Tage, sieben Tage. Also, wie gesagt, zu allgemeinen Taktiken jetzt. Ja, ja. Ich hab' ihn versucht, anfangen zu verarschen. Hab' gesagt, hey, du wirst... Bis du die ganze Sache abgesessen hast, schon dein Geburtstag hinter dir haben. Und so weiter und so fort. Du wirst mindestens ein, zwei Wochen im Knast sitzen. Bis das Ding überhaupt vor Gericht kommt. Und dann siehst du auch noch die Strafe ab, die du noch bekommst und so weiter und so fort. Sehr geschickt. Der hat's nicht geglaubt. Okay, aber hätte er dir daraus einen Strick drehen können, indem du... Nein. ... indem er mir gesagt hat, du hast falsche Informationen gegeben? Nö, ich darf gucken. Ah. Das Gesetz sagt nicht, dass ich die Wahrheit sagen muss. Sagt das Gesetz das wirklich nicht? Nein. Okay. Das Gesetz sagt mir nicht, dass ich die Wahrheit sagen muss. Ah, raffiniert. Okay. Das Gesetz sagt nur, dass ein Zeuge die Wahrheit sagen muss. Dieks. Also Herr Dieks ist ja raffiniert, ja? Mhm. Ich sag doch, man muss nur ein bisschen schlau sein, dann funktioniert das schon. Easy. Ich hab das so gegen ihn verwendet, der hat gesagt, ja was, ich muss an meinem Geburtstag im States sein? Ich werd doch volljährig. Ich wollt mit meiner Verlobten, war das glaube ich sogar, nach Paris fliegen und so weiter und so fort. Nee. Nee, nee, nee. Ich hab nix gemacht. Und dann wollte er nichts sagen tatsächlich. Und dann hab ich ihn wirklich so stark... Du kannst hier reinfahren, alles gut. Dann hab ich ihn so stark ins Gewissen reing... der Typ ist geflüchtet danach. Hat die Kollegen verarscht und ist geflüchtet. Und war auf der Fahndung. Ach du Scheiße. Das war wohl Herr Riviera, oder? Nee, das war nicht Riviera. Irgendein Kalito hieß der. Hm, okay. Oh, warst du schon mal, du fährst rückwärts rein? Sehr schön. Von was du hast gelernt. Das machen wir bei Luck and Load genauso. Sehr gut. Ach, von Luck and Load sind sie. Ach, von Luck and Load sind sie. Ja. Ah, okay. Super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Das ist eine Taktik zum Beispiel. Eine weitere Taktik ist, wie ich grad vorhin gemacht habe. Dieses nette so, bisschen so auf cool Basis. Auf seiner Ebene. Habt ihr was festgestellt? Hab ich ihn gesiezt oder hab ich ihn gedozt? Ja, sie kommt. Glauben gedozt. Ich weiß nicht, dass wir tatsächlich gar nicht so rausgehen. Ich bin auf seiner Ebene gewesen. Ich hab geredet wie er selbst. Jack, so verstanden, komm. Und er hat plötzlich zugegeben, was das für Drogen sind. Er hat zugegeben, dass er so ein Dietrich-Set bei sich hat, weil er seine Tür aufknackt. Die Information hab ich jetzt gegen ihn verwenden. Ich kann das jetzt gegen ihn verwenden. Informationsgewinnen. Mhm. Was da mit drin gewesen ist. Er wurde belädt. Von dir. Ich darf das benutzen. Also auf eine Ebene mit gehen ist eine Taktik. Nicht oben herabscheinen. Nicht ihn siezen, wenn er das gar nicht möchte. Natürlich, wenn es jetzt so ein Mafiaboss ist, dann siehst du ihn. Ist ja klar. Aber ansonsten so ein Straßengangster, den siehst du nicht. Ja, es gibt so Leute zum Beispiel, ich weiß ich, Herr Glenn, Herr Afrodoni zum Beispiel. Das wäre jemand, den würde ich sitzen, den würde ich nicht duzen. Aber das merkt man ja bereits in den auftretenden Menschen, ne? Man merkt es ja nicht. Das ist genau so richtig. Richtig, richtig. Und ihr habt ja gesehen, wie er plötzlich mit mir angefangen hat zu reden, alles drum und dran. Und er war plötzlich ehrlich und hat gesagt, hey, okay, gut. Ich mache das, was du sagst am Anfang. Er hat sogar gefragt, ob er sich umdrehen darf. Ja, stimmt. Manche machen das nicht. Das ist eine Befragungstechnik. Die machen das einfach dann, ja. Genau, das ist eine Befragungstechnik. Verzögerungen, die ich mit eingebaut habe. Okay, okay, Türen aufbrechen. Dann habe ich irgendwas anderes angefangen zu reden, so. Und plötzlich, out of nowhere, wieder Kontext für in die Tür wieder reingeholt. Und zu gucken, was er jetzt sagt. Ist eine Verhörtechnik. Und vieles mehr. Der Good Cop, Bad Cop ist standardmäßig immer mit drinne. Man denkt, das funktioniert gar nicht. Aber doch, das funktioniert. Habe ich auch schon hinter mir. Die Leute anfangen zuzugeben, was sie gemacht haben. Warst du Good Cop oder Bad Cop? Sie, also du, also ja. Du kannst mich duzen. Ich ignoriere das. Das ist egal. Sie darf mich duzen. Ja, stimmt. Nur während einem Vorgesetzten darfst du mich nicht duzen. Und ich sie auch nicht duzen, weil es im Dienstanweis so steht. Ja, das ist ja ein bisschen blöd. Wir kennen uns ja. Ja, ja, ja. Da war ich jetzt kurz mal auf. Aber egal. Check. Gut. Das ist aber alles gut zu wissen. Aber diese einzelnen Methoden, die kann ich mir auch durchlesen. Und sowas würde ich dann nochmal zusätzlich, wenn ich das alles durchlese habe und dass mir hier die Notizen und so, die ich gemacht habe, würde ich auf jeden Fall mit den Herrn Larsen auch nochmal was ausarbeiten. Ich finde das nämlich so interessant tatsächlich. Würde ich machen tatsächlich. Es gibt Techniken, die heiße ich zum Beispiel die RPM Technik. In diesem Fall wäre es zum Beispiel die Entwirkung des Gedächtnisses. Also Geständnisses. Du versuchst halt Sachen zu interpretieren und so weiter und so fort. Das heißt also, RPM heißt by the way, Raditionalisierung, Projektminimierung und so weiter und so fort. Gut, das werde ich mir wahrscheinlich noch mal machen. Ich würde es dir gar nicht erzählen, weil du sie nachlesen kannst. Das ist viel einfacher, wenn du sie selber nachlesen. Ja, ja. Ja, verstanden. Damit kannst du dir selber eine Zusammenfassung machen. Ja. So, Raid-Mothode zum Beispiel. Das sind neun Phasen. Ich würde dir jetzt neun Phasen runterlesen. Lohnt sich nicht. Liest du dir selber durch. Ich finde aber auch, korrigiere mich aber, wenn ich da falsch liege, ne? So zum Beispiel ich für mich sehe das als wichtig an, dass ich weiß, was es die Methoden gibt, aber ich trotzdem meine Art, die ich habe, dabei beibehalte. Definitiv. Weil ich glaube, sonst wäre es irgendwie wie aus dem Lehrbuch und ich glaube, das wäre mega auffällig. Und das ist aber okay, wenn man das so macht, oder? Natürlich, das wolltest du auch so machen. Gut. Weil ich glaube, ich habe, also ich kann eine Sache gut, ich kann den Leuten eher dieses, ja, dass die mir auf den Kopf packen wollen und sagen, oh, süß. Also das habe ich relativ oft und das kann ich halt wunderbar in solchen Vorhören nutzen auch. Zum Beispiel. Wenn jemand zum Beispiel ein Bad Cop ist und ich dann so einfach, oh, ne? Ja. Das ist sogar fast schon zu genial. Ja. Ja, ne Schwäche einfach mal. Das hört sich dumm an, aber das ist die Wahrheit. Das ist halt einfach einfach. Ja, ja, klar. Also viele Erfahrungen immer gemacht, dass mich Leute nicht ernst nehmen. Ich finde, das kann man dann auch mal für etwas nutzen. Richtig. Guck mal, der hat vorhin gesagt, ich habe zwei Kilo dabei. Wenn er wirklich zwei Kilo dabei hat, ist er am Arsch. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Dann ist er richtig am Arsch. Also der kommt doch jetzt nicht raus. Er ist am Arsch so. Er wusste das Gesetz nicht. Ja. Ja. Ich hätte ihm sagen können, hey, einfach so ein bisschen verarsuchen zu fahren. Ich hätte, ich hätte Poker können. Ich hätte gesagt, zwei Kilo. Du weißt, dass ein Gramm die Tagesmenge, die erlaubte Menge ist. 5-3-0 aktiv. Und er wusste es nicht, weil er das Gesetz nicht kenne. Das heißt, ich hätte ihn jetzt rein theoretisch mit dem Gesetz hops nehmen können. 5-3-1 aktiv. Eine Verhörtechnik. Ich benutze das Gesetz gegen ihn. Check. Ja. 2 Kilo? Okay, wir nehmen es ab. Wir überprüfen es. Ähm. Für ihn ist jetzt das Ding so, auch wenn er nichts gemacht hat, er ist ja abgehauen. So, das darf man nicht vergessen. Für ihn ist jetzt so, scheiße, der hat mein Weed, Alter. Und er will sein Weed zurück haben. Mhm. Also gehst du in ein Ding mit ein. Hör mal zu. Wir machen das ganz einfach. Du sagst mir, dass du das Ding gemacht hast, und du kriegst sein Weed zurück. Ich weiß, dass du es haben willst. Weil Weed ist teuer. Und dann gibt er es zu, und er kriegt aber auch sein Weed dann nicht zurück. Doch, er kriegt sein Weed zurück. Du musst schon dein Wort halten. Ja, ja, Moment. Aber er kriegt sein Weed, er kriegt nur die Menge zurück, die er hat haben da. Die zwei Gramm, ne? Da musst du gucken, was du machst, tatsächlich. Musst du abregeln. Im Endeffekt, wenn du es nicht weißt, mit der Staatsanwaltschaft. Ja, da hätte ich... Genau, aber ich hätte nämlich Angst, dass er mich dann strafbar macht, wenn ich es ihm wirklich zurückgebe einfach. Richtig. Richtig. Deals mit Staatsanwaltschaft. Immer abklären. Okay. Bei einer Ordnungswidrigkeit kannst du selber entscheiden. Oh, das ist immer noch zu heikel, also muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, wenn du eine Information gewinnst, indem du in Anführungsstrichen eine Straftat machst, ist das eine Krauzone, sage ich mal so. Eine sehr, sehr starke Krauzone. Oh, ich hab's jetzt hier. Entschuldigung. Du musst dir mal vorstellen. Du gibst ihm sein Weed zurück und er hat zugegeben, dass er Scheiße gebaut hat. Was ist hochrangig eingestellt? Was ist priorisierter? Der Wohnungseinbruch oder das Weed? Ja. Ich denke der Einbruch, oder? Du fährst, by the way, die ganze Zeit auf dem Gegenverkehr. Ich will nicht sterben, gell? Da vorne sind zwei Pfeile in die Richtung. Auf der Straße. Ja, du musst aber aufpassen. Du musst aufpassen. Nach einer Krautung gilt das nicht mehr. Na ja. Ja gut, toll. Okay. Ja, ist gut zu wissen, das wusste ich natürlich auch total. Ähm, ne, aber was? Ja, das war jetzt wirklich etwas... Okay, Entschuldigung. Was sehr, sehr gerne mal funktioniert. Ein paar Taktiken, die ich dir mitgeben kann oder so. Was jetzt auch hier auf dem Protokoll steht. Verzögerungen mit einbauen. Wiederholungen. Langsame Sprechen. Pausen. Höhere Stimmlagen. Erhöhte Blinz-Frequenz. Also Blinz-Frequenz. Du kannst ihn öfters fragen, ihn auf die Nerven gehen. Du kannst auf ihn einreden und so weiter und so fort. Sophia Reyes. Sagte dieser Name was? Ähm, tatsächlich nicht, nein. Espinosa Reyes. Oh, der ist aber lange her. Der Name sagt dir was, gell? Der Name sagt mir was. Das hatte ich mal mit dem hier... Oh, wie hieß er denn nochmal? Der mit dem Vokuhila. Ach, den kennst du, glaube ich, gar nicht. Den kennst du gar nicht. Der ist auch schon länger nicht mehr da, aber da hatte ich mal was mitbekommen. Da war ich mal dabei. Ansonsten nicht so viel. Genau. Du hast die verstorben ist und es gibt die Sophia Reyes. Oh, okay. Also eine Schwester von ihr. Wir hatten die Mann und ich bin hier auf die Nerven gegangen. Verhörertechnik. Ich bin hier wirklich einfach nur auf die Nerven gegangen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, guck mal hier, jetzt bist du in dieser Scheißzelle hier drin. Du musst hier pennen. Du bleibst die ganze Nacht hier, weil du nicht zugeben bist, dass du an der Kasse warst. Lohnt sich das. Wenn du es zugibst, geht es an die Staatsanwaltschaft, du kriegst eine neue Einladung für den Gerichtstermin und du kannst heute direkt nach Hause gehen. Ich kann bei der Staatsanwaltschaft sagen, hey, dir hat Scheiße gebaut, hat es zugegeben, ist kooperativ gewesen. Ist für deine Verurteilung besser, als wenn ich sage, nö, wir waren nicht kooperativ. Und du sitzt den ganzen Tag hier durch eine dreckige Toilette. Hat keiner sauber gemacht. Jeder kann reingucken? Jeder kann reingucken, wenn du pinkeln gehst. Scheißegal, ob du Mann oder Frau bist. Oder was auch immer. Und so weiter und so fort. Ich habe meine Umgebung gegen sie verwendet. Das einzige, was sie gesagt hat, wenn McKinney neben dir steht, gebe ich es nicht zu. McKinney ist weggegangen, sie hat alles zugegeben. McKinney kommt irgendwie nicht immer gut an. Ich habe schon so viele Leute gehört, die ihn einfach nicht mögen. Ich verstehe nicht warum. Verstehe ich auch noch nicht so warum. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Aber genau, sie hat es zugegeben, dass sie Scheiße gebaut hat. Sie wollte die ganze schon auf sich nehmen, aber zugegeben, dass sie Scheiße gebaut hat. Und das war genau das, was wir wissen. Wir haben gesehen, dass sie da an der Kasse war. Wir brauchen nur noch ihren Beweis. Also unseren Beweis. Eine Verhältnisse. Du hast ja gesagt, du hast Ideen, wie das funktioniert. Machen wir mal eine Frage. Du hast einen Rekruten links neben dir. Ich befrage ihn. Du wirst Informationen von ihm gewinnen. Ich höre einfach mal zu. Oh Gott, ich hasse sowas. Das ist so unangenehm, oder Herr Taylor? Alles gut. Ich bin ein offenes Buch. Wir sind ein offenes Buch. Herr Dieks, tatsächlich weiß ich jetzt aber nicht was für eine Information. Ich meine, soll ich ihn jetzt einfach wild darauf befragen? So ganz ohne Ziel ist das komisch. Ist es ohne Ziel, wenn du einen Rekruten bei deiner Streife hast? Nein, ich meine, ich dachte, ich soll eine spezielle Information rausbekommen. Ja, überleg dir was Gutes. Warte, ich warte. Ich habe eine Idee. Eine Sekunde. Ich schreibe dir das, oder? Okay, okay. Ich wollte gerade sagen, wer hört, wenn ich das jetzt wüsste, ne? Ah, wie hieß es das? Hast du noch mal den Namen von ihm? Von Herr Taylor? Nein, nein, den Gefangenen. Ja, das war Herr Jefferson. Wie schreibt man den? Vorname, Nachname? David Jefferson. Nachname, wie schreibt man das? J-E? J-E-F-F-E-R-S-O-N. Okay, warte. Ich schreibe dir, was du von ihm herausfinden sollst. Hm. Warte, jetzt muss ich überlegen. Okay, das ist vielleicht doch auf eine schnelle Art doch nicht heiß. Die Sache ist, wenn wir so eine Übung machen und ich möchte was von Herrn Taylor rausfinden, ähm, und er weiß, dass es schwierig sein soll, dann würde ich es zum Beispiel sehr schwierig machen und es gar nicht aus mir rauslocken lassen. Ja, aber wenn ich ja nicht weiß, was sie von mir möchten, kann ich es ja vielleicht auch unbewusst rauslassen. Ja, dann lassen sie es definitiv mal unbewusst raus, ne? Ja, solange ich nicht weiß, was sie von mir möchten, kann das schon passieren. Vielleicht kommen sie dann auf eine Spur. So, Herr Jefferson, Sie haben also bei Lock & Load gearbeitet. Ich arbeite dort immer noch, richtig? Ach, Sie arbeiten dort immer noch? Ja. Was war denn genau da? Ich hab mich das immer gefragt, wie der Arbeitsalltag aussieht. Ja, er ist eigentlich sehr ähnlich der Polizei gegenüber, also... Und was sind da so die Ähnlichkeiten? Naja, Streifendienst zum Beispiel, Punkt A. Ach so, äh, auch richtig mit Uniform? Ja, unten 8 Meldet, wir haben illegale Racer Richtung... Oh, da bin ich sehr schrocken. Ich auch. Wicht? Laufel F, Easterlf? Ähm, ja, ganz normal auch, mit schusssicherer Weste. Ah. Ja, mehr darf ich wahrscheinlich nicht sagen, wegen Interna, aber... Sie dürfen mir also auch nicht sagen, dass das ein Privatunternehmen ist. Äh, doch, das darf ich nicht. Äh, draußen, ne, biegen jetzt nach dem Norden ab, Richtung Namesa. Wir sind weiter in Richtung Norden unterwegs, weiter in Richtung Namesa PD. Ich hasse das, was jetzt kommt. Norden, Osten, Süden, Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Einmal in Richtung Norden. Der sich Kontakt schwindet immer weiter. Wir fahren hier sehr, sehr schnell weiter in Richtung Norden. Wir haben grad Lamesa PD passiert. Sind jetzt an der Tankstelle auch vorbei. Weiter in Richtung Norden unterwegs. Ich kann mich... Oh Gott, jetzt kann er jetzt... Also ein bisschen Probleme zu konzentrieren, habe ich mich jetzt? Ja. Ja. Ich weiß, dass ich jetzt gleich wahrscheinlich... Rücken Richtung... Nein, nein, ich mach das. Nein, wir biegen Richtung Norden, Richtung... Nein, nein, nein. Wir biegen Richtung Norden, Richtung... Nein, nein, nein. Wir biegen Richtung Norden, Richtung... Herr Dix, kann man das trotzdem machen, wenn es ein bisschen ruhiger ist? Ja, klar. Okay, okay. Außerdem muss ich 10.60 auch noch üben. Frau Barnes, gut, äh... Ich bin jetzt erst seit heute da, aber ich kann es auch nicht. Ich bin seit Oktober da. Das hilft mir nicht. Am Ende ist es nochmal... Am Ende ist es nochmal... Am Ende ist es nochmal... Am Ende ist es nicht... 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 Ja, okay, dann sind wir ja doch ein Stückchen entfernt. Weiter in Richtung Süden, passieren gleich ehemals Piazzarossa. Oder dass wir die langsame Karre haben. Ja, das haben wir nicht mehr gleich. Immer noch Richtung Süden, in der Tür Piazzarossa. Wir sind jetzt Richtung Westen, Richtung Rockford Plaza. Wir haben heute schon den ganzen Tag Probleme. Ich tanke ganz kurz, bleibt der Vorsitzende bitte. Ja, ja. Okay. Eieieiei... Wir sind extrem schnell. Wir kommen auch nicht mit dem SDX hinterher. Ja, denselben fahren wir auch bei Luckend Road. Genau mit dem SDX und der. Ach du Scheiße. Gut, wir haben keine Verfolgungsjagden, aber... Also wirklich... Was ist denn das Schlimmste, was so passieren kann bei Luckend Road? Naja, grundsätzlich... Ähm... Also... Weil ich jetzt wirklich gar keine Ahnung hab. Ja, eigentlich das Schlimmste wäre ein Überfall. Dass wir halt in irgendeiner... Ne... Ähnlich wie Meriwether letztens, der auch unterfallen wurde, um die... Uniformen, beziehungsweise halt die schusssicheren Westen und die Taser zu bekommen. Ah, okay. Ist es da halt dasselbe, also... Aber sie haben auf jeden Fall... Ja, sie haben Taser und Westen. Mh... Ja, allerdings im Gegensatz zum PD... Ähm... Kriegt man als Azubi keinen. Was ich schon was befremdlich finde... Warte, mach du weiter, ich trage das um. Oh, ja, ich kann das auch umtragen. Okay, okay. Ist die 415, ne? 415, ne? 415... 415, bitte. 415, ja. 415, ja. Moment, äh... Nein, nein, komm raus. Ist umgetragen, ich lass nicht... Soll ich den Funk aber jetzt mal freilassen? Lassen, lassen, freilassen. Scheibe einfach aktiv, das reicht schon. 415 aktiv. Ja... Also ein Überfall ist aber mal passiert? Mh... Also mir bisher jetzt noch nicht. Ich... Ah, guckt ja dann. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob es bisher überhaupt Lock and Load schon mal passiert ist. Aber... Ich sehe den Allgemein mal... Oh, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich sehe den Allgemein mal ein Überfall hier in der Santa ist passiert. Naja, wir hatten es ja... Also... Beziehungsweise ihr... Hattet es ja erst letztens mit Meriwether, dass wir überfallen wurden. Mhm. Also da... Das scheint ja nicht allzu selten zu sein. Ähm... Und es gab, sag ich mal, jetzt schon ein paar brenzlige Situationen, wo es mir dann sehr... Unwohl war, dass ich keinen... Nicht mal einen Taser hatte. Psst. Das war dann etwas... Ja. Da fühlt man sich dann etwas nackt. Äh... Ja, definitiv. Weil ein Schlagstock... Ja, der hilft mir halt nicht, wenn jemand mit der Schusswaffe oder eventuell ein Messer auf mich zurennt. Mhm. Ähm... Ja, aber... Dieses werden, wo sie gefühlt sind. Scheiße, ne? Also damals... Ja. Bitte? Ja, ne. Ich hab bloß ja gesagt. Alles gut. Also damals... Also damals... Ja. 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 zu uns und haben uns auf Stühle gesetzt, gefesselt und dann, sage ich mal, sehr deutlich mit meinem Vater geredet. Und immer, wenn ich jetzt halt, vor allem nachdem ich ein PD bin, wenn ich jetzt nämlich unterwegs bin und wirklich keine Waffe, gar nichts bei mir habe, ich fühle mich immer super unsicher. Und das ist alles auf die Kinderheit zurückzuführen. Ich meine, das hat jeder ja irgendwo. Man sieht ja auch irgendwelche Erfahrungen. Ich meine, das formt einen ja auch. Dann kriegt ja, man entwickelt ja auch Ängste dadurch. Ja, das ist meistens so. Bei mir sind es zwei eher andere Ängste, würde ich jetzt behaupten, aber ja, die Kindheit prägt halt, egal in welcher Art und Weise. Bei vielen im Positiven, bei mindestens genauso vielen eher im Negativen. Ist Ihnen nur Positives oder nur Negatives passiert? Bei mir jetzt? Also auf meine Eltern bezogen eigentlich eher Negatives. Oh, wahrscheinlich. Auf meine Großeltern, bei denen ich eigentlich aufgewachsen bin, eher ein Teilbreit im Nameser im Rahmen bekommen. Positives. Oh, es tut mir leid, wenn den Eltern mega Negatives passiert ist. Oh, das wird sie leben noch. Also bin ich jetzt nicht falsch verstehen. Den beiden geht's auch gut, aber... Und sind sehr stimmte Dinge passiert? Entschuldigung, welchen neugierig ich bin. Alles gut. Es ist halt einfach... Ich bin jemand, der sagt, man sollte keine Kinder in die Welt setzen, wenn man sich nicht um diese kümmern will oder kann oder... Ah, Vernachlässigung? Ja, aber jetzt nicht aufgrund von irgendwie Drogen oder Alkoholmissbrauch oder so, sondern meine Eltern sind beides Ärzte, die halt auch renommiert sind. Heißt viel unterwegs, viel Arbeit. Also nie Zeit für die Kinder. Ich und mein Bruder sind bei unseren Großeltern aufgewachsen und meine Eltern sehen's aber halt auch einfach nicht ein, ne? Also sie sehen nicht, was sie falsch gemacht haben sollen. Oh, es tut mir so leid. Herr Dix, war das jetzt richtig? Entschuldigung, Herr Taylor. Ich bin so empathisch, wenn ich sowas höre, ist furchtbar. Und, äh, man, das ist letztendlich auch der Grund, warum ich jetzt hier bin, weil es da leider einen sehr großen Streit gab. Ähm, ja, weil, weil mir ist halt dann irgendwann die Hutschnur geplatzt, weil meine Eltern immer einen auf Friede, Freude, Eierkuchen bei irgendwelchen Veranstaltungen machen wollten und da aber auch bloß die Kinder mit anwesend sein sollten und auf heile Welt machen sollten. Und mir hat's halt einfach irgendwann gereicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich muss jetzt leider sagen, ich finde es gerade ein bisschen echt schlecht. Ja, ich auch. Herr Taylor, weil die Aufgabe war tatsächlich, ähm, deine schlimmste Kindheitseinerung. Wie war das denn mit den, mit den, aber du bist, also, oh, Entschuldigung, sie sind bei den Großeltern aber aufgewachsen. Entschuldigung, jetzt muss ich mir das Thema auch nochmal abschließen. Es tut mir gerade so leid. Mit meinen Großeltern bin ich komplett fein. Also, die sind... Ja, sie sind noch alle dabei, nebendrein. Leben beide noch? Ja, ja. Oh, komm, sei dahin. Wir waren zwar sehr traurig, äh, dass ich jetzt dann letztendlich gegangen bin, aber es war halt auch einfach das Problem, man, ich war damals schon in Seattle bei der Polizei. Ähm, mein Bruder ist aber halt leider aufgrund der ganzen Geschichte auf die Skifahren geraten. Er war dann mehr oder weniger das genaue Gegenteil von mir. Ähm, sitzt auch bis heute noch im State Prison in Seattle ein? Peter, du lässt mit der Information, es halten sich gerade womöglich mehrere Street Tracer nördlich des Maze Bank Towers sind unter Führung auf. Nördlich des Maze Bank Towers? Was hält sich da auf? Moment. Das hab ich jetzt auch nicht verstanden. Äh, vielleicht ist die 1,5 würde das noch unterstützen, wenn wir genehmig kommen. Ercheck, unterstützen Sie kommen. Peter, abschließend, muss ich noch eine Sache sagen. Ja, die Street Tracer stehen und aktuell nur kein Verstoß. Ist so. Ihre Großeltern sind ihre Familie. Ihre Großeltern sind ihre Eltern. Ja, das seh ich genauso. Also meine Eltern sind, ich nenn sie immer liebevoll meine Erzeuger. Ja, richtig so. Check. Es ist, ja, vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, wo sie es einsehen und eingestehen, dass sie Fehler gemacht haben. Das weiß ich nicht. Aber ob das halt noch viel retten wird, weiß ich halt auch nicht. Sie soll ich ehrlich sagen, ich denke eher weniger. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich glaub's auch nicht. Also A, glaub's nicht nicht. Ja, du musst auch passen. Ich war jetzt genau im Funk, das Mace Bank Tower, Mace Bank Area, was genau? Ja, da sind gerade Street Racer unter der Tunnel, aber die fahren gerade nicht. Das heißt, noch kein Delikt. Okay. So, Taylor, ein Tipp für dich. Erstens, Ari, krank gut gemacht. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich das genommen hab. Es tut mir sehr leid, dass ich das genommen hab. Aber das war eine schwere Aufgabe, muss ich sagen. Alles gut. Aber wie es aussieht, ist es bei denen so eine kleine Frust gewesen, Taylor, was raus musste. Ja. Ich gebe dir einen Tipp für die Zukunft, okay? Ja. Wenn jemand sowas fragt, man kann alles gegen dich verwenden. Pass auf, was du erzählst. Du bist noch recht frisch in der Geschichte hier drinnen. Man kann alles gegen dich verwenden. Ja, in der Zukunft. Ja. Pass bitte auf dich auf. Bin so ein Lager. Dann einfach auf dich aufpassen, okay? Faszinierenderweise war ihr beide, oder sie beide, Entschuldigung, jetzt auch die Ersten, denen ich diese Geschichte überhaupt erzählt habe. Deswegen, lass uns die letzten zwei bleiben, damit das nicht gegen dich verwenden wird, okay? Das ist ein kleiner Tipp von mir einfach. Okay. Ansonsten, sorry, dass wir das jetzt so ein bisschen ausgelöst haben für die Übung, aber ich wollte gucken, wie gut sie ist. Und sie ist verdammt gut. Ja, also ich hab's ja eigentlich sogar abgekauft. Ähm. Na, ich denke nicht, dass es abgekauft ist. Das sind echt Emotionen von mir. Okay. Ja. Ja, das... Check. Also meine große Fehler ist bei der Empathie. Das ist leider scheiße. Manchmal gut, manchmal schlecht. Ja, aber ich glaube im Diengeschäft. Du hörst dich sympathisch an und so weiter und so fort. Ich geb dir nur den Rat. Kriminelle sind nicht so nett, wie du glaubst, okay? Wenn du vor einem Arztheker stehst, der benutzt das gegen dich. Das sagt deine Eltern, haben dich misshandelt und so weiter und so fort. Ja, er benutzt das... Er kann alles sagen. Er kann alles gegen dich verwenden. Guck mal, du kannst... Die können dich rein theoretisch, ja? Versteh mich bitte nicht falsch, die könnten dich rein theoretisch als Bastard beleidigen und das könnte dir sehr nahe kommen. Und du könntest außer Kontrolle kommen und nicht mehr aufpassen, was du so machst und so weiter und so fort. Ja. Also auch noch Übung für dich. Ja, bestimmt, dass du uns das auch vertraust. Das wird auch bei uns bleiben. Yes. Der Arme. Aber pass in Zukunft auf, was du wenig siehst, okay? Ja. Das würde ich mir selber auch noch auf die Brust schreien. 4. 3. 0. Exaktiv. Also, ich weiß es nicht, ne? Weil es noch nie jemanden getan hat, aber jetzt so vom... Wenn ich darüber nachdenke, bin ich mir nicht sicher, ob mich das wirklich verletzen würde, wenn irgendwer was gegen meine Eltern oder sowas sagen würde. Oh, was ist denn hier los? Als Mutter? Ja. Nein, das nicht. Aber deine Grandma ist die heilig, oder? Ja. Und du hast gerade eröffnet... Genau das von dir auf Reise gegeben, dass deine Grandma heilig ist. Ja, das ist auch mit... Detail, okay. Also, wenn du einen Partner oder Partnerin hast, ich kann dir sagen, da bin ich immer vorsichtig. Aber bei mir weiß halt gefühlt die ganze Stadt, mit wem ich zusammen bin. Okay. Und da ist immer ein Problem, weil wenn jemand was gegen dich hat, gehen die meistens über die Partner. Richtig. Und das ist die erste Anlaufstelle. Ja. Das ist die erste Anlaufstelle. Ich hab jetzt nicht unbedingt vor irgendwas... 5.2.0. Aktiv. Ja. Das stimmt. Ich geb dir mal ein Beispiel. Ich musste, an der Anweisung vom Commissioner, eine Flagge von einem Gangster wegnehmen. Eieieiei. Du hörst schon die Reaktion. Mhm. Das ist wie... Wie soll ich denn das sagen? Wie ne Niere. Wie... Wie die Schwester wegnehmen. Genau. Das ist wie so etwas familiäres wegnehmen. Das ist wie wenn deine Grandma dir eine Kette schenkt und die wird dir von jemandem weggenommen. Mhm. Du weißt schon, was für eine Emotion da kommen kann. Ich habe keine 20 Minuten gewartet und meine Nummer hat die Person sofort bekommen, hat mich gedroht, dass er mich umbringt. Nett. Du bist im Los Angeles Police Department Dienst. Also SAPD. Alle können deine Nummer sehen. Alle können sehen, wo du wohnst und so weiter und so fort. Ja. Nicht jeder ist gut. Damit will ich dir nur sagen wirklich, pass auf was du wem erzählst, wie du erzählst. Ich weiß, dass seine Grandma dir heilig ist. Wäre ich jetzt ein Arschloch, was ich ja natürlich nicht bin und so weiter und so fort, kann ich das gegen dich verwenden. 430S für Watch Commander, komm. Naja, das stimmt allerdings. Äh, ja, Hanne wurde gerade schon, ne? Okay. Hallo, Hanne. Dann ruf ich's uns später an. Okay, tschuldigung. Also unsere Aufgabe ist, einen Norden zu machen, by the way. Ah, okay. 430S für Watch Commander, komm. Ja, ich wurde auch angerufen, deswegen. Achso. Also unser neue Streifengebiet ist Norden. Wegen Modul und so. Cool, da war ich noch nie. Oh. Schöne lange Straßen. Also Ari, ich sag dir, wie's ist. Ich glaube, du machst das ganz easy. Ähm. Gut, ich darf nur, ich sollte dann irgendwo hingehen und holen, damit man das nicht sieht. 330S für Watch Commander, komm. Nicht nur das, ich glaube, du wirst es sehr gut hinbekommen, wenn du die Person allgemein so ein bisschen kennennennst, wie du gerade gemacht hast. Einmal ist es für die Diener von FD meldet den Verkehrs- und hinterlisten, was du sagst, dann sofort und das wirst du sehr, sehr gut hinbekommen. Ich hab keine Bedenken bei dir tatsächlich. Somit komm. Ich glaub, im Zweifelsfall könnte doch Herr Larsen auch sehr gut helfen. Ja, mit ihm werde ich nicht, also ich bin auch privat mit ihm befreundet, hat mir schon sehr viel geholfen und ich halte sehr, sehr viel von. Ich hatte auch sehr viel von Herr Dieks. Jetzt sind wir nicht sehr glücklich, dass er das Modul mit mir macht. Und er hat man immer... Ist mir ja, dankeschön. G3301040, der Surt, der Surt. Also ich habe heute den Fehler gemacht, ihn einmal Surt zu nennen, ähm... Das wird mir, glaub ich, so schnell nicht wieder passieren. Ne, wie du merkst, ich bin, wenn man unterwegs ist, auch ein bisschen entspannter drauf und so weiter und so fort. Ich mag es nicht, diesen Roboter-Cop zu sein, sagen wir mal so. Mhm. Nur, ich mag es auch nicht, Sir genannt zu werden. G3304040, der Surt, der Surt. Aber für den... Ja, ich muss... Ich muss bloß gestehen, den Part... Sie haben es ja, glaub ich, am Anfang des Moduls erzählt. Ähm... Den... Den... Den Part hab ich nur so halb mitbekommen. Deswegen, äh... Ja, war das, glaub ich, äh... Der... Der Punkt, warum ich das dann doch gemacht hatte. Wie ein bisschen fragt, die Fima in Ordnung. Ah, alles gut. Check. Äh, mein Fehler gewesen, ich hab die gar nicht durchgegeben. Das ist ja jetzt eine Norden-Fahrt, deswegen... Äh, macht man das, wenn man das Streifen-Gebiet wechselt? Also im Norden ist ja schon ein sehr großer Wechsel. Macht man das, dass man das nochmal funkt? Ja. Einfach aus dem Kuditz, weil es leicht wird, dass wir hier oben sind. Und muss uns nicht suchen. Ja, und das bleibt schon hier und wird zu lange dauern, ne? Super. Merk ich mir. Wir haben wir heute tatsächlich in dem einen Modul sogar. Da hieß es auch, wenn wir dann ein Gebiet zugeteilt bekommen, dass wir das dann, wenn wir dann da sind, auch nochmal fahren. Die Streetracer sind grad vom Pier Richtung Stadt wieder gefahren. Och, Mann, tippt euch alle, ganz ehrlich, Mann. Ich hab extra ein schnelles Auto, Mann. Egal. Ähm, genau. Guck mal, ist das jetzt zum Beispiel jetzt gerade, was wir... Wir hatten jetzt gerade eine Befragung, beziehungsweise ein Verhör, okay? So nachher ist es eine Befragung, war das jetzt, was sie gemacht hat. Ich frage, welchen wir da hinten wurden. Jetzt habt ihr es gerade selber gehört. Unschuldige können dadurch Streitzeiten oder Emotionen werden plötzlich rausgelassen. Man muss natürlich aufpassen, oder du in diesem Fall, Ari, man muss natürlich aufpassen, wenn du mit jemandem in einem Verhör bist, was du gegen ihn verwendest. Ja, ja. Das ist auch sehr positiv und auch negativ. Wenn du jemanden aggressiv machst, kann es sein, dass er anfängt, dir zu thronen und sagt, boah, ich werde dich umbringen. Und mehr sagt er nicht mehr. Und dann versucht er, dich wirklich umzubringen. Hm, ja, ja. 4.03, 10.20. Fingerspitzengefühl. Genau, Fingerspitzengefühl. Das kommt tatsächlich nur mit Erfahrung. Anders geht es nicht. Ja, ja. So. Kommen wir mal zu ein paar Fragweisen. Man kann Vergleichsfragen stellen, okay? Haben sie jemals etwas gestohlen, zum Beispiel? Hast du ja teilweise mit eingebunden, so? Bei mir ist das das und das passiert, was er eigentlich erzählt. Er ist warm geworden, hat dir angefangen zu vertrauen und hat seine Geschichte erzählt. Vergleichsfragen. Mhm. Funktioniert. Wie du gemerkt hast. Relativ entspannt bleiben. Richtig. Funktioniert sogar verdammt gut. Gerade bei Menschen, die verstehen mich nicht falsch, Taylor. Ich lese Menschen, du bist emotional sehr leicht brechbar. Ja. Ich würde dich nicht falsch gemeint. Weiß ich. Genau. Ja. Ja, du auch, Ari. Das stimmt. Ja. Große Schwäche. Das ist zum Beispiel bei mir gar nicht möglich. Tatsächlich. Wobei ich aber dazu sagen muss. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Aber nur bei Menschen, denen ich vertraue. Hm, ja. Stehe. Bei einem bestimmten Schlafmensch wahrscheinlich. Ja, das auch. Also bei Frauen bin ich, glaube ich, etwas leichter manipulierbar. So blöd das jetzt klingt. Ganz kurz, können wir zum Alien-Dorf hier? Können wir da einmal ganz kurz nur vorbeifahren? Müssen wir Alien-Dorf. Äh, das müsste hier rechts sein. Oder Alien, ich weiß nicht, wie man es nennt. Da, wo die Alien sind. Ja, guck mal. Okay, ich kenn mich hier nicht aus, tatsächlich. Ah. Ja, ich, äh, hange schon mal ein paar Mal ab. Also hier rein, oder wie? Genau. Hier rein und dann direkt links. Das kennst du nicht, das ist unfassbar. Siehst du das das erste Mal? Ja, ich stelle es wie 255. Ich hatte vorhin... Nee, schmarrig. Passt schon. Alles gut. Weil, ja, alles gut. Weil, äh... Ja, hier kann man auch ganz schön viel... Das ist eh so was. Genau. Hier kann man, also ich nenn's so, hier kann man ganz schön viel Scheiß bauen. Und hier sind sehr viele dunkle Enken tatsächlich, obwohl da dieses Licht ist. Das sind ein paar Scheinwerfer und dadurch, wenn man das erste Mal drauf guckt, also so empfinde ich das. Wenn man das erste Mal drauf guckt, äh, orientiert man sich ja an die Scheinwerfer, aber in die dunklen Enken guckt man halt gar nicht, ne? Ja. Deswegen, äh... Deswegen, äh... Ja. Ich glaub, ich bin mir fast sicher, hier fährt immer jemand vom Norden hin, aber... Ja. Allgemein, die Wüste ist grad, äh, für mich wegen was anderes auch interessant. Ja. Ja. Wollen wir mal ganz kurz einmal zum Schelfdepartement. Ich muss mal aufs Klo. Ja, ja. Genau. Ähm... Wer erzählt wem? Auch Fragen tatsächlich. Warte mal, ich war falsch, gell? Kann ich ja raus? Ähm... Ich würde den gleichen wieder zurückfahren, ja. Check. Also, wem erzählt Fragen? Gibt's auch natürlich. Wen haben Sie denn heute von einem Gespräch erzählt? Das sind so classic Fragen so. Ja, ja. Dann weiß der Bescheid so, dass du heute hier bist. Kann ich auch für sehr wichtig, ja. Genau. Kann man auch fragen, okay, wer weiß denn überhaupt alles, dass du hier bist? Dann weißt du, okay, wen du als nächstes einlädst und wen nicht. Ah. Aha. Und schuldige nennen, äh, zum Beispiel Freunde, Familie. Und schuldige nennen niemand, zum Beispiel. Ist so ne kleine Taktik. Ja, ja, ich hab erzählt, meine, meine Grandmother hat sich heute hier wird, zum Beispiel. Sorry, Taylor. Dann weiß man, okay, es kann vielleicht sein, dass er wirklich unschuldig ist. Gerade, wenn man's herausfinden möchte. Man versucht ja, mit einem Verhör immer zu fragen, ob die Person, ob die Person schuldig ist oder nicht. Ich mach mal kurz in 10.30, bin gleich wieder da. 415, 10.30, Sandy Shaws. Eski. Check. Boah, ich hab grad, boah, ich wollte mich eigentlich nur auf das Gespräch konzentrieren, aber ich war jetzt selber überrascht, dass es funktioniert hat. Und Ariane konnte ich jetzt endlich mal wieder mit ihrer tollen Schwäche ausspielen. Da bin ich grad richtig happy drum. Ich konnte das endlich jetzt mal machen. Das war sehr schön. Ich bin grad richtig, also ich bin grad richtig happy. Das hat so viel Spaß gemacht. 433 für Watch. 433, hörst du, komm. Überlegen, ob ich auch kurz Pipi machen will. Nachdem sie den Rekruten aufgesammelt haben, einmal Davis-PD anfahren, Bürger anliegen, komm. Ja, Check. Ja, Check. 433, so mitkommen. Irgendwann mit denen zusammenfahren. Also ich hab so Angst, weil ich stream, ne? Das ist immer so ein bisschen... Wir haben doch... Wir müssen heute haben ja auf jeden Fall noch ein Gespräch. Die müssen wir später antworten. 433, 10, 20, MRPD. 433 für Watch.com, komm. Ja, hörst du, komm. Ja, hörst du, komm. Äh, Davis-PD abbrechen, Unicorn, ähm, Schusswaffengebrauch, verletzte Personen. Als 1010, komm, die 416, komm. Ja, Check, hat die 433, so mit. Aber Unicorn würde ich eigentlich auch mal gerne so einsatzmäßig, weil da sind richtig krasse Charaktere. Ja, so negativ, weil die 1350 gleich in den Feierabend beginnt und eine Überführung ist, komm. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber ja. Ich geh mal kurz pinkeln. Check, Trennung 430, S, dann fahren Sie ja mal an, komm. Ja, warten aktuell noch auf den Abschlepper, äh, würden den abbestellen und einmal anfangen. So, positiv, komm. Und die Racer befinden sich ja auch in Weinburg, aber 430, S ist 1040, Unicorn. 416, 20 Moneyboost-Handstelle. Check. Nochmal die Leitschule mit einer Information. Laut der Aussage soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben, die Schusswaffe bei sich trug, mit einem weißen Rudi, schwarzer Hose. Ansonsten soll die Verletzung wohl lediglich durch Feustschläge herbeigeführt worden sein, Leitschelende. 433, 1020, Unicorn. Check. 530, 1020, send Ihr Sohn, löslich auf. Check. Check. 416, über Führungsfahrt der Ferrupedie. Check. 416, über Führungsfahrt der Ferrupedie. Check. 416, über Führungsfahrt der Ferrupedie. Hört sicher. Teilen Sie sich mal im Grenzgebiet zur Stadt auf, sollte da noch unterschiedlich zum Benötigt werden, komm. Check, so verstanden, komm. Wortschkommande, Ende. 417, aktiv. Check. 430, 1020, Unicorn. Check. 417, für Leitstätte, komm. Ich muss mit Ariane aber gleich wieder CBRP machen, auch sonst kriege ich, ich muss da, ich muss das pflegen gerade, ne? Einmal dasselbe CD anfangen und, und, und. Irgendwie muss ich jetzt an der Bedenken. So verstanden, komm. Leitstätte, Ende. Jetzt bin ich hier einfach so und kann hier einfach so überall rumlaufen. 416, 1020, der Wälder ist viel Zeit vergangen. Check. Ich hab heute schon gefungen, hab heute schon gefahren, ich hab heute irgendwie schon alles gemacht. Ja, ja, sehr schön. Wo? Ja, ich komm hierher und wollte außer Dienst gehen und dann steht hier eine 415 auf dem Parkplatz der 530, also das find ich schon erschreckend. Ach du Scheiße, da haben wir den Zettel gar nicht gesehen, das ist ja, also Skandal. Da, 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 da muss man uns nur ruhig jetzt rein. Hier gibt's einen Parkplatz, auf der anderen Seite sind Besucherparkplätze. Uiuiuiui, also gegenüber dann. Ja, richtig. Da muss ich jetzt parken, oder? Ja, da, wo ich jetzt parken. Meine 530 ist schon traurig, dass der Platz weg ist, ich komm hierher und alles ist kaputt. Ach, wir sind ja gleich weg, da bleiben wir uns. Ach, alles gut. Die Blase ein bisschen gedrückt. Kein Problem. Waren Sie gerade derjenige, der auch bei den Gesprächen mit Fee dabei war? Gerade hier, oder waren Sie das nicht? Äh, ne, dann... Ey, ich muss zu lange überlegen, ich vermute nicht. Ah, okay, okay. Haben Sie bald eine neue Kollegin wieder, eine sehr erfahrene, die dann wahrscheinlich hier wieder als Rekul anfangen muss. Feodora Ivano. Richtig gute Frau. Ne, die kenn ich tatsächlich nicht. Also ich bin auch selber erst seit, wie lange, ich bin glaube ich jetzt seit 2 Monaten und knapp 2 Wochen jetzt in PD. Oh! Ja, sie ist der... Sie ist ein Panzer. Ich glaube, sie werden sie auch nicht drüber sind. Äh, ich bin gespannt, I guess. Ich war jetzt auch am überlegen, war das jetzt positiv oder negativ gemeint? Ne, tatsächlich positiv. Also bei Panzer sage ich nicht nein, ich meine, ich komme aus der Army so, also, ne? Ah, okay, ja dann würden Sie sich glaube ich sehr gut verstehen. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Ja, und sonst auch alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut. Sehr schön. Machen gerade ein Modul. Ich bin die Modulierte, die das Modul bekommt. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Ja, das muss man auch machen, ne? Ja, das muss man auch machen, ne? Manchmal, manchmal muss man sich auch einfach modular fühlen. Ja, sie kommt. Sie können wieder den kompletten Norden bestreifen, komm. Check, wir verstanden. Ach, der Norden ist immer so schön, ich weiß nicht. Ist immer so ein angenehmer Wind hier. Ja, also, sagen wir mal, so bestattet es ja irgendwie immer was los, aber der Norden, wenn da was los ist, dann auf jeden Fall richtig, ist die Kacke ja richtig am Dampfen. Das Einzige, was mir gerade noch rein für die Szenerie fehlt, ist einfach so ein Heubein, der hier durch die Gegend weht. Ja, ich seh schon. Ja. Ja, aber ich muss gestehen, also, die Stille hier ist schon ganz schön. Ja, wenn man abends hier auf uns so ein bisschen draußen steht, mit Kollegen redet, ich wollte ja auch eigentlich ins SD, verdammt. Ja, wir wollen nicht, oder? Ach, ich hatte irgendwie so'n Deal mit, äh, da war ich so in der Kowalski, dass ich meine Ausbildung in der Stadt mache, weil es ja ein bisschen ruppiger ist und das mehr zu meinem Typen passt, um mich ein bisschen abzuherten. Ja, dann wurde ich, äh, nach vier Monaten Office 1 und, äh, ja, dann habe ich einen Antrag gestellt, irgendwann mal auf Wechsel und der Ruder hat gelehnt. Oh, schade. Ja, finde ich tatsächlich auch, ja, haben sich andere Möglichkeiten jetzt eröffnet, aber trotzdem, ich wollte immer in den Norden. Ja, gut, ich meine, am Ende des Tages findet man immer irgendwie seinen Weg. Das stimmt, das habe ich jetzt auch gemerkt. Manchmal so, wie man es gar nicht erwartet. Ja, vielleicht brauchst du auch den ein oder anderen Moment, wo man dann nicht merkt, okay, das ist vielleicht doch ein anderer Weg, den ich hätte einschlagen wollen sollen, der mir vielleicht eher liegt. Ich meine, ich bin tatsächlich auch sehr, äh, also ich bereue zumindest meine Entscheidung für Species auch nicht, weil ich fühle mich hier super wohl. Oh, jetzt glaube ich, hier sind doch immer alle so. Ich meine, beim PD natürlich auch, aber ich komme relativ gut mit Ihren Kollegen klar. Es ist immer sehr herzlich, wenn man redet und, äh, es ist so, man weiß nicht mal gegenseitig den Namen, aber es ist immer so, als wäre man, als würde man sie schon ewig kennen. Ja, es ist ja, es ist so ein, so eine etwas andere Redensart tatsächlich. Ähm, ich begrüße das auch sehr. Ich mag das auch sehr. Ähm, ich bin auch mal sehr froh, dass hier oben halt auch sehr viele Kollegen arbeiten, die, ich sag mal, Dinge direkt ansprechen. Das macht natürlich die Kommunikation auch noch mal einiges schöner. Ja, das schütze ich aber auch immer sehr. So was mag ich. Es, äh, ist auch einfach zielführende, ne? Richtig, richtig. Vor allem bin ich sowieso jemand, der Missverständnisse und sowas hat, deswegen begrüße ich offene, direkte Menschen immer sehr. Ja, dann wird Ihnen Frau Ivanov gefallen, denn, äh, wenn etwas nicht okay ist, dann sagt sie es sofort. Okay. Ja. Ich will mal gucken. Also ich habe ja bei ihm gerade auch noch mit Eric Kropp unterwegs, der hat sich von Outfits PCSO direkt beworben. Ah, mhm. Das klingt auch schon mal sehr interessant, war auch eine sehr nette Streife gerade mit dem und jetzt habe ich gehört, dass, äh, noch ein Kollege aus der Stadt hat jetzt wohl auch Interesse bekundet, der will da jetzt auch mal mit seinem Vorgesetzten sprechen. Oh, das ist super. Ja, freut mich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil, ähm, also hier der, der Herr Michael Cooper ist das. Ähm, da hatte ich jetzt auch schon ein paar Streifen, die finde ich tatsächlich auch super sympathisch und ich glaube, der könnte auch ein sehr starker Deputy werden. Ja. Wenn man den fördert. Also da bin ich sehr gespannt auf den. Ich hoffe tatsächlich, dass ein paar mehr Geschäfte hier mal aufmachen. Hier ist ja seit Ewigkeiten der Friseur und, äh, wir haben ja in Palito, haben wir ja auch nicht in Style, aber in, äh, Sandy Shores, das wäre natürlich auch nochmal ganz gut, da muss man nicht immer ein bisschen Umweg fahren. Ja, gut, also ich, ich wohne tatsächlich in der Stadt. Ah, dann fahren Sie mir ja auch. Ich plane auch tatsächlich nicht in den Norden zu ziehen, weil ich mache einfach zu viel in der Stadt und ich habe auch, ähm, doch einige Kollegen, auch hier aus dem BCSO sowie auch aus der Stadt, mit denen wir viel in der Stadt machen. Deswegen, das würde sich für mich gerade nicht rentieren, in den Norden zu ziehen. Ja, ne, verstehe ich. Dafür muss man aber auch gemacht sein tatsächlich. Ich bin auch eher der Stadtmensch. Ich, äh, wäre auch nicht in den Norden gezogen. Wenn ich danach gehen würde, dann wäre genau der Norden das Richtige für mich, weil ich gebürtiger Texaner bin und ich bin auf der Ranch von meinem Vater aufgewachsen. Oh mein Gott, ja. Ja, okay, und Sie wohnen in der Stadt? Ja, ich wohne in der Stadt, ja. Wie sehen Sie mal, ich habe, äh, mein, mein, äh, Verlobter war tatsächlich hier damals der Sheriff vom SD. Das war schon lange her, bald. Ja, mir geht auf die drei Jahre jetzt zu. Und, äh, den habe ich in die Stadt gezogen, ich fiese. Aber der hatte, ich habe immer, der hatte jederzeit ja die Chance zu gehen, ne? Nein, stimmt. Der hatte hier tatsächlich das Howdy-Haus. Da vorne ist ja so ein Howdy-Haus und der ist auch so ein Baschef der Cowboy. Und, äh, ja. Er ist eigentlich auch eher so ein Anti-Stadtmensch, aber er erträgt das für mich. Hat die Leute, dass du mitkommst? Dann könnte er ja auch eine Ferienwohnung hier oben mieten. Das will der ja, das ist es ja. Und ich weiß noch, wie es im drinnen aussah. Ja, die war so stinkig, die Wohnung. Die hat, ich weiß nicht, vielleicht kann er die ja mal renovieren lassen, wenn er sie besitzt. Aber, das war immer, ähm, er hat immer, ähm, sehr privat, aber er hat immer Bier-Troost, war das, was er immer gegessen hat zum Frühstück. Er hat sich, er stand da immer rum. Anfahrt der Pheropidi und die Kollegin 571 aufsammeln, komm. Was ist das wirklich so ein Ding hier im Norden? Bier-Troost? Ich weiß es nicht, dafür, glaube ich, bin ich hier zu wenig in dem Nordthema drin. Ah. Muss ich gestehen. Ja. Ja, also ich bin ganz froh, ich bin auch gerade in der Stadt umgezogen. Ich bin jetzt auch direkter Nachbar von Herrn Foley und das ist schon anders lustig. Oh, in welche Gegend sind Sie denn gezogen? Das ist die Alter Street. Quasi in der Alter Street, da kommt auch auf der einen Seite, wenn man über die Highwaybrücke fährt, diese ganz große Baustelle. Ja, ah, dieses Gebäude mit den zwei Fahrstellen oder mit den vier Fahrstellen? Nee, 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 aber das ist quasi direkt links gegenüber und da ist auch so ein Hinterhof mit Pool und sowas. Ach, mir ein bisschen neidisch. Ja, vor allem die Poolpartys sind auch immer ganz entspannt und lustig da hinten. Meine Güte, in so eine Wohngemeinschaft hätte ich mich ja nicht auch setzen. Ich wohne jetzt in Westpucci unten am Yachthafen, da habe ich, also theoretisch könnte ich auch reinspringen, das Wasser ist nur nicht so angenehm wie Poolwasser. Ja, verstehe. Ja, nee, das ist ganz lustig. Ich habe da sehr lange drauf gewartet, dass da eine Wohnung frei wird, weil der langjährige Kollege von mir, den kenne ich jetzt glaube ich auch schon seit zwölf Jahren oder so, bin ich eigentlich hier. Oh, krass. Er hat damals in der Army kennengelernt, dann zusammen in seinem Security-Unternehmen gearbeitet und eigentlich wollte ich mit ihm zusammen herkommen. Ich musste aber noch ein paar Sachen in Texas erledigen und dann habe ich halt irgendwann gesagt, lass dich überraschen, irgendwann bin ich da. Oh, hat er sich gefreut? Der war dann bestimmt überrascht, oder? Ja, er hat sich gefreut. Er hat tatsächlich wohl gedacht, dass das keine wirkliche Drohung war, dass ich hierher komme. Aber dann, ja, hat er trotzdem einen Brief sicherheitshalber am Flughafen hinterlassen und als ich dann da raus war, habe ich dann die Nummer bekommen und habe ihn dann gleich angerufen und gesagt, hallo, hier bin ich. Ich brauche eine Wohnung und fahre einen Untersatz, tu was. Ja, das hatte ich auch mit der Frau Eber noch, die war jetzt neun Monate nicht da und tatsächlich wegen ihr bin ich beim PD. Das war ja auch ganz witzig. Das ist ja auch spannend. Ja, dann war ich beim PD, das ist abgehauen. Neun Monate, ja. Oh, eine lange Zeit. Herr Taylor, warum, ach so, Sie haben ja schon in einem anderen Department gearbeitet und jetzt in einem ähnlichen, also Nebenjob, Nebenjob hört sich ja doof an, ist ja auch trotzdem Hauptjob. Ja, bei Lock & Note halt. Ja. Ist das denn sehr unterschiedlich, also was haben Sie für einen Eindruck, ist das jetzt sehr unterschiedlich zu dem, was die bei Lock & Note machen? Naja, ich sag mal so, der normale Streifendienst ist mehr oder weniger dasselbe, sag ich jetzt mal, bloß, dass man halt im Vergleich jetzt zum PD halt wirklich nur seinen Streifenplan befolgt, ne, also du hast ja keine, ähm, Verfolgungsjagden oder sowas. Also, wenn irgendwas auffällig ist. Ja, ja. Weil sie sehr entspannt ist. Das Einzige, was, ja, kann aber auf Dauer auch langweilig sein, also, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber, wenn man dann fünf Stunden Streife fährt und immer dieselben Orte und es passiert nichts und, äh. Ja, verstehe ich. Das Einzige, was halt komplett unterschiedlich ist, ist halt die, 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 ähm, Bewachung, also, ne, die, die einzelnen, äh, Objektüberwachungen. Wir von Lock & Load machen ja zum Beispiel die Einlasskontrollen beim Up-to-Date. Ah, mhm. Ja, ich glaube, wir würden dabei erschossen werden. Also, wenn jetzt von PD jemand steht, Einlasskontrollen, ich sei da eine ganz schöne Kugel in die Schulter. Wahrscheinlich. Ja. Stellen Sie sich einfach mal drauf ein. Tatsächlich am Montag auch ne, 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 ne riesengroße Schlägerei am Parkplatz. Ei, ei, ei. Ähm. Na, immerhin sieht man das. Ja. Ja. Vor allem hat's keiner für nötig befunden, das PD zu informieren, aber, guckst, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm. Ja, und halt dann eben auch so, so, Bewachungen von Hochzeiten oder, ne, sowas. Da ist eine andere Straftäter. Mal warnen Sie fest anziehen, ja? Oh, ja, ja. Äh, nehmen wir was zum Essen für mich? Apropos Schulterschustern, ne? Hätte ein, äh, belegtes Brot mit Schinken, wenn Sie möchten. Ja, geh mal her. Ich könnte Ihnen auch Rippchen anbieten, solange Sie meinen Parkplatz dann verlassen. Ja, mach ich, mach ich. So, was denn? Energy oder sowas? Kaffee? Wir können ja gleich hier vorne mal einkaufen. Äh, Hätten, äh, Wallis Brause. Ja, geh mal her. Die beste Brause. Beste. Bitteschön. Dann fangen wir weiter, das war's. Ähm, genau. Dann, äh, tschüss. Okay, schönen Abend. Adios, Chef. Nein. Dann passt gut auf euch auf, ja? Bis dann. Ja, auf sich. Herr Dix, können wir trotzdem hier vorne meinen 24-7 kurz halt machen? Ich hab auch gar nichts mehr. Wär super. Einfach die 10-3s dann noch lassen, ja? Ja. Wollt gerade fragen. Gut, da würde ich aber auch gleich nochmal mit reingehen. Ballern wir rein. Ja, nicht einzig. So, Ari, jetzt kannst du kurz währenddessen ein bisschen fahren, ja? Du kannst eh nachlesen, was ich jetzt sage. Deswegen. Okay, okay. Jetzt lese ich ein paar Sachen ein bisschen vor, deswegen. Wir sehen, dass ich, ähm, ja. Ich fahre? Das, ne, ja, auch, äh, aber das, das Multitasking beim Fahren ist immer so ein Ding bei mir. Ah, okay, gut, dann scheiß auf, dann fahre ich trotzdem noch. Ne, ne, es ist nur, also generell auch fahren und aufpassen, aber fahren und lernen, das ist immer meine Krux. Dann fahre ich trotzdem noch, alles gut. Hm. Was ist die, zu helle? Ich dachte kurz dieses Preisschild, ich dachte, dass, äh, da steht was anderes. Wo ist denn hier? In der Nähe? 417 für die Telekom. Ähm. Hörskommend. 417 für Sie, Schüsse, Aztecas, Gaste, sofort am Fall kommen. Verstanden. checkt trennung 433 für die leitstelle kommen 433 höfstil kommen einmal 16 anfahren also wir sind gleich durch ja ich hoffe dass das herrn dupont auch dann viel geholfen hat ansonsten am besten noch mal durchlesen ist alles was ich dir zählt also allgemeine tipps die vierte aktiv ist das machen noch kurz vorher was fertig die fragweisen ich habe vorhin gesagt wem erzählt fragen wem erzählt fragen ist es so dass du den heutigen gespräch jetzt sehen kannst zum beispiel so ich habe einen wichtigen anruf ich ja hallo nein das ist in ordnung hältst du denn später noch zeit ich melde mich dann später ja ich schaue dann dass ich gleich feier machen kann noch ein bisschen dauern ja alles gut kein problem stresst dich nicht bis gleich okay tschau ist ein wichtiger kontakt tatsächlich da muss ich heute was ist jetzt los unicorn unicorn schutzfahrer information der info hotline der einsatz an der ersthekersgasse wahl wahl ist ein drive-by mit einem vermutlich weißen motorrad und so weiter und so fort wie sie die bilder vom dokumental selber aus mache ich mache das modul auch gleich beenden wie gesagt einfach ein bisschen kreativ sein das ganze ding so hat ja auch ein paar tipps gegeben wie ich es so machen ich bleibe sehr sehr oft einfach bei der wahrheitslinie und sage einfach die wahrheit wie es ist so bei dem politischen gefunden du wirst dafür bestraft einfaches prinzip warum hast du dabei von mir das ist dabei unsere mann so vorhand so versuche einfach nicht sein das ist ganz wichtig ja ja nur kreativ bist du das ok 5 1 9 10 40 unicorn check so äh letal oder nonletal hier geht's letal ja ja ich bin ich da bin ich immer so vorsichtig immer ganz einfaches prinzip shots feiert letal ja wenn die auf dich schießen ich weiß ich weiß aber ich ich denke immer oh gott wenn ich wenn ich wirklich jemanden treffe und was ist wenn ich den sogar auszusehen töte das ist das ist ich sage ja das sind meine das sind meine schwächen leider ja du verzweifelst und was ist das tipp geben kann weil mese schon passiert leider mit psychologen reden ja ich habe bald ein gespräch oder menschen gespräch mit herrn lassen sowieso dienstlich jetzt dass ich dich ein bisschen auch schlecht fühlen ich wollte tatsächlich mit ihr darüber reden aber du hast keine zeit mehr gerne mal ich habe gerne mal die an der karte der melder zukunft und sie fragen wo der sich befindet genau kommen so in der schiffen klingel dass wir das funktioniert natürlich das steckt immer sehr auf die blase 430 überführungsfahrt lamesa pt mr pd 519 20 uniform die 1430 stadt 424 und nicht vielleicht gekommen ist mein leben für sie der melder befindet sich ich müsste jetzt ich muss mal wieder einsteigen und irgendwann kommt ihr jemanden umbringen zu das ist richtig ich bin für dich das habe ich jetzt nicht gehört ich hab das vergesse nur zum scheinen nicht so richtig was meinst du ist wunderbar wirklich ihr kennt euch ich bin 40 519 meldet, hierbei handelt es sich vermutlich auf, um ein Drive-Find nach Aussagen von einigen Zeugen dementsprechend, hier soweit keine Tätigkeit mehr vor. Ja, das Gefühl hatte ich gestern auch, das ist sehr, ja. Oh, wow. So. Achso, okay. Bis dann. Wenn es mal schon auch rein. 43011, aktuell ist gut, 20 MFED, Streit mit sich auf. Check. Ich weiß nicht mal, wo das Unicorn ist. Das Unicorn? Ah, hier. Junge, was denn hier? Moment mal, sind wir die Einten? Ne, da hinten ist noch. Ja. Hola. Ganz kurz bevor Sie gehen, ich weiß nicht, ob das die Kollegen schon gemacht haben, aber haben Sie ganz kurz Ausweise für uns, weil Sie entfernen sich ein Einsatzort. Ist ja nur drin. Ist egal, dann lassen Sie trotzdem einfach bitte mal geben. Vielleicht haben Sie irgendwas mitbekommen, vielleicht können Sie ja Zeugen sein oder sowas. Können Sie dann im späteren Verlauf dann... Wie ist das? Hallo, Jungs, bleib mal ganz kurz stehen, bitte, bevor ihr weitergeht. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Hallo, bitte. Ganz kurz bevor ihr weitergeht und weil dann läuft oder sowas, ich brauche die bitte einmal eure ausweise weil er dann ein einsatz auswarten und ich gerade von dem entfernt wir waren im juni kommen ja das ist jetzt ein einsatz aus sehen wir waren drin keine ahnung was hier los ist also perfekt ist der oscar ich spreche denn sie aus das urteil wurde geschlossen aber übrigens für das abhauen und die verfolgung ist das ist klar ok dankeschön senior und einmal sie sprechen das aus clemencia lustela quinta und das hört sich schon besser hat dann sind nicht letztens bei uns hatten anliegen gehabt wo wir sie dann versetzen müssten im mpd wo sie vor lange gewartet haben ich kann mich nicht erinnern wir waren drin haben gefeiert und dann weiß ich nicht sind alle rausgelaufen wir sollen den verletzten durchsuchen das machen die kollegen also wir sollen das machen ok ja wir sollen das machen ja machen wir machen wir vielleicht einmal ganz kurz von den kollegen hier wunderschön ist dann auch noch ansprechbar nein nicht ansprechbar ok dann tassen wir erstmal ganz kurz ab wie schnell müssen hier weg habe ich ein bisschen Zeit oder geht das nicht der verblutet uns beheilung ok dann mach ich ganz schnell hier äh schöner raumreicherin ja wow steh dich gut ok ich hab hier zumindest sein geld wollen dann kann ich schon mal seinen ausweis nehmen das ist schon mal sehr gut ist da was drinnen von seinem ausweis ist was drinnen ist was drinnen ist was drinnen alles klar dann Washington sind jetzt in Westpucci bei der Vargos da fahren am Lulitas vorbei weiter Richtung Norden Richtung Westpucci Kanäle wiegen ab Richtung Süden wo wieder Richtung Strand wiegen ab Richtung der Peropier sind immer noch in dem Westpucci Vargos Gebiet Aztekas Gebiet fahren jetzt Richtung ähm der Peropier wiegen ab an der Promenade sind jetzt auf der Westpucci Bolivar der Promenade wiegen jetzt ab Richtung Norden fahren jetzt Richtung ähm Westpucci Kanäle fahren jetzt am BPD wird bei Darwin ab in die Westpucci Kanäle sind jetzt in den Westpucci Kanäle Fahrzeug weiter mit erhöhter Geschwindigkeit fährt über mehrere Stopp Schilder in die Westpucci Kanäle fahren jetzt auf Lasbada zu Richtung downtown Richtung Norden fahren jetzt vom Vipidi weiter Richtung Norden fahren jetzt aufs Vipidi Zürich fahren jetzt beim koledianischen Denkmal vorbei weiter Richtung STA fahren jetzt beim Bund nein fliegen ab Richtung Westpucci Die Kanäle biegen jetzt wieder rechts ab hinter der STA in der Fußgängerzone, weiter Richtung Westen, immer noch Richtung Westen in der Fußgängerzone, hinter der STA biegen ab, Richtung der Perupier, nahen biegen ab in der Gasse, hin zwischen den Häusern. Die Kanäle biegen ab, Richtung Norden, Richtung VPD, jetzt vorbeifahren, Richtung Norden, biegen ab, Richtung koreanisches Denkmal, fahren jetzt am koreanischen Denkmal vorbei, weiter Richtung Ostern, fahren jetzt hier die Skala, Die Kanäle biegen ab, Richtung Norden, Richtung downtown, kommen auf Wiesenews jetzt zu, sind jetzt bei Wiesenews vorbeigefahren, Richtung downtown weiter, Richtung Stadtpark, nahen biegen ab, fahren jetzt Richtung La Puerta Tanzstelle, fahren jetzt auf den Highway, Richtung Highway. Die Kanäle biegen ab, fahren jetzt Richtung, ähm, nein ist die 8, Richtung Stadtpark, sind abgeboten, sind jetzt Südseite, gleich Südseite Stadtpark, nein sind abgeboten, Richtung Süden beim PDM vorbei, weiter Richtung Süden, sind jetzt gleich beim Unicorn, weiter Richtung Süden. Welche Davies? Immer noch weiter Richtung Süden, sind jetzt bei der Kavos, sind jetzt in der Zaube, weiter Richtung Süden, fahren jetzt Richtung Davis, die Leute noch aufnehmen, fahren jetzt Richtung, würde ich euch ja vielleicht vorschlagen oder sowas, also wenn ihr das machen möchtet. Ja, äh, äh, wir holen uns doch eben die anderen Personalen, dann machen wir auch einen Abgang, also mal aus. Ja, das kann man anfangen, ja, das kann man anfangen. Ja, das kann man anfangen. Nein, sind jetzt weiter Richtung La Mesa PD, fahren jetzt hinter dem Schroppplatz in der Zau vorbei, weiter Richtung Süden, biedern ab Richtung DPD, sind jetzt bei MD Davis, fahren jetzt weiter Richtung Beste Nein, biedern ab Richtung Süden, fahren jetzt bei der Notoffener vom Davis MD vorbei, Fahrzeug kält an, ein Fahrer steigt aus, steigt in ein zweiter Fahrzeug, schwarzer Buffalo, weiter Richtung East Alice, fahren jetzt über die Brücke Richtung, fahren jetzt weiter Richtung La Mesa PD, sind jetzt am La Mesa PD, vorbei gefahren, weiter Richtung Westen, weiter Richtung Westen, weiter Richtung Westen, Fahrzeug mit überhöhte Geschwindigkeit, vollkommen leicht beim Highway Unterführen raus, sind jetzt bei der Highway Unterführen durchgefahren, Richtung... Ari, dritte Taste. Fahren jetzt Richtung Alice, sind wie 10.30. Nein, ich hasse alles! Nein, ich hasse alles! Ja, bei der Streifung geht's halt. Egal, ich krieg das hin, falls es jetzt so ist. Fahrzeug ist Richtung Westen, Richtung Sabor im Alter. Okay. Wir schreiben, wenn das Fahrzeug weiterkommt, wo sie sich nicht verhindern kann. Was hast du gerade gefunden, ne? Ein schwarzer Buffalo, ungefähr. Ein schwarzer Buffalo, schwarze Festerscheiben, Klasse S. Also Buffalo S. Das, was sie haben. Ja, ist nicht schlecht, das. Ja, ist nicht wahr, dass es weg gewesen ist, bis das alte Menschengebäude gefahren, nichts gefunden. Die waren gerade unten am Delperro Pier, vielleicht sollten wir da auch mal hinfahren. Zünfe für die Einheiten des 10.60 Fahrzeug auf Rivera zugelassen. Oh, ruhig. In vor Ende. Ah. Oh ja. Ihr wöhnt euch, das Fahrzeug schifftet ein bisschen viel. Hm. Deswegen nicht von den engen Kurven, manchmal gar nicht so schlecht, aber... Was ist das für ein Fahrzeug? Wie ist die Bezeichnung? Buffalo S. Ach so. Ja. Das ist genau das, was wir uns am Arsch haben. Ja, ja. Ich bin... Ah. Sorry. Ach. Ich bin so nervös bei diesen 10.60, ne? Das macht mir immer alles kaputt. Ja. Und so weiter und so fort. Das liegt da dran, wenn wir trotzdem versuchen ganz schnell hinzukommen. Und das dürfen wir ja trotzdem hinweisen. So, ne? Nein, 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 nein. Code 1. Ja, Moment. Ah! Mach aus. Finger weg! So. Entschuldigung. Guck mal, Code 1. Code 2. Bitte was? Bitte? Nimm mir die Finger. Moment. Ja, ja. Ich bin ein bisschen unter Druck grad. Warum stehen die denn hier so bescheuert? Ich bin die Zeit, wie es ist. Handbremsen. Ach, Herr Diege... äh... ähm... Ja. Ja. Warum auch immer ist mir jetzt grade spontan der Name entfallen? Ähm... Gleich. Ich heiß Diex. Ja, okay. Ihr erster Tag ist wirklich... Nein, ich hab grad nebenbei leider ne Nachricht von Luck and Load gelesen und da ging es grad um Herrn Deary und deswegen war ich jetzt verwirrt. Ah, okay. Was ist denn mit Luck and Load and Deary? Ja, wir haben grad nen Sonderauftrag reinbekommen. Äh, ganz kurz, dürfen Sie das sagen? Trotzdem fair, also ist ja ja keiner jetzt am Arschkriegen, ne? Ehrlicherweise keine Ahnung, aber nachdem ich Herrn Dias gesagt habe, dass ich dem PD nichts verschweigen werde... Okay, ne, ich bin trotzdem nur drauf bedacht, dass sich keiner, das mach ich auch bei meinen Formaten, dass sich keiner irgendwie... Aber yeah. Mhm. Dass wir jetzt ne Sonderstreife haben, ich weiß bloß nicht so wirklich, was das DOJ mit den Sachen zu tun hat, die wir anfahren sollen. Okay, interessant. Man, es geht genauso wie bei uns halt um Motorräder, Sportwegen, Hubschrauber. Äh? Ja, wenn der Auftrag von Herrn Deary kommt... Ja, sind die grad soweit wieder am Sachen zusammenpacken? Ja, gar nicht genau zu... Was ist denn der Auftrag von Deary? Wir sollen Patrouille fahren, an speziellen Orten. Ich weiß nur nicht, was das DOJ mit diesen Orten zu tun hat. Ich kenn die... Also A, kenn ich sie nicht mal. Und B, wüsste ich jetzt nicht so ganz, was das DOJ mit dem Staudamm zu tun hat. Ja. 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 Das eine schließt das andere ja nicht aus. Anfalt abrechnen. Neuer Auftrag, östlich Golfplatz, wo da ein Wohnungsanarm gemeldet kommt. Ja. Ja. Entschuldigung. 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 Die 415 könnte anfahren. Check 415 für eine nehmen, sie kommt. Ja, check. Ich mach' eine gewohne Wohle. Leitschule, wenn die Funksprüche. Ich hab' nur ja, check' gesagt. Wir hätten es vorher noch nicht verschreien sollen. Der letzte Einsatz weiter, oder? Kann's aufhören? Bitte? Kann's aufhören, den Ding zu machen? Okay. Ist der letzte Einsatz für mich heute? Ja, ich würde dann allerdings auch außerdem gehen. 4334, Entschuldigung. Ja, ich muss auch. 4334, Entschuldigung. Ja, ich muss auch. Anfahrt. Davids MD. Zum Standort der 421, 1310, in Berlin kommen. Äh, schwarzer Wagen. Hm? Die schwarze Wagen ist ja nicht schlimm erstmal. 4333, somit kommen. Leitestelle Ende. Ach, das ist ein spanischer Haus, wo man südlich von den Wohnungen. Da ist ein vermutlich Flugflugwagen komisch gepackt. Mehrere Personen rennen gerade nördlich raus. Natürlich. natürlich mann ich hätte mir doch nur mal schild irgendwie ganz schnell der eine läuft einfach zu porten ja das würde ich jetzt nicht machen aufsteigen nicht schießen nicht schießen vielleicht doch jetzt nicht wahr so ich lege erst mal handschellen an ja schon wieder ist es der gleiche ich weiß nicht um ehrlich zu sein dachte ich gerade auch am unikon nimmer bitte den tuch und auf dem kopf vergessen lockern wir einfach ein bisschen die handschellen mann scheiße ich hasse mich hat fehl erp gemacht hier ich habe fehl erp gemacht sorry sorry dass sie mich direkt habe ich mich mit arjane verpisst wir haben nichts mehr mit dem p zu tun ich bestrafe mich selbst ja jetzt fünf ok dann mache ich mal hier kollegen könnt ihr einmal vielleicht hier euren streifen war ein bisschen umstellen die straße wir haben abschweren das fahrzeug immer steht ich mache schon ich hoffe er meint das so ich hoffe ich habe es richtig gemacht ich hatte jetzt ja ja mich eher hinter das auto gestellt als vor das auto weil ja auch das kommen wir dann von hinten ja ich bin nur das war jetzt aber doch ein bisschen zu lang heute ne am besten genau auf der anderen seite ja alles gut weiter ich bin dieses modul ich will ich will das hat unbedingt lernen ich habe gerade nur das im kopf das ist nicht gut kann ich kann ich verstehen nein ist der von vorhin ich bin mir total absolut nicht sicher was ist das hier im handschopper hast du so viel ja gerade nicht geredet ja jetzt hat er nichts gesagt ja was hast du jetzt zu tun schon wieder die gleiche wohnung vielleicht sogar hm was gibt es denn hier leckeres dass du hier rein willst die kann bestimmt gekochen wieder wohnen ich glaube nicht ja rosenkohl aber ich finde ich finde das so unfair so ein crime spieler gegenüber deswegen fühle ich mich gerade sehr sehr schlecht aber es ist halt passiert ne du wirst dich diesmal nackt aussehen es ist passiert alles gut ja ja weil rosenkohl schreibt grad wie oft er kennt breiter menschen an der stimme wenn ihn jemand hinterher fährt ich glaube auch die meisten nehmen jetzt nicht so übel wenn es nicht so eine krass ernste situation ist ne wo es wirklich um rp geht das dadurch fehlen könnte äh oder ist das fahrzeug sein ist es sein fahrzeug ja überruft jetzt mal wenn es sein fahrzeug ist hat er direkt schon mal illegalen waffenbesitz super wow wow ja super es ist vielleicht möglich dass sie allerdings die akte übernimmt weil ich muss eigentlich echt dringend langsam ausdienst gehen Kollegen ist das ok äh ich weiß nicht was ich weiß nicht was Elis willst du was hin der ist Rekrut ja ich mach dir alles gut ja ok hier der Kollege macht das hier ja ich glaube die noch Ariane telefoniert sogar vorsichtig ich muss einmal kurz an eurem bot kommt ja weil wir nicht wie gesagt ausziehen werden dieses mal nein da hinten ist auch schön am Fahrzeug auf jeden Fall ja 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 das ist ja auch nicht Ist das denn nicht das Haus von... So wie ist Sophie, so weiß ich seinen Namen nicht. Michael? Oder ist hier... Doch hier ist doch das... Nee, ich bin mir auch nicht so sicher. Doch, ich glaube hier ist das... Ach, weißt du, hat echt mir einen Arsch. Ich war vorhin sehr nett zu dir, aber ich lasse mich nicht von dir zweimal farschen. 4.33 aktiv. 4.3. 4. 3.3 aktiv. Check. Information für Sie 4.33. ACLS ist bereits am Werk und schleppt das Fahrzeug jetzt zum Verwauf am Airport ab. Wir benötigen Sie dort als den 10. Komm. 4.3 aktiv Richtung Airport, komm. Ja, Leitschwebe, nicht den Vorspruch. Okay, er sagt allgemein, Leitschwebe. Ich hatte gerade ein bisschen Sorge, dass du wieder das Fahrzeug schon herkommst. 4.2.1, Überführungsfahrt, Verwauf, Airport. Ich bitte dir einen einzigen Deal. Das ist ein einziger Deal, okay? Du sagst, was du da oben gerade versuchst, an der Tür zu machen, ob du in die Wohnung reingekommen bist, oder ich nehme das Fahrzeug mit? Das ist eine Einwanderung. Wir sind ja nicht da oben an die Treppe hingekommen mit dir am Auto. Okay, du hast versucht, da einzubrechen. Oh mein Gott, was ist das? Warum? Ich weiß nicht, vielleicht ist das tatsächlich... Warum hast du versucht, da einzubrechen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, du wolltest was klauen. Was leihen. Bei einer fremden Wohnung. Okay. Gut. Weil wir bis die Kollegen mit dir im Fahrzeug reingekommen sind, dann lasse ich die reinsetzen. Wie gesagt, die werden ich nochmal richtig durchsuchen. Und dann passt es auch. Dann werden wir einfach mal hier stehen bleiben. Nicht wegrennen. Ich gebe dir nur die Information. Der Kollege hat hinter mir... Also legen mir eine scharfe Schusswaffe. Ich ziehe einen Taser und taser dich, wenn es sein muss. Deswegen mach keinen Scheiß, ja? Gut. 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 Wo ist denn der Schlüssel? Dann nehme ich den einmal raus. 519 vielleicht will ich willkommen. Also hier kommen Sie. Folgeeinsatzmeldung. Die Einheit, die den Tatverdächtigen nicht mitnimmt. Einmal Legion Square anfahren. Dort gab es einen Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort bitte abstehen. Ja, schlecht, Leute. Ich muss außer dir. Kannst du nicht machen. Kannst du durchgeben. Ja, check so negativ. Äh, Kollege aus der anderen Scheife muss außer dir. Komm. Ja, check so mit. Leid zu der Ende. 4333-1020-Ferberhof. 449 meldet sich ab. Ja. 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 4333-1020-Ferberhof. 4333 meldet sich auch ab. 519. Ja. Moment. Nein, nein, nein. Haben wir nicht. Ja. 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 Ich hab nix rein. Aha. Gut, dann bitte Überführungsfahrt zurück zum... Äh, Davies erstmal, gell? Musst du mehr? Wegen dir? Überführungsfahrt? Ich mach immer aktiv, äh, Richtung, äh, Dingerns. Davies? Und jetzt dann entsprechen wir, wo soll der Herr, den wir in den Kästchen haben, immerhin gebracht werden? Äh, hinsch? War das jetzt eigentlich wirklich wieder dasselbe Typ wie vorher auf dem Fahrrad? Wo der Herr in unserem Auto hin soll? Ja. Ernsthaft? Ja. MRPD, komm. Bin ich grad blöd? Ich muss gleich nochmal in den Stabilat gucken. Einfach ne Überführungsfahrt, ich muss um Davies machen. Die 412-Männer-Überführungsfahrt zum Davies-PD. Check. Ich hab doch grad die Stimme im Funk erkannt. Ja, mach mal 1030, bitte. 413-mäßig ab. Die 415-1030. Warte mal hin. Check. Ganz kurz mal was, äh. Vielzeite MD, aber, uah. 417-50-1-TV-MRPD. Jonathan Edwards. Klingt fast so, als würde da jetzt was klingeln. Nee, also ich kenn dann hier Tom, äh. Das ist irgendwie komisch. Die Stimme kam mir sehr bekannt vor im Funk. Tom Edwards kenn ich nicht. Jonathan Edwards. Mach keinen Sinn. Ja. Ja, diese Technik hier ist, äh, anders wild. Also, ja, ich, äh, muss aber tatsächlich sagen, bei einer 1030 ist, aber nicht, äh, wenn ich jemand mal ganz schnell pipi muss, oder so, dann verpeine ich das immer mit dem Ort. Ähm. Sollte ich aber machen, definitiv haben sie recht. Ja, ich dachte nur, äh. Ja, für mich, für mich gibt's immer so einen kleinen Unterschied, deswegen, ich, äh, hab ganz viele Kollegen immer gehört, wie sie einfach 1030 sagen und dann gehen sie eine 1030 durch. Äh, und das dann auch einfach nur 1030 genannt haben. Aber, äh, äh, keine Ahnung. Ja. Manchmal weiß ich mir nicht, was richtig was passiert. Nee, 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 haben sie, haben sie aber definitiv recht. Jetzt könnte ja jetzt sonst irgendwas sein. Aber so theoretisch ist das so für mich immer so eine, so eine kleine Ausnahmesituation. Naja. Puh. Wild heute, wild. 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 Habe ich mir mein erster Tag nicht ganz vorgestellt, aber... Ja, aber sei denn sie froh, die mussten doch keine... Ich hab gehört von Rekruten, die mussten eine 1060 funken und, äh, ich war bei meinen ersten 1060s am weinen, äh, und hab's trotzdem aber durchgegeben, aber nicht so gut, ne? Ich bin da auch nicht wirklich top drin, aber... Boge bei mir immer? Aber wobei, da muss ich sagen, dass Herr, äh, äh, Dieks von Anfang an gesagt hatte, dass wenn sowas kommt, er das übernimmt und ich das nicht machen muss. Ja, der ist halt auch sehr krass, ne? Also der könnte den Streifenwagen alleine fahren. Der wird gleichzeitig rausschießen, gleichzeitig alles machen. Also der ist schon, boah, bewundere ich wirklich. Ja, ja. Kann man sich bloß eine Scheibe von abschneiden? Ja, so werden sie hundertprozentig aufwählen. Gibt es denn irgendwie eine Richtung, in die sie spezialisieren wollen? 41730, MAPD. Nee, ehrlicherweise nicht wirklich. Also ich persönlich sehe mich eigentlich wirklich nur als normalen Streifenkopf. Ja, was heißt nur? Also das ist das zum Beispiel, wo meine Stärken nicht liegen, ne? Das führt Koryame und Warns nach Hause. Das ist schon, also in der Operativen, das ist schon krasse Arbeit. Da müssen sie sehr viel wissen und dann vor Ort natürlich auch entscheiden. Und multitaskendfähig sein und so. Also das ist, das nur können sie da streichen. Ja, das Einzige, was ich mir noch, ich sag mal so als Zusatz vorstellen kann, wäre wirklich so was wie, ähm, die Luftunterstützung. Naja, mit dem, mit dem Helikopter, äh, da eventuell. Ja, haben sie einen Flugschein? Noch nicht, nein. Ah, aber ich glaube, den können sie über das Petit tatsächlich sogar machen. Ja, aber soweit ich gehört habe, nur dann, wenn eine Stelle wirklich ausgeschrieben wäre. Oh, okay, okay. Oh mein Gott. Sie nehmen zwar, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, mit Kusshand jemanden, der einen hat, aber ausschreiben tun sie das selten. Überführungsfahrt, Herr Parapidi. Check. Na, okay. Ja, aber da drücke ich ihn mal, drücke ich ihn wirklich in den Daumen. Herr Diek, sie hat um 10.30 gemeldet, jetzt aktiv ist ja auch wieder dann Quatsch, ne? Soll ich nochmal die Überführung melden? Genau, Überführungsfahrt nochmal. 415, wieder mit einer Überführungsfahrt zum, Davis PD. Check. Genau, Unterschied zwischen aktiv und Überführungsfahrt ist, wenn du aktiv bist, kannst du in Einsatz eingebunden werden. Ja. Wenn du nur eine Überführungsfahrt hast, kannst du nicht in Einsatz eingebunden werden. Ja, das habe ich mir natürlich auch noch nie so Gedanken gemacht, ich habe mich immer wieder aktiv gemeldet, wenn ihr was sitzt. Mhm, jetzt weiß es aber. Dankeschön. Dankeschön, allgemein, das Modul war sehr, sehr verständlich. Ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal durchlesen, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe. Ja, ich trage das noch ein, also du hast die Freigabe zeitnah jetzt dann auch dafür, das durchzulesen. Perfekt, Dankeschön. Dann melde ich mich die Tage mal bei Frau Nuck, aber lass das jetzt erstmal so ein bisschen sacken. War sehr interessant. Also, wenn mich etwas brennt interessiert, dann kann ich es auch immer gut lernen. Keine gute Eigenschaft, aber klappt ja gerade da ganz gut, ne? Ich hoffe mal, dass es aber auch so gut war, dass du Porto mit zufrieden bist. Ja gut, das noch immer auch. Lässt ihr nicht liegt es an mir, ne? Ja, weil Läs ist ja noch ein Ticken besser, was Verhörbefragung angeht, weil er halt Detektiv ist. Und erfahren halt. Ja, 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 definitiv. Zum Beispiel, was ja auch gerade so eine Verhörtechnik war, ich habe ihm einen Deal angeboten. Schau mal, ganz einfaches Prinzip, du bist von mir geflüchtet, ich darf dein Fahrzeug durchsuchen, ich biete dir einen Deal an. Du sagst mir, was du gemacht hast und ich lasse dein Fahrzeug hier. Er hat zugegeben, dass er Scheiße gebaut hat. Perfekt. Also wir haben seine Aussage, dass er da eingebrochen ist, um etwas zu klauen. Perfekt, okay, ich steig mal raus. Muss ich jetzt hier funken oder wird... Ich mach das schon. Dankeschön, Dankeschön. Gerne, gerne. Pass auf euch auf, ja? Also du auf dich, mit dem Kollegen fahr ich noch zurück. Ja, pass auf euch auf. Bitte nicht stehen lassen, danke. Schön verjagen. Der Tom Edwards, hier Dynasty und der, der Larry geschauspielert hat, der Skinner gemacht hat. Ist der im PD jetzt mal... Das gucke ich jetzt. Das kaffst seine Stimme. Das ist uns eh hier aus. Check. Das war vier irgendwas, aber hab ich das nicht mitgekriegt? Ja, in 10, 10, 10, 10, 10, 10. Check. Äh, wo ist der Freie hier? Aber ich bin auch immer so blind hier bei der Liste, ne? Ich hab immer ein Problem mit der Liste. Ich mein, das wäre vier irgendwas gewesen, und das war er doch. Alter, ist nicht. Hat da wirklich jemand die gleiche Stimme? 4, 2, 2, 10, 20, der Peripedie. Check. Krass Habt ihr den Funk auch gehört? Das war der doch, Alter Das war der Tom Edwards 4, 1, 5, 10, 20 MAPD und lüstig auf Check 4, 3, 3, aktiv Was ist hier so schnell wieder los? 1, 19 meldet sich ab Boah, dieser Dominator auf Venture für 33.000 2, 75, 2, 7, 40 meldet sich jedenfalls ab Der Mann meinte, dass das 19.000 kostet ein normaler Dominator und der Typ verkauft doch so 33.000 Es ist natürlich getunt, ja, aber 33.000 ist natürlich richtig heftig. Ich bin auch sehr verwundert gerade. Ich bin echt am überlegen, ob Ariane mal ein Dominator Probe fährt. Natürlich am liebsten den Dominator GTX, den können wir uns nochmal nicht leisten. Aber ich würde auch gerne für Dinge sparen, für... Ach, das ist doch alles scheiße, ey. Das mit dem Sparen ist so kacke. Weil ich denke mir, was ist, wenn die jetzt abkratzt oder so? Ariane, ich gebe alles, dass das nicht passiert. Aber... Ach, Mann, ey. Wie lange waren wir denn jetzt im PD? Was ist los? Senpai Melon! Hallo, vielen Dank für den Raid! Dankeschön! Ach, warte. Ich dreh durch hier mit dem Mauskabel, ne? Vielen Dank für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream gehabt. Einen wundervollen Stream auf Etage 4 in Japan. Vielen, vielen Dank für den Raid. So, haben wir jetzt mittlerweile... Sind wir jetzt mittlerweile mal zu... Sieht mal aus, das wäre ich gar nicht. 23? Hä? Okay, so drei Stunden noch. Was? Echt nur so wenig? Ach ja, wir sind ja später. Ah. Ja, dann werden wir jetzt gleich in den Meterschutz gehen. Ich sage euch, Leute, App wird gleich passieren. Ja, die 4-Thematik war lustig. Ja, ich habe letztens im Stream erzählt, so... Ich habe gesagt, die Ariane ist ja, so vor dem PD, jetzt muss ich leider bei ihr ändern, ne? Die ist rotzfrech, ne? Die ist immer nett, aber manchmal ist die auch einfach so rotzfrech. Aber immer so hintenrum halt, ne? Warte mal. Und dann hat Ariane ja einmal, die guckt ja, hat ja ihren Bruder Bob immer bei den Spielen zugeguckt und der hat ja auch japanische Spiele so, ja, tausendmal schon ausgespielt. Und dann war unsere erste Begegnung, ich meine, es wäre unsere erste Begegnung gewesen mit Koryame, dass sie irgendwas im Auto auch irgendwie, irgendwas hat er gesagt zum Tschüss sagen und Ariane hat großkotzig irgendwie ihr Wissen rausgekommen, das heißt so und so, ne? Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich irgendwann erfahren, dass der Spieler halt auch so Cosplay und sowas alles und sich auch auskennt. So, boah, ich wollte sterben in dem Moment so, weil das ist halt wirklich nur Ariane ausgespielt, wie sie frech und dann so, scheiße, die hat Ahnung. So, kacke. So, bei jedem anderen wäre es halt so, dann so, ach, boah, Ariane hat voll recht, weißt du, da aber so, oh, scheiße, war das Bein nicht. Aber sehr schön. Äh. Ja, klar. Es fällt mir irgendwie immer hier ein, ne? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber boah, Fettnäpfchen, ne? Fettnäpfchen ist einfach, ey, kannst du mal in Chat fragen, das ist jedes Mal so. Oft extra, aber wenn es dann nicht extra ist, ist es einfach nur schlimm, ne? Dann will man einfach nur Alt-F4 machen. Ne, um ehrlich zu sein, liebe Fettnäpfchen. Oh, Ariane. Oh, Gott. Boah, heifer. Du willst Musik haben wegen Metaschutz? Ich will das ja, aber das Problem ist, die Teamspeak-Spur liegt halt auch auf der Spur, die Musik macht. Ich werde mit Erik da aber noch eine Lösung finden, weil ich möchte den Metaschutz an sich auch aufnehmen. Das ist mir super wichtig, weil, falls eben was da besprochen wird, das jetzt mal nachweisen kann. Ja, Dix? Äh, weißt du, wie du die Ausbildung nachlesen kannst? Ja, das war auf dem Sch... Ne, das war unter Ausbildung, war das, ne? Und dann hatte ich da die ganze Projekte. Genau, genau. Dann hast du Ausbildung. Ich geh mal auf die Tollette. Genau, Ausbildung, aber war das. Adios. Okay, alles klar. Dankeschön. Und der Arme will einfach nur Feierabend machen. Ich finde es auch witzig, dass Jodi 4,13 hat als Japaner einfach Ski und Pech zu... Boah, geil. Okay, und seid ihr deswegen ins Gespräch gekommen? Wir haben das tatsächlich erst in Japan selber erfahren. Da hat uns dann jemand, das war damals, glaube ich, mit Square Enix, und dann haben sie uns so ein bisschen erzählt, ne? Dann haben sie auch erzählt, jo, äh, ja, bla, bla. Und hier, guck mal, hier gibt es keine Etage 4. Ja, dann haben sie auch erzählt, so, ja, das Zeichen, ne? Also, das Zeichen ist halt, das ließ sich halt genauso wie tot und war und so. Und ich fand das mega interessant. Und jedes Mal, wenn wir dann irgendwelche japanischen Filme gesehen haben, war das natürlich nice, dass das jedes Mal auch so ist tatsächlich, ne? Gibt einfach keine vierte Etage. Ja. Das Video habe ich nie drüber nachgedacht mit der 4,13. Aber nice, dass du das auch spielst. Sehr cool. Ach ja, da bin ich wieder so eine Grinsebacke, ne? Aber ich vermisse Japan so, ey. Ich vermisse es so sehr. Jedes Mal, wenn ich hier japanische Charaktere kennenlerne, ne? Ich liebe es so sehr. Erst heute, ne, sie war, glaube ich, keine Japanerin. Mist, ich wollte fragen mit Ariane genau, und ich wusste nicht, wie ich es formulieren sollte, ohne dass man Ariane wieder Mikrorassismus, äh, nachsagt. Ah. Huch. Ich hatte gerade eine Schnarke gesehen hier. Ja. Weiß hatte die Person, die er angefahren hat, gesprochen. Dann hat er meinen Charakter mit Weiß darüber gesprochen. Ah. Wen hat er denn jetzt schon wieder angefangen? Okay, das hat er ja gar nicht mitgekommen. So. Ja, hallo. Ja, hallo. Wo bist du denn? Ähm, wir fahren jetzt gleich zur Zentrale. Ah, fahrt ihr gerade Taxi? Also, Ava fährt, und ich bin ja vorhin erst aufgestanden. Ach so. Und wir haben noch so ein bisschen unsere Tarnung getestet. Ah, also, oh Gott, du auch? Wer bist du? Natürlich, weißt du doch, Marie. Ach so, so, ich dachte, nee, hast du nicht mitgekriegt, was die gerade machen mit Barbara? Ja, ja, doch, 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 doch. Ich dachte... Aber ja, gut. Ich hätte auch gerne mitgemacht, aber... Ja. Ja. Äh, ja, okay. Niemand will gerade Charlie sein. Äh, ja, das... Ich hoffe, also... Hm. Hörst du. Ähm. Ähm, ich hätte sonst gesagt, wir hätten auch erst noch ein bisschen Taxi fahren können, weil ich wollte sowieso noch so ein paar Orte abklappern gerade. Aber, ähm, das mache ich dann einfach die Tage. Und ich, äh, weiß, dass man dich gerade nicht erkennt, aber, äh, wenn du gezwungen bist, im Taxi zu reden, dann könnte ja trotzdem jemand wissen. Obwohl, eigentlich auch nicht. Deine Tarnung ist verdammt gut. Ich hätte dich niemals erkannt. Ja, ansonsten können wir auch zusammen Orte abklappern und, ähm, wir reden einfach dabei oder so. Ja, ich war nur so lange an ein paar Orten nicht mehr und wollte die generell mal wieder... Ah, okay. ...wichtigen... Warte mal. So. Ja, ansonsten, äh, soll ich zur Zentrale kommen? Wir können uns ansonsten auch in der Zentrale unterhalten. Und dafür auch. Mhm. Ja, können wir auch machen. Okay, dann bis gleich. Okay, bis gleich. Tschüss. Leute, ich werde gleich in den Meta-Schutz gehen und ich muss ganz viel in Google Docs schreiten. Ich muss sehr viel gleich tippen. Ähm, ist, äh, ja, sorry, ne? Also, ich habe euch vorgewarnt. Heute ist kein regulärer Stream-Tag. Ich, ich muss, ich, ich muss das auf... Da muss ich auf jeden Fall. Sorry, sorry. Es tut mir leid, dass es gleich still sein wird. Äh, Erik streamt übrigens auch, aber kommt ihr danach wieder? Also könnt ihr mal streamen? Ja. Ich finde es gut, dass wir mit Ariane so viele Kontakte haben und an ist schön schön, wenn ich eins... Ich bin Ava. Es ist wirklich... Ich bin berühmt, nee. Ich stimme Rieane. So viel. Marie, das ist aber ein wunderschönes Oberteil, passend zu der Rose. Oh, merci beaucoup. Ich, äh, sehe ein bisschen aus wie ein, äh, Schiedsrichter. Oh, das stimmt. Wachst du dich über sie lustig oder redest du mit jedem Franzosen im Akzent? Nein, ich habe versucht. Nein, das war nur ein bisschen, äh, ein kleines Stück Eimat. Oh, ich, Entschuldigung, hier, hier wechseln alle Identitäten und ich dachte jetzt tatsächlich, das wäre hier auch passiert. Bitte schlagen wir dich ins Gesicht. Nein, aber, äh, wunderschönes Leid. Danke. Juhu. Wunderschöne Omi. Mhm. Jo, ich, äh, würde sonst gucken, dass wir vielleicht dann doch nochmal so ein Dörtchen suchen. Mhm. Wo ich dir das mit der Überraschung erzählen kann. Okay, ui. Ähm, nehmen wir, äh, Tante Britney mit? Oh, Tante. Wir können Tante Britney mitnehmen, ja. Ah, oui. Sie ist, äh, sie kann nicht sehr gut auf sich alleine aufpassen. Ja, machen wir das. Wir haben neue Mitarbeiter, Tyson, weißt du? Das ist Britney. Bonjour, ich bin Marie. Und das ist Marie. Ich wollte schon sagen, also theoretisch laut, 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 äh, weiß er, ähm, Barbara, Maskierung verboten. Privatgrundstück. Ah, jo, habe ich vergessen, Jojo. Stimmt das aber. Das habe ich ja sogar noch gesagt. Ich glaube, dieser, äh, dieser Lamy hat gesagt, er, äh, wird das mit RDP alles Spätere machen. Er hat, äh, er hat gesagt, er hat, äh, hat er gesagt, äh, keinen Bock auf diesen Scheiß. Ich möchte das, ich möchte jetzt von Barbara bitte nochmal in diesen ermahnenden Ton hören. Das hat mir irgendwie voll gefallen jetzt. Was möchtest du da? Nochmal diesen ermahnenden Ton. Ach so, okay. Bereit? Privatgelände, Areale. Du solltest öfter so reden. Das kommt ganz gut. Echt? Ja. Ich bin ja auch Barbara, ich rede immer so. Oh mein Gott, steht das? Ich habe eine fantastische Frau. Oh, Barbara, sie haben mir gerade ein bisschen an die Brust gefasst. Mon ami, mon amu. Oh, meine Güte. Ich habe Lamy's Autoschlüssel. Seid ihr doch? Britney, wo hast du den Schüsseler? Anna, ja. Hast du etwa doch mit ihm geschlafen? Anna, ja. Deshalb riechst du so nach Lamy. Was? Oh mein Gott. Ich wusste es. Anna, ja. Ich dachte, du hast dich geändert. Anna, ja. Scheiße, wir haben nur gedacht, sie hätte mit Lamy geschlafen, aber jetzt hat sie es wohl wirklich. Oh, scheiße. Anna, ja. Eigentlich ist sie ja auf der Suche nach Harald. Lamy ist untreu. Barbara hat mit Lamy geschlafen. Barbara nicht untreu. No, Tante Britney hat mit Lamy geschlafen. Tante Britney. Ja, Lamy schläft mit jedem, das wissen wir doch. Aber halten wir mal, halten wir mal bitte fest, dass Angel und Lamy zusammengehören. Also bitte. Dieser Lamy hat eine Freundin. Und ich kann mir halt auch gar nicht vorstellen, dass Lamy fremd geht. Ich kenne dich gut, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. Woher hat Tante Britney diesen Autoschlüssel von diesem Lamy? Nein, weil der hat gesagt, er muss in den Urlaub gehen. Ja, der braucht mehr als Urlaub, glaube ich. Und deswegen gibt er auch jemanden. Aber das klingt irgendwie nach Lamy, dass wir irgendwelchen random Leuten irgendwelche Sachen in die Hand drücken. Weil ich ja mit der Harald verwandt bin. Ach, deswegen stinkst du so. Ja. Echt, der Boden hier ist echt tiefer als der Bordstein. Das muss ich mir hier gerade nochmal nachtesten, ne? Da, ja, das ist schon, so ein Stülfchen ist das schon, ne? Da kann man, ist eine Falle, wenn man sich da irgendwie... Werde dir auch gerne angeschissen. Machst du gerade Qualitätskontrolle? Ja, ich mach ja immer hier der Boden. Von wem, von was? Weiß ich nicht. Das ist schon, finde ich, wenn du dich beeilst. Also bei der die nicht wirklich, weiß er. Gefährdung. Vor allem wirkt so's, ne? Da stolper ich manchmal drüber. Ja, ja, stimmt. Ab ansonsten, eigentlich nicht so gerne angeschissen. Wer wird angeschissen? Hä? War gerade die Frage. Was für eine Frage? Ich komme nicht mehr mit. Ob ihr gerne angeschissen werdet? Tante Britney, du scheißt dich selbst an. Also bitte, halt dich aus diesem Gespräch raus. Wer wird denn gerne angeschissen? Stimmt, na kacke. Der Harald bestimmt. Na gut, Harald scheißt dich halt ein. Also er hat auch den guten Windeln. Ich war mit ihm zusammen und ich sollte das immer machen. Bitte, ich muss ein Geständnis machen. Äh, zusammen. Bitte, bitte nicht so ein Geständnis. Ich bin das Kind der Liebe zwischen Tante Britney und Harald. Hä? Ich dachte, Harald war die ganze Zeit mit Rose zusammen. Na ja, stimmt, da war ja was, ne? Der ist von mir weggerannt. Wir sind noch verheiratet. Ich dachte, der ist mir... Und ich bin das Ergebnis der, äh... Ich dachte, der ist mit Frau Fee... Also... Oh mein Gott, oh, äh... Du bist doch ganz normal geworden. Also, Entschuldigung, Tante Irma, oder wie die heißen jetzt nicht, ging sie? Tante Britney. Tante Britney. Wie bitte? Ah, nichts, Tante Britney. Sie hat nichts gesagt. Wir sollten loswerden. Aber, Miss Britney, wie können Sie verheiratet sein mit Harald, wenn Harald aber eigentlich mit Rose verheiratet ist? Harald ist ein Ehrschwindler. Warte mal, wundert dich das, dass Harald... Wer ruft denn jetzt an? Harald hat ein Kind der Liebe mit Tante Britney gezogen. Ach, niemand. Und dann ist er einfach abgeauen. Entschuldigung. Wieso? Wir müssen los. Wir müssen los. Wir müssen los. Äh, Tante... Ist das klar, wie das Auto? Wo fangen jetzt alle hin? Ach so, wir müssen... Nein, 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 nein. Äh, nee. Ich, äh... Eva, ich liebe dich. Aber Rose, wie kann ich? Äh, äh... Ariane, mach keine dummen Sachen. Okay, das macht jetzt irgendwie scheiße. Ich halt deine Mutter. Davor habe ich nichts gesagt. Oh, jetzt hör auf mich zu Gästleiten. Es funktioniert. Das war meine ehrliche Meinung. Hör auf, hör auf, hör auf. Nicht du, nicht du. Da werde ich schwach. Wir müssen einfach weg. Scheiße, das Tor ist zu. Ich mache das Tor auf. Warum rede ich immer noch so? Ich finde es ganz gut. Ach, Sophia ruft mich die ganze Zeit an. Bist du es, äh, erregend? Was sage ich ihr denn? Welche Dinge würde ich so definitiv erregend finden? Wie bitte? Ich kann dir immer... Was ist das für ein Auto, in dem wir gerade fahren? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber der ist ganz cool. Wie heißt der denn? Das ist Singwemilla oder so. Eh? War der teuer? Das ist Singwemilla. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wie teuer war der? 90. Hast du viel Geld hier? Rit. Wie viel zahlst du, oder hast du eine scharpe Zeit? Nee, ich glaube, ich habe noch so 20, 25 Euro offen. Es ist anstrengend. Ich würde das niemandem empfehlen. Ja, ich habe sogar mal ganz kurz überlegt, aber ich habe schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Nee, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich will ein schnelles Motorrad haben. Du musst ein bisschen... Red noch mal ein bisschen lauter. Ja, ich habe gesagt, ich werde auch gerne... Also ich habe auch über einen Kredit nachgedacht. Ich hätte super gerne ein schnelles Motorrad. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber ich würde dir auch von einem Kredit abraten. Wenn du nicht pünktlich zahlst, kannst du in einer großen Scheiße landen. Und in einer Scheiße, wo du wirklich nicht drin landen willst. Wo fahren wir denn hin? Ja, zu einem von euch nach Hause. Also ich... Naja, ich weiß nicht, wohnen in der South, also... Ja, zu Lami nach Hause. Mhm. Ja. Ich hätte auch eine große Wohnung. Das muss aber gleich dann wirklich zwischen uns... Das muss wirklich nur zwischen uns dreien bleiben, ja? Ja. Das ist super wichtig. Mhm. Ich mache dann gleich auch mein Handy aus. Das mache ich gleich auch. Das ist so schwer, damit aufzuhören, ne? Irgendwie klingt es schon als... Wer sagt denn, dass du nicht mehr so reden darfst? Naja, das ist dann auch nicht mehr true, weißt du? Aber ich komme ja aus England und nicht aus Frankreich. Ich habe damals auch anders geredet. Du musst aber sagen, du identif... Vielleicht finde ich... Vielleicht finde ich so einen Freund? Nee, du identifizierst dich einfach als Französin. Fertig. Ja, das ist gut. Hey, Oma. Okay. Jo, ciao. Lieber Chat, sorry. Ich hoffe, ihr seid gleich noch da. Tut mir leid. Oder soll ich den Stream jetzt sogar beenden? I don't know. Ich lasse ihn mal an, ja? Tut mir leid. Ihr könnt ja hinterher Beschallung den Erik noch anmachen. Sorry. Und bis dahin. Ich bin mir und sie entsetzen. Nein, ich bin mir leid. Vielen Dank. 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 Ja, das ist die Das ist voll gut. Was ist denn los? Ich bin so unkreativ geworden, scheiße. Aber ich habe dasselbe Oberteil wie du und ich habe da nie eine Hose dazu gefunden. Ach so, die gibt es immer noch, glaube ich, beim Suburban Altar bei den Hosen. Da ist so eine weiße Leggings und da gibt es dann diese Deep Black Leggings. Oh, sehr gut. Da findet man ein, ich muss jetzt ganz kurz neu einkaufen gehen, scheiße. Da müssen wir noch Klamotten kaufen. Bei Binko. Ja, ja. Da qualmt einer ein bisschen den Kopf. Der Kopf. Mhm. Whitney, was machen wir jetzt noch? Mal gucken. Habt ihr abgeschlossen? Ja, ja, ja. Naja, ich nicht. Ich wohne ja nicht hier. Ah, jetzt muss ich noch mal gucken, was? Ach, Oma. Ich bin ein bisschen paranoid immer, ne? Aber scheiße, weißt du, wie paranoid ich bin? Ich bekomme ja richtig, ähm... Ja, das glaube ich, aber... ...posttraumatische Belastungssteuerung. Du wirst ja zweimal jetzt die Scheiße erleben und einmal sogar... Mhm. ...schwerverletzt. Ja, ich wäre auch hintergegangen. Ja, alles gut. Wo soll ich hinfahren? Zentrale, oder? Ich bin natürlich am liebsten immer wieder... Ich würde... Ach man, ich würde so gerne zum Stadtpark, ey. Einfach nur, weil ich es mir nicht... ...nicht nehmen lassen will und einfach, weil ich mich ein bisschen mit Leuten da unterhalten möchte. Oh, shit. Oh mein Gott, was ist jetzt los? Ach du Scheiße. Ich dachte grad, da brennt jemand, aber das war ne Bank. Scheiße, was sind die Bank ja? Das sind doch... ...atkins und so, oder? Das ist teils. Warum ist denn ein Taxi? Oh nee, ich kutz gleich. Willst du nicht hinfahren? Ja, gleich. Wie war's da los? Ich weiß es nicht. Warum ist da ein Taxi? Oh ja, Scheiße. Ähm. Wer war denn da? Scheiße, anrufen kann ich ja. Ich kann ja Tyson anrufen und fragen, was passiert ist. Ich mein, der sieht ja nicht, dass ich... Ich kann nicht, dass er jetzt reingehen kann. Jo, mach mal. Ich versuch's trotzdem. Okay. Okay. Ähm. Ich muss aber... Scheiße. Ich muss aber sowieso zum Stadtpark. Warum? Weil mein Bike da steht. Oh. Ja, dann, äh... Sollen wir dich hinbringen oder will's ja später? Ähm... Ne, ich würd auf jeden Fall gleich mal gucken wollen, ob bei den anderen alles okay ist. Ja, ja. Dann steig doch... ... rein. Na, ich dachte... Hä? Warum waren wir denn dann hier? Ich dachte, Ariane will hier... Na, wir können auch gucken, was da los ist. Achso. Achso, soll ich raus wegen... Nein. Weil... Wegen? Äh... Monami, Monamu. Sie ist Monami, Monamu. Ich bin das, äh... Kind der Liebe zwischen, äh... Tante Britney und Arald. Wie ist nochmal dein Name? Marie. Marie. Okay, der ist einfach. Marie-Lio. Marie... Ne, das merk ich mir nicht. Oh mein Gott, wer David jetzt hier? Ich würd euch verkuppeln wollen. Was? Das ist mein Bruder und der sieht echt gut aus. Wer? Ich hab das nicht gehört jetzt. David. Achso. Oh. Ja. Mhm. Oh, Tyson ruft an. Tyson, ist alles okay? Weil wir grad dachten, dass wir euch... Also, dich gesehen haben, da wo es brennt und so. Na ja, da steht ein Taxi. Oh, polizeiliche Maßnahmen, nicht zu nah, nicht zu nah. Okay, ich hab mir nur Sorgen gemacht. Coolio, ciao. Ja, dem geht's gut. Ja, aber was heißt denn gut? Da steht ein Taxi. Ja, keine Ahnung. Scheiße, er sagt nichts. Hä? Dann gucken wir einfach mal, wenn die Fahne jetzt... Warum krieg ich das eigentlich nie mit, wenn da was passiert? Keine Ahnung. Aber ich krieg auch ein bisschen Panik nicht, was mit dieser Venture sagt. Okay, wenn die jetzt wegfahren, können wir auch wieder weg. Ja, jetzt fährt das Taxi weg. Und dann losgehen. Ob du die Postings noch weiter weißt, wir sind nicht. Aber ich hab ein bisschen Kacken genommen. Äh, nicht ganz. War ein bisschen lang. Was steht da? Ja, das ist wirklich lang. Ja, aber das ist wichtig. Da ist eine... Ich fasse euch das zusammen. Da ist ein, äh, so ein, so ein, so ein Bombenschutzanzug geklaut worden. Und noch einige andere Dinge, die... Oh ja, das hab ich gesehen. Genau, genau. Das, äh, ich glaube, ich werde Menschenansammlungen so richtig groß, so wie Anamonia-Festival, würde ich, glaube ich, erstmal meiden, ey. Da krieg ich echt Angst. Bist du jetzt dem Taxi einfach hinterher? Naja, ich will wissen, was da jetzt los, oder? Lami, verkaufst du mir dein Auto. Das ist voll geil, ne? Sehr cool. Finde ich auch schön. Ja, aber ich glaube, dann kaufst du den Kredit auch mit, ne? Ja. Findest du auch schön, wie es dich nicht interessiert, wenn ich viel zu schnell fahre? Äh, Lami, fahr mal langsamer. Ich bin tatsächlich wegen der Sache gerade noch auf Krübe, Entschuldigung. Scheiße, wir können die ja gar nicht anhalten. Ach, scheiße. Ach. Ja doch, natürlich, du arbeitest doch jetzt auch da, Brittany. Ja, ja, stimmt. So, ich, ich steig jetzt aus. Ich blähe dir jetzt. Ich hab kein Bock. So. Einmal Führerschein und Fahrzeugpapiere, also, äh, hier, äh, hier Ausweis und so. Ja, ja. Ich bin viel zu spät gekommen. Warum zur Herzen gebrannt? Ja, die Mülltonne hat sich dann entzündet. Ich weiß nicht, warum es ist. Ja, die standen einfach daneben, dass wir die uns sagen, bummert sich einfach. Ja, die haben gerade Aussage aufgenommen und auf einmal brennt die Mülltonne. Ja, wunderbar. Hast du jemanden Zigarette ein bisschen reingeworfen? Ja, wahrscheinlich. Das ist üblich eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das gewesen sein könnte. Oh mein, oh mein Gott. 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 Das war die ganze Geschichte. Und dem Mann wurden anscheinend Hose und Schuhe geklaut. Ach du Scheiße, arme Sau, ey. Der kannte wohl auch die Täter. Ja. Okay, das ist ja... So hat er zumindest gesagt, also. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und er hat sogar auch vorher noch mit dem Pidi gesprochen am Stadtpark. Also sehr, sehr, sehr komisch. Mhm. Bestimmt darauf gewartet, dass er fertig ist und weg geht. Oh. Hier verkauft jemand ein Auto, das ich haben will. Weil die Dame morgen Los Santos verlässt. Aber ich kann dir nicht so viel Geld bieten. Kacke. Ja, welches denn? Soll ich mal versuchen? Soll ich mal versuchen für 32.000? Ja, probiert auch, wenn sie morgen eh wegfliegt. Vielleicht macht sie es. Das wäre so lustig. Schreib die hinten an. Wer denn? Wer finde ich? Moment, Moment. Äh... Cassie heißt sie? Mhm. Kennst du die? Nee. Ich weiß, dass morgen einer verlässt tatsächlich. Hallo Cassie. Ich weiß, das ist jetzt wirklich ein dummes Angebot. Aber mehr habe ich... Er hat bei Ihnen gerne gearbeitet. Ah, den habe ich leider nicht. Ich dachte, ich versuche es trotzdem mal. Da das mein absolutes Traumauto ist und ich all das, was ich habe, dafür geben würde. Das wären leider nur 33.000. Naja, Versuch macht klug und ich wünsche dennoch viel Erfolg beim Verkaufen. Liebe Grüße, Arianenbrand. So, man kann es ja mal versuchen, ne? Na klar. Kann man ja machen. Nur Leute, die fragen, kann geholfen werden. Oh mein Gott. Ich muss mir mal ganz kurz... Das ist richtig. Hier ist ein Video von Eddie. Das muss ich mir mal ganz kurz angucken, ja? Hardy, hast du das schon gesehen? Äh, Marie wohnt... Ich bin hier weg. Okay. Okay, tschüss. Hä, die wissen echt nicht, dass das... Also ist das jetzt so, dass die das voreinander auch geil meinen? So, warte, wir müssen mal ganz kurz. Okay. Mein Name ist Lara. Ich bin Taylor Swift. Meine Familie weiß das nicht. Und ich bin Mobberin. Ich wollte immer mehr, ne? Ich bin heute hier, weil ich Taylor Swift beleidigt habe. Bro, wirklich, ich hasse dich. Wow. Das ist mir grad ein bisschen zu krass. Ja, ich würde auch kurz eine Pause einlegen wollen. Schwierig, drüber zu reden gerade. Eddie, das hat mir rausgeholfen. Tja, das alles erwartet euch im heutigen Interview. Die Lara ist von einer verwirrten Person, die denkt, sie wäre Taylor Swift, zu einer Mobberin geworden und engagiert sich jetzt aktiv gegen Mobbing. Hä? Was? Hä? Was? geht es um das Thema Mobbing und die liebe Lara würde gerne ein wenig darüber sprechen. Lara, was sind denn deine Erfahrungen mit dem Thema Mobbing? Du musst ja das Video von Eddie angucken. Muss ich mir auch gleich angucken zu Hause. Ihr macht euch mal. Wurdest du interviewt von ihm? Nein, ich habe ja in dem Video mitgespielt und ihm auf die Schnauze gehauen. Ja, die beste Rolle. Hat Spaß gemacht. Ja, das Blöde ist halt bei Eddie habe ich halt trotzdem so ein beschützter Instinkt. Der war halt wie ein Bruder für mich. Ja, was ist das mit Eddie? Ja, ich weiß es auch nicht. Das hört auch nicht auf. Manchmal bin ich immer so, nein, Eddie, bla bla bla. Und dann will man ihm trotzdem irgendwie helfen. Dann hat man trotzdem wieder die Hoffnung, dass er irgendwie... Schwierig. Ich such sogar gerade schon eine größere Wohnung für uns. Ach du Scheiße. Ja, äh... Ja. Ja, er... Ach Mann, ey. Ich geh... Ja, ich geh nass. War ja genauso. Das Stopp ist keine Zierdelami. Ja. Aber das ist doch Tante Britney. Tante Britney. Sie sieht etwas schlecht auf beiden Augen. Boah, ey. Da krieg ich jetzt aber PTSD. Ich kann das mit Britney nicht mehr. Scheiße, ich kann das mit diesem französischen Dialekt nicht mehr. Aber müsst ihr auch eigentlich gar nicht, weil ohne Scheiß, ich würde euch beide nicht erkennen. Das war nur so... Hm. So ein bisschen... Ich musste ein bisschen überlegen, dachte ich, ja, jetzt doch nicht. Und dann war ich doch ein bisschen verwirrt. Und da habt ihr ja... Ja, aber das Problem ist, ich... Ich hab halt so ein bisschen Angst, weißt du, dass wir von den falschen Leuten erkannt werden und dass vielleicht doch die falschen Leute noch was gegen uns haben. Ja, okay. Verstehe. Das stimmt, ja. Man weiß ja nie. Es ist auch sehr spät, ne? Wir haben jetzt... Die Uhr 49. Ja, ja. Ich jetzt auch. Ariane, kannst du mich dann gleich noch mit zum... Ja, ja. Also kannst du mich dann absetzen? Mach ich, mach ich. Okay. Alles klar, Armin. Schlaf gut. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Schade, du hast gar kein Auto gerade? Doch, mein Dilettante, der steht aber zu Hause. Ich bin... Also, wie gesagt, Bike steht am Stadtpark. Ach so, am Stadtpark dann jetzt absetzen? Ja, okay. Weil, wie gesagt, ich kann nicht auch nach Hause fahren. Ja, du sagst, mein... Nein, nein, nein. Ich würde das Motorrad am Stadtpark nehmen. Mein Auto passt gut in die Southside, finde ich. Ja, ich hab da tatsächlich noch nie Probleme. Aber ich bin halt auch kein Cop. Ich hab das damals auch schon gehört, als ich mich beim PD beworben hab. Ja, ich würde gerade sagen, wenn du Uniform einmal tragen hast, und wir haben mich in Uniform gesehen, dann ist es vorbei. Ich wurde mal beim Lula Market, wurde ich einfach nur beleidigt, weil ich im Wagen gewartet hab. Und dann hieß es, scheiß Polizei und da. Also, wenn du da nochmal das in Angriff nimmst, damit musst du leider leben, dass du dich nicht wehren kannst, weil sonst hast du auch Probleme danach. Ach ja, das ist schon okay. Okay, du gehst dann jetzt wahrscheinlich auch dann nicht schlafen? Ja, ich geh nach schlafen. Ich schau, ich glaub nicht, dass die Person jetzt nochmal auf Venture irgendwie mir antwortet, aber danach geh ich schlafen, definitiv. Okay, alles klar. Dann schlaf auf jeden Fall gut und dann hören wir uns nächste Woche spätestens. Okay, machen wir das. Ich würde dich aber auch updaten, falls ich irgendwas weiß, ne? Genau, ich sag dir auch Bescheid, wenn irgendwas passiert. Okay, pass auf dich an. Ja, du auch. Ciao. Tschüss. Ich muss tatsächlich sagen, Charlie am Anfang, ich mag diese Charlie tatsächlich sehr, weil die ist sehr raffiniert. So, das ist so schade, dass es am Anfang so ein Duli-Charakter war, weil die ist auf jeden Fall sehr raffiniert, merke ich gerade. Ähm, ja, wir gucken jetzt erstmal. Also Leute, Konto, hm, ne? Ich hab da, ich hab jetzt gerade ein bisschen zu hoch gepokert und 32 gesagt, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass wir von Max das Geld kriegen. Da müssen wir von Max einen kleinen Vorschuss geben lassen. Das ist aber alles ein bisschen, das ist gerade ein bisschen doof. Oh, shit. Ja, ich geh nochmal ganz kurz tanken mit Ariane. Mhm, das ist, äh, ja. Warte. Hat weniger Geld. Mayakuya. Hallöchen. Ja, ich hab das ja wirklich ein bisschen zu hoch gepokert. Das war, das war nicht gut. Ich dachte tatsächlich, wir hätten so viel, aber so viel. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, wie viel wir hier haben, ey. Wir, also Max schuldet uns noch was, kann uns vielleicht ein Teil geben, weil, äh, ganz im Ernst, dieses Auto, das will ich mit Ariane schon haben. Sehr nice. So, mh, ja, mein Kopf qualmt. Also das ist jetzt gerade, gibt es so eine Sache, wo ich mich sehr mit Ariane reinhängen will, ja, aber es passieren so viele Sachen nebenbei und die soll sich jetzt nochmal noch bei anderen Sachen reinhängen und das ist halt gerade ein Problem, weil dann schaffe ich das zeitlich nicht, ne. Das funktioniert leider nicht und das Lernen noch nebenbei. Das heute war super, super angenehm und es war sehr lehrreich und ich muss mit Ariane das Ding noch nachlesen. Wann, ne, wann? Da hinten wieder los, ey. Ist das jetzt von GTA oder ist da wirklich was? Ah, das war von GTA. Ohne Scheiß, mh, Downtown LA, ne. Die ganze Zeit. Das war die ganze Zeit und jeden Tag, ne. Was war die, die normale Geräuschkulisse war Blaulicht. Ja, das war, ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. Da muss Ariane sich tatsächlich Geld leihen dann, eben vom Freunden oder so und dann warten, bis sie das Geld von Max kriegt, aber Max ist ja kurz davor. Ja. Ich glaube nicht, dass das, ja. Shit. Ariane nimmt einfach einen Mini-Kredit auf. Davon ab, die wird uns das nicht für 32.000 geben, deswegen müssen wir uns eh keine Gedanken machen. Niemand wird das Auto für 32.000 verkaufen. Aber die hat immer Autos verkauft. Warum verlässt sie die Insel? Oder ist ein Lockangebot? Ariane geht aber eh nirgendwo alleine hin. Ja, sie können ihn kaufen. So, Moment. Das gibt es. 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 So, eine Sache machen wir noch. Irgendwie hat man immer entweder extrem viele Stränge oder gar nichts zu tun, habe ich das Gefühl. Boah, ja. Gerade sind es viele Stränge und Chancen, aber ich habe halt einfach so 0, 0, 0, 0 Zeit dafür. Ist so schade, weil ich glaube, wir könnten dadurch so viel geiles RP in Zukunft kriegen, aber, ja. So, wie viel haben wir? 92. Ich gehe mal ganz kurz mal gucken. Ariane, Schmariane Bahn. Ich denke, ich denke immer. Aber Kette um, ja. Und unsere Ohrringe, scheiße. So, von hier aus kann man sie jetzt auch nicht unbedingt sehen, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, wir haben da auch schon was. In den Warenkorb. Und dann noch eine Hose. Was sieht das scheiße aus, ey? Oh. Hier vonnehmen wir noch eine. Meine Güte. Die sind alles so auffällig irgendwie. Obwohl die hier geht, ich warte, ich gucke noch mal ein bisschen weiter. Oh, die ist ja auch nice. Ach, die gibt es in mehreren Dinger. Krass. Und die ist jetzt scharf. Boah, Alter. Was für ein Arsch. Vor der Furzarsch, ey. Ich erinnere mich noch die hässliche. War die genommen? Oh nein. Mann, bin ich fertig, ey. Okay. Ich habe nicht genug Geld. Dann muss ich auch noch Schüchen und sowas alles. Ich glaube, das mache ich auch. Das müsste ich eigentlich. Boah, das ist kacke. Ich würde das gar nicht jetzt kaufen, ey. Was haben wir denn alles noch dabei? Ich könnte eh noch vier Teile kaufen erst mal. Ich würde zwei Hosen, zwei Oberteile. Das würde ich jetzt gleich machen. Noch mal 200. Ach, der Dominator GTX. Ach, seltener ist es, ne? Einfach nur seltener. Boah, heute. Also heute war das Appel so ereignisreich. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, worauf man sich da konzentrieren soll. So jetzt der roten Hose würde ich irgendwas nehmen, was nicht so scheiße aussieht. Das sieht hier als kacke aus. Die kacke, die habe ich gerade gar nicht gesehen, dass die auch hochgegeben wird. Aber das war schon okay. So einen schwarzen Pullover haben wir. Der ist ganz schön. Das hier ist es nicht. Ich glaube, hier oben, hier vorne gibt es noch welche. Sehr, sehr viel passiert heute. Das ist auch zu auffällig. Oh, ja. Welche haben wir? Wir haben ja diese beige Hose. In der beige Hose würde eigentlich sowas hier gut passen. Soll ja nicht so auffällig sein. Und die andere Hose war eher so rötlich. Guck mal, was die hier so haben. Guck mal, das hier. Da haben wir unser Outfit mit der Cargo-Hose. Und jetzt haben wir noch diese rote Hose. Ja, ich habe ja noch eine Kacke, komm. Wir müssen doch irgendwo Jacken und so haben, ne? Guck mal. Okay, komm, das ist ein bisschen zu extrem. Das zieht auch hier. Oh, hau. Da sieht gar nicht mehr so scheiße aus. So, irgendwas Rötliches, Rostiges haben wir auch nicht. Schade. Ja, das hier. Das vielleicht. Nur das hier in einer Farbe, die passen würde. Vielleicht einfach in einen Schwarz. Sollte ich das vielleicht einfach in einen... Weiß, weil ich ziehe die jetzt... Ziehe die jetzt kurz an. Sieht keiner. Sieht keiner. Ist ja keiner im Laden gerade, ne? Die Bluse wird eigentlich besser dazu passen. Hm. Weiß nicht, das finde ich schon irgendwie, dass das gut passt. Aber irgendwie sieht das auch zu auffällig aus. Finde ich. Oder das hier mit so einem Grau. Nee, da mach ich irgendwie... Da mach ich eine andere. Da mach ich mal ein anderes Auerteil. Einfach um, Ari. Euer, hör auf, ey. Weil das Problem ist, was nicht nach Ariane aussieht, das ist halt sauschwierig, da was zu finden, ne? Äh, ist Ariane. Die hat sämtliche Variationen immer an. Hm. Hm. Okay. Sie ist auch irgendwie nice. Das hier ist sogar richtig nice. Das passt irgendwie zusammen. Ach, das sind die Dinger hier. Ne, da muss irgendwie schon was... Obwohl so ein weißes T-Shirt wird auch irgendwie passen. Ist alles nicht modebewusst. Ja, Ariane muss eigentlich... Ah, komm, sowas zieht die wirklich nie an. Das wäre eigentlich nice. Aber die Farben sind doof. Nee. Das ist einfach in weiß. Weißes Love-Shirt. Ah, guck mal hier. Das sind auch wieder solche Dinge. Das zieht die halt wirklich nie an, ne? Das würde ich gerne haben. In der Farbe, die aber irgendwie passt. Oh, shit. Pass mich. Was ist denn mit weiß? Auch was, was sie nie trägt? Hm. Schwierig, schwierig, ne? Tatsächlich finde ich, passt das hier... Das passt irgendwie. Ich weiß noch nicht, da müssen wir unsere braune Boots zu anziehen. Oder so beige Boots. Ich finde schon, dass das irgendwie zusammenpasst von den Farben her. Aber ich hatte ja gerade auch irgendwas anderes noch, ne? Ich habe die einfach mal da beißt. Welches war das? Ja, nicht das war B-Shirt. Das hier. Ja. Das ist das. Das ist das. Guck mal noch kurz. Ähm. Hm. Ich nehme mal kurz das Ding hier. So. Können tatsächlich mal gucken. Warte mal. Guck mal. Das ist normal so. Und das würde ich niemals anziehen. So, Schuhe müssen wir bald wann anders holen. Hupsi. Wo ist Zora? Wieso die hässlichen Klamotten? Das ist für Arianes Detective-Zeug. Sie soll sich unauffällige Klamotten holen, die ich sonst aber nie so tragen würde. So ganz alltägliche für, ich glaube für so Undercover-Sachen. Ich habe keine Ahnung. So und das haben wir jetzt, äh, das müssen wir irgendwie auch noch bei uns dann in Spind irgendwann packen. Aber wir müssen noch die Schuhe holen. Denken wir das schon mal. Ariane braucht so eine Umhängetasche. Ich weiß nicht, wo meine schwarze Umhängetasche ist. Ich sehe sie hundertprozentig bei Barbara oder bei Max. Die war halt sonst vorher im Schrank. Ihr Schweine, ey. Sieht echt komisch an Ariane aus. Ja, ne? Es ist so gar nicht Ariane. Ja, Leute. Sonntag geht jetzt weiter. Sonntag, äh, Gespräch mit Herr Weiß. Es tut mir so leid, dass ich euch das alles nicht zeigen kann. Ich hätte es halt gerne aufgenommen, äh, damit ich das irgendwann mal revealen kann, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ne? Wichtig ist der Meta-Schutz, dass da jetzt nicht, äh, trotzdem was zum Chat... Ich weiß, dass ihr immer Bescheid sagen würdet. Ihr würdet sagen, ey, hört zu. Warte, äh, man hört was. Übrigens für solche Sachen nochmal ganz viel Danke, ne? Das ist super. So. Ich bin, ich bin, äh, noch ein bisschen... Ich freue mich, dass wir mit Harvey heute... Der war... Er hat viel geredet, aber ich halte ihn auch für sehr geschickt, ne? Und, ähm... Aber es deckt sich mit dem, was Ariane generell über ihn gehört hat. Aber ich bin... Ich hab ein blödes Bauchgefühl bei ihm, ne? Das ist ganz komisch. Auch wenn er so viel jetzt so erzählt hat. Ich hab ein ganz komisches Bauchgefühl bei ihm. I don't know why. Alles Gucken ist ja eine Überraschung für uns, eine Überraschung für uns, wenn Dinge passieren. Ihr seid sehr lieb und süß und glaubt mir, ihr werdet das alles halt erleben, ne? Und dann werdet ihr wissen, was los ist. Das ist auf jeden Fall etwas, das wird ja, das wird ja, äh, das werdet ihr erleben. Irgendwann mal. So. So. Oh, Fee, Fee schläft hier. Oh, wow, Leute, Fee pennt bei uns, wie geil. Wie geil. Ich darf denn. Fäh. So, Kargo-Hose kommt hier und das kommt hier hin. Und Ariane zieht die Schlauernzucht an. Was sagt, was haltet ihr davon? Ich zieh die dann morgen sowieso wieder an. Ich mach das immer vor den Stream jetzt, damit wir nicht zu viel Zeit verpläfern. Und weil es mir immer Spaß macht, es entspannt mich sehr, wenn ich meinen GTA-Charakter anziehe. So. So, dann kommen wir hin. Rupp. So. Kette noch ausziehen. Hey. Ey, Tisa macht mich neugierig. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, ne? Also meinem Motz vertraue ich denen, erzähle ich dort einfach. Aber sonst muss ich einfach alles im Meta-Schutz grad lassen. So. Oha. Nice. Cool. Ja, komm. Ja, sie dürfen den Dominator GTX kaufen. Ja. Ja, oh, das ist ja super. Fantastisch. Ich versuche sowieso noch mal ganz kurz gucken gehen jetzt. Da ich morgen noch Santos verlasse. Scheiße. Wieso denn so knapp? Schick mir. Komm, meld dich. Jetzt. Kessis Telefonnummer. Scheiße. Oh, 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 oh. Okay, die wurden auch bestohlen. Das heißt eben, ich weiß nicht, ob das alles mit dem zu tun hat, was da jetzt grad so, ne? Mit dem Bombenbau und sowas alles. Boah, der arme Dennis, ey, mit weiter weiß, ey. Boah, das ist echt so ein Empil, das will mich so abfacken, wenn Charaktere einfach so Sachen nicht ernst nehmen oder so, die ganze Zeit lästern und so und die, also dieses dir ins Gesicht lachen und bla, wenn das, wenn das nicht Crimeler sind, dann finde ich das immer so anstrengend, ey. Verkauft ihr jetzt einen Fisch? Ach so. Dachte schon. Ja, 32. Jetzt weiß Ariane, wie teuer so ein Ding ist. Ich kann mich wohl überlegen, ob wir uns vielleicht einen holen, aber I don't know. 400, wie teuer sind die denn so? Ich glaube, die waren nicht so teuer. Boah, der ist halt geil, ne? Mal ganz kurz. Der sieht halt auch voll nice aus, ne? Boah, der sieht schon cool aus. Dann haben wir ja noch den hier. Der ist halt eher so, ja, so, aber das, nee. Wir haben ja schon den Tulip. Ja, ne? Ah, das, das habe ich mir, äh, schon lange abgeschminkt. Aber der hier sieht auch sehr cool aus. Finde ich ganz nice. Naja, vielleicht irgendwann mal. So. Auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.